Mein Verständnis für den Begriff Psychosphäre ist folgendermaßen. Um jeden Planeten, seit seiner Schöpfung, ist eine Art von Psychosphäre oder Schwingungskokon, welcher sich bei einer Geschwindigkeit von sieben Lichtzeiten dreht. Dieser Kokon tritt sozusagen absorbierend auf, absolut jedes Ereignis, das auf dem Planeten auftritt, aufsaugend. Der Inhalt dieses Kokons ist für uns Erdbewohner unzugänglich, wir haben keinen Weg, die Geschichten zu lesen, Akasa. Es ist wohl bekannt, dass Forscher und Techniker in den USA damit beschäftigt sind, eine Zeitmaschine zu entwickeln, aber ihre Anstrengungen sind bis jetzt ohne Erfolg gewesen. Die Schwierigkeit existiert, so Tau, eher in der Anpassung an die Schwingung des Kokons, als an die Wellenlängen. Der Mensch, ein wesentlicher Teil des Universums, kann wegen seines Astralkörpers, und wenn er korrekt ausgebildet wird, alles Wissen, das er innerhalb der Psychosphäre sucht, aufzeichnen. Selbstverständlich ist eine umfangreiche Schulung hierfür erforderlich. Umfangreiche Schulung, viele Menschen erfahren zufällige Berührung mit der Psychosphäre während ihrer Träume. Visionen von Heliografen, Architektur und Natur sind sehr häufig. Großes Wissen und Praxis sind erforderlich, dass man den Zugang zu Informationen und Aufklärung erlangt. Dieses Elixier wird dir erlauben, dass du auf die Psychosphäre zugreifen kannst. Alle vier von uns machten es sich bequem in einem besonderen Bett. Ich wurde im Zentrum eines Dreiecks untergebracht, das von Tau, Biastra und Lationosi gebildet wurde. Mir wurde ein Pokal, der eine Flüssigkeit enthielt, gegeben, den ich trank. Biastra und Tau legten dann ihre Finger leicht auf meine Hand und meinen Solarplexus, während Lationosi seinen Finger auf meine Zirbeldrüse legte. Sie befahl mir, mich vollkommen zu entspannen und keine Angst zu haben, und geachtet dessen, was geschah. Wir würden im Astralkörper reisen und ich wäre unter ihrer Führung wirklich absolut sicher. Diese Zeit wird ewig in meinem Gedächtnis eingraviert bleiben. Je länger Tau war ich und langsam mit mir sprach, desto weniger ängstlich war ich. Ich muss jedoch gestehen, dass ich anfänglich sehr erschrocken war. Plötzlich wurde ich trotz meiner geschlossenen Augen durch ein großes Spektrum von Farben geblendet, die tanzten und glänzten. Ich konnte meine drei Begleiter um mich sehen, leuchtende Farben um sich, aber zur gleichen Zeit lichtdurchlässig. Das Dorf verschwamm langsam unter uns. Ich hatte den bizarren Eindruck, dass uns vier Silberschnüre an unseren physischen Körpern angegliedert waren, die die Proportionen von Bergen annahmen. Plötzlich kreuzte ein Blitz von blendendem weißem Gold, mein Sehvermögen für einige Zeit danach beeinträchtigend, sodass ich weder etwas sah, noch fühlte. Ein Ball, leuchtend wie die Sonne aber Silber in der Farbe, erschien im Raum und näherte sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wir durchalten, ich sollte besser sagen, ich durchalte, da ich mir in jenem Moment nicht mehr der Anwesenheit meiner Begleiter bewusst war, diesen Raum. Als ich diese silberne Atmosphäre durchdrungen hatte, konnte ich nicht mehr als Nebel ausmachen, der mich umgab. Es ist unmöglich zu sagen, wie viel Zeit vergangen war, aber plötzlich zerstreute sich der Nebel und enthüllte einen rechtseckigen Raum mit einer niedrigen Decke, in welcher zwei Männer mit gekreuzten Beinen auf unwahrscheinlich farbigen Kissen saßen. Die Wände des Zimmers waren aus fein gemeiß älten Steinblöcken, die transparent schienen, Szenen einer zeitgenössischen Zivilisation mit Bündeln von Trauben und Früchten, die ich nicht erkennen konnte, und Tieren, einige von ihnen hatten menschliche Köpfe. Es gab auch menschliche Figuren mit Köpfen von Tieren. Dann bemerkte ich, dass meine drei Begleiter und ich eine Einheit bildeten, die eine gasförmige Masse bildeten, und dennoch konnten wir einander unterscheiden. Wir sind in der Hauptkammer der Pyramide von Savanasa, sagte Lationosi. Es war unglaublich, Lationosi hatte nicht seinen Mund geöffnet, und doch sprach er mit mir auf Französisch. Die Erklärung kam blitzschnell. Das ist wahre Telepathie, Michel. Du brauchst nicht zu fragen, alles wird sich natürlich entfalten und du wirst erfahren, was du wissen musst. Da meine Aufgabe, dieses Buch zu schreiben und über meine Erfahrungen zu berichten ist, so deutlich und klar wie möglich alles zu erklären. In dem Zustand, während der Zeit mit meinem Astralkörper in die Psychosphäre, scheinen Worte für mein Sehen und Hören darin nicht geeignet, kaum nützlich, diese Empfindungen die so spontan in unterschiedlichen Weisen auftraten zu dem, was wir normalerweise oder was wir auf unseren Astralreisen erleben, wiederzugeben. Ereignisse treten eher wie in einem Traum auf, manchmal sehr langsam, und andere Male mit einer beunruhigenden Geschwindigkeit. Danach schien jede Sache selbstverständlich, und ich lernte später, dass dies wegen des Zustandes war, in dem ich mich befand, durch die nahe Überwachung, die meine Mentoren über mich ausübten. Sehr schnell sah ich eine Öffnung in der Decke des Raumes und am Ende einen richtigen Stern. Ich war mir dessen, dass die beiden Wesen sichtbare Gedanken bewusst mit dem Stern austauschten. Von ihren Zirbeldrüsen strömten silberne Fäden, wie Zigarettenrauch aussehend, durch die Öffnung in der Decke und gingen in den entfernten Raum, sich mit dem Stern zu verbinden. Die beiden Wesen waren vollkommen unbeweglich und von einem weichen, goldenen Licht überflutet. Ich weiß, dank der ständigen Führung meiner Begleiter, dass uns diese Wesen nicht nur nicht sehen konnten, sondern auch genauso wenig von uns gestört werden konnten, da wir in einer anderen Dimension Zuschauer waren. Ich beobachtete sie aufmerksam. Einer von ihnen war ein alter Mann mit weißem auf seine Schultern fallendem Haar. Auf der Rückseite seines Kopfes trug er ein Scheitelkäppchen aus saffanfarbenem Stoff, ähnlich wie sie von den Rabbinern getragen wird. Er war mit einer weiten, gelb-goldenen Tunika mit langen Ärmeln, die ihn völlig einhüllten, gekleidet. In der Position, in der er saß, waren seine Füße nicht sichtbar, aber ich wusste, dass sie nackt waren. Seine Hände trafen sich nur an den Fingerkuppen, und ich konnte deutlich kleine bläuliche Blitze um seine Finger sehen, die Zeugnis über seine unermessliche Konzentrationskraft ablegten. Das zweite Wesen schien im gleichen Alter zu sein, trotz seines glänzenden schwarzen Haares. Außer der Farbe seiner Tunika, die hell-orange war, war er in der gleichen Weise wie sein Begleiter gekleidet. So vollkommen bewegungslos waren sie, dass sie nicht zu atmen schienen. Sie kommunizieren mit anderen Welten, Michel, wurde mir erklärt. Plötzlich verschwand die Szene, um sofort durch eine andere ersetzt zu werden. Ein Palast in Form einer Pagode, mit Dächern, die in Gold gedeckt waren, mit Türmen und Portalen, mit unermesslichen Fenstern, die sich zu den herrlichen Gärten öffneten und einen Blick freigaben, auf emalierte Becken, in denen das Wasser in Fontänen hervorströmte und plätscherte, und Regenbogen unter den Strahlen einer Sonne an seinem Zenit bildend, stand vor uns. Hunderte von Vögeln flatterten in den Zweigen von Bäumen, die in den unermesslichen Parks zerstreut waren, und fügten einen Spritzer von Farben zu einem bereits magischen Rahmen hinzu. Menschen, gekleidet in Tuniken verschiedener Stile und Farben, bummelten lachend in Gruppen unter den Bäumen oder nahe der Springbrunnen. Einige saßen in Meditation. Versunken unter Blumenlauben, die besonders für ihre Bequemlichkeit und Schutz sorgten. Die ganze Szene wurde von einer Struktur überrackt, die in einiger Entfernung vom Palast erschien, eine riesige Pyramide. Ich wusste, dass wir gerade diese Pyramide verlassen hatten und dass ich jetzt den herrlichen Palast von Savanar sah, der Hauptstadt von Mu, bewunderte. Jenseits des Palastes, in alle Richtungen, dehnte sich das Plateau aus, über das Tau gesprochen hatte. Ein Weg von mindestens 40 Meter Breite und der vom Zentrum der Gärten hinaus auf das Plateau führte, schien aus einem einzelnen Steinblock hergestellt zu sein. Sie wurde durch zwei Reihen Schatten spendende Bäume, die mit riesigen Statuen aufgelockert waren, begrenzt. Auf einigen dieser Statuen waren Hüte in Rot oder Grün mit breiten Rändern zu sehen. Wir glitten entlang dieses Weges unter Leute auf dem Rücken von Pferden und anderen vierbeinigen Tieren mit seltsamen Köpfen und die Dörfinen ähnelten, Tiere, von denen ich niemals gehört oder einen Hinweis hatte, Tiere, deren Existenz mich überraschte. Dies sind Akitepeus, Michel, die lange ausgestorben sind, wurde mir hierzu erklärt. Dieses Tier hatte die Größe eines sehr großen Pferdes mit einem mehrfarbigen Schweif, den es manchmal wie einen Fächer ausbreitete, ähnlich den Federn eines Pfaus. Sein hinterer Teil war im Gegensatz zu einem Pferd viel breiter, sein Körper war von vergleichbarer Länge, seine Schultern tauchten aus dem Körper auf, wie aus dem Rückenschild Panzer eines Nashorns, und seine Vorderbeine waren länger als seine Hinterbeine. Der ganze Körper, außer dem Schweif, war mit langen grauen Haaren bedeckt. Als es galoppierte, wurde ich von der Laufart her an unsere Kamele erinnert. Ich spürte ganz stark, dass ich von meinen Begleitern woanders hingeführt wurde. Wir kamen schnell an Leuten auf ihren Wegen vorbei, sehr schnell, und doch war ich fähig, hineinzugehen und einige Merkmale ihrer Sprache zu bemerken. Sie war sehr angenehm im Uhr und schien mir Vokale als Konsonanten zu enthalten. Sofort wurde uns eine andere Szene präsentiert, ähnlich wie in einem Film, wenn eine Szene wechselt, die eine ist noch nicht ganz weg und die neue ist fast da. Maschinen, genau wie die der fliegenden Untertassen, welche von den Schriftstellern der Zukunftsromane beschrieben werden, waren auf einem riesigen Feld am Rande des Plateaus aufgestellt. Menschen stiegen aus und ein und die Flugmaschinen brachten sie zu einem riesigen Gebäude, das ohne Zweifel als Terminal diente. Auf dem Rollfeld gaben die Flugmaschinen einen pfeifenden Ton ab, der für das Ohr wirklich erträglich war. Mir wurde erklärt, dass unsere Wahrnehmung des Tons und seiner Intensität mit dem der Leute vergleichbar war, die Teil der Szene vor uns waren. Es fiel mir ein, dass ich das tägliche Leben von Menschen sah, die erstaunlich weit fortgeschritten, und die Tausende von Jahren bereits tot waren. Ich stellte auch fest, dass der Weg unter unseren Füßen kein riesiger Steinblock war, sondern nur so erschien, da ich tatsächlich eine Reihe von großen Fliesen erkennen konnte, genau geschnitten und positioniert, sodass die Verbindung kaum sichtbar waren. Vom Rand der Hochebene hatten wir eine Panoramasicht über eine riesige Stadt mit Seehafen und darüber hinaus auf den Ozean. Unverzüglich waren wir dann in einer breiten Straße der Stadt, die von Häusern in variierenden Größen und Architektur des Sins begrenzt wurde. Die meisten Häuser waren von Terrassen mit Blumen umgeben auf denen manchmal eine sehr hübsche Spezies von Vögeln zu sehen waren. Die bescheideneren Häuser, ohne Terrassen, hatten stattdessen schöne Balkone, die auch mit schönen Blumen ausgestattet waren. Die Wirkung war wirklich herrlich, es war, als gehe man in einem Garten. Auf der Straße spazierten die Leute entweder, oder sie flogen ungefähr 20 Zentimeter, auf kleinen runden Plattformen stehend, über der Straße, die ganz lautlos waren. Dies schien eine angenehme Art zu reisen. Dennoch ritten andere auf Federücken. Als wir am Ende der Straße ankamen und uns auf einem großen Platz befanden, war ich überrascht, keine Boutiquen oder ähnliches zu sehen. Stattdessen gab es einen umfassenden Markt mit Ständen aller Art von Gütern, die das Herz oder den Gaumen erfreuen könnten. Es gab Fische, unter denen ich Thunfisch, Makrele und Tintenfischarme erkannte. Es gab Fleisch in großer Vielfalt genauso, wie ein unglaubliches Sortiment von Gemüse. Vorherrschend jedoch waren die Blumen, die jeden Bereich zu füllen schienen. Es war ersichtlich, dass sich diese Menschen an Blumen erfreuten, die jeder entweder im Haar, oder in den Händen trug. Die Käufer nahmen sich was sie wollten, nichts dafür gebend, weder Geld, noch etwas, das als Ersatz hätte dienen können. Meine Neugier wurde von unserer Gruppe ins Herz des Marktplatzes gerichtet, durch die Körper der Leute, eine Erfahrung, die ich am interessantesten fand. All meine Fragen wurden beantwortet, da sie mir wie von selbst einfielen. Sie benutzen kein Geld, weil alles der Gemeinschaft gehört. Keiner betrügt, das Gemeinschaftsleben ist vollkommen harmonisch. Im Laufe der Zeit haben sie gelernt, die gut eingerichteten und studierten Gesetze, die sehr gut sind, einzuhalten. Die meisten der Menschen waren zwischen 1,60 bis 1,70 Meter groß, mit hellbrauner Haut und schwarzen Haaren und Augen, sehr der polynesischen Rasse unserer Tage ähnlich. Es gab auch einige weiße Menschen unter ihnen, ihre Größe lag ungefähr bei zwei Meter, mit blondem Haar und blauen Augen und, in größerer Zahl, einige schwarze. Die letzteren waren groß wie die Weißen und schienen mehr von den Arten wie Tamilin zu sein, und andere schienen auffallend wie unsere Ureinwohner in Australien zu sein. Wir gingen nun in Richtung Hafen, in dem Behälter Schiffe aller Formen und Größen ausgemacht wurden. Die Kaie waren durch riesige Steine errichtet, wie mir gesagt wurde, die aus dem Notora-Steinbruch im Südwesten des Kontinents kamen. Der gesamte Hafen war künstlich geschaffen worden. Wir konnten einige sehr hochentwickelte technische Ausrüstungen in Betrieben sehen, für den Schiffsbau, zum Entladen und Beladen, zum automatischen Durchführen von Reparaturen. Die Schiffe, die im Hafen zu sehen waren, wie ich sagte, eine ungeheure Menge, entsprachen dem Stil der Segelschiffe des 18. und 19. Jahrhunderts, auch gab es Segelschiffe im Stil moderner Yachten. Von Dampfschiffen bis zu ultramodernen Wasserstoff angetriebenen Schiffen. Die riesigen Schiffe vor Anker in der Bucht waren antimagnetisch, Antigravitationsschiffe, von denen mir erzählt worden war. Für den Handel schwammen sie auf dem Wasser, hatten sie aber mehrere tausend Tonnen Lasten zu tragen, fuhren sie mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 90 Knoten einfach über dem Wasser, und das, ohne irgendwelche Geräusche zu machen. Mir wurde erklärt, dass die klassischen Schiffe, die im Hafen lagen, Menschen aus entfernten Ländern, Indien, Japan, China, repräsentierten, die von Mu besiedelt worden waren, jedoch noch nicht die Kapazität hatten, den technologischen Fortschritt auszunutzen. In dieser Hinsicht lernte ich auch von Lation Osi, dass die Führer von Mu viel ihres wissenschaftlichen Wissens wie zum Beispiel Atomenergie, Antigravitation und Ultraschall, geheim hielten. Diese Politik stellte sicher, dass sie ihre Vorherrschaft auf der Erde beibehielten und dass ihre Sicherheit garantiert war. Die Szene wurde wieder beendet und wir befanden uns wieder auf dem Rollfeld, die Nachthansicht der Stadt genießend. Diese wurde einheitlich durch große Kugeln beleuchtet, auch der Weg des Ra, die Straße, die zum Palast von Savanasa führte. Die Kugeln waren zwischen den Skulpturen entlang des Säulenganges der Allee positioniert, und erleuchteten alles, als ob es Tag wäre. Es wurde mir erklärt, dass diese Kugeln Atomenergie in Licht umwandelten und die Kapazität hatten, tausende von Jahren in die Zukunft zu arbeiten, ohne zu verlöschen. Ich gestehe, dass ich es nicht verstand, aber dass ich glaubte, dass es damit so sein muss. Eine weitere Änderung der Szene, es war Tageslicht. Die großartige Allee und die Palastgärten waren von einer Menschenmenge gefüllt, hell gekleidet und an der Spitze der Pyramide befand sich eine riesige weiße Kugel. Anscheinend war der König, den ich in der Pyramide meditieren sah, kurz bevor die Menschenmenge sich ansammelte, gestorben. Mit viel Lärm explodierte die Kugel und ein einstimmiger Jubelschreistieg von den Leuten auf. Dies erstaunte mich, da der Tod üblicherweise Tränen bringt, aber meine Begleiter erklärten mir das folgendermaßen. Michael. Du erinnerst dich nicht an die Lehren, die wir dir beibrachten. Wenn der physische Körper stirbt, wird das astrale Sein befreit. Diese Menschen kennen es auch und feiern das Ereignis. In drei Tagen wird der astrale Körper des Königs die Erde verlassen, um sich wieder dem großen Geist anzuschließen, denn dieser König hat sich in einer vorbildlichen Weise während dieses letzten Lebens auf der Erde geführt, trotz der sehr schwierigen Verantwortung und Aufgaben, die von ihm gefordert wurden. Ich hatte keine Antwort und ich fühlte mich darüber beschämt, von Tau bei meiner Vergesslichkeit ertappt worden zu sein. Plötzlich änderte sich die Ansicht wieder. Wir fanden uns auf der Vorderseite des Palastes. Eine riesige Menschenmenge dehnte sich vor uns aus, so weit das Auge sehen konnte, und neben uns war eine Ansammlung von Würdenträgern, einschließlich einer Person, die in feinster Kleidung, die man sich vorstellen kann, gekleidet war. Dies schien der neue König von Mu zu sein. Etwas an ihm zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Er war vertraut, es war, als wenn ich ihn kannte, aber da er geschminkt war, konnte ich ihn nicht erkennen. Blitzschnell hatte ich die Antwort von Lazonosi. Das bin ich Michel, während eines anderen Lebens. Du erkennst mich nicht, aber du hast meine Astralschwingungen in jenem Körper wahrgenommen. Tatsächlich erlebte Lazonosi das Außergewöhnliche innerhalb des Außergewöhnlichen. Lazonosi sah sich in einem vorhergehenden Leben, während der noch in seinem gegenwärtigen Leben existierte. Aus den Händen eines der Würdenträger bekam der neue König einen prächtigen Kopfschmuck, den er sich selbst aufsetzte. Kopfschmuck, der teils einer Krone und teils der Theara eines Bischofs ähnelte. Laut Verfasser ein Jubelruf erhob sich aus der Menge. Der Kontinent von Mu und über die Hälfte des Planeten, die am meisten entwickelten Nation, hatte einen neuen König. Die Masse schien in einem Freudentaumel. Tausende kleiner Luftballons, Granatfarben und hellorange, flogen hoch in den Himmel, und ein Orchester begann zu spielen. Die Musiker des Orchesters zählten mindestens 200 Personen, die alle auf fliegenden Plattformen um die Gärten des Palastes und die Pyramide verteilt waren. Auf jeder Plattform spielte eine Gruppe von Musikern auf unbeschreiblich seltsamen Instrumenten in einer solchen Weise, dass der Klang so verteilt wurde, als ob sie durch gigantische Stereo-Lautsprecher käme. Die Musik war keine Musik, die mir vertraut war. Außer einer Art von Flöte, die Töne in einer ganz speziellen Frequenz erzeugte, modulierten die Instrumente alle Klänge der Natur. Zum Beispiel das Heulen des Windes, das Summen von Bienen in den Blumen, die Lieder der Vögel, den Klang von Regen, der in einen See viel oder von Wellen, die auf einen Strand krachten. Es war alles so geschickt angeordnet, der Klang einer Welle könnte in dem Gärten entstehen, gegen dich und über deinem Kopf rollen und zu Ende sein, indem sie mit einem Schritt auf die große Pyramide krachte. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass Menschen, egal wie fortgeschritten, solch ein Meisterstück in Vollendung wie dieses, spielen könnten. Die Menschenmenge, die Adligen und der König, schienen die Musik innerhalb ihrer Seelen zu erleben, so verzückt waren sie. Ich wäre auch gerne geblieben um zuzuhören und mehr zu hören von diesem Lied der Natur. Sogar in meiner astral-psychosphärischen Situation drang diese Musik ein, und die Wirkung war wie ein bindender Zauberspruch. Ich wurde daran erinnert, dass wir dort nicht zum Vergnügen waren. Die Szene verschwand. Sofort sah ich eine außergewöhnliche Versammlung, die auf den König und seine sechs Berater beschränkt war. Mir wurde erklärt, dass die Angelegenheit ernst war, da der König sich nur mit diesen sechs Straff. Der König war merklich gealtert, da wir in der Zeit um zwanzig Jahre vorwärts gesprungen waren. Jeder der Anwesenden sah ernst aus, während sie den technischen Wert ihrer Seismografen diskutierten, und ich war fähig, innerhalb einer hundertstel Sekunde alles zu verstehen. Ich konnte dem Verlauf ihrer Diskussionen folgen, als ob ich einer von ihnen war. Einer der Berater behauptete, dass der Seismograf gelegentlich unzuverlässig geprüft hatte, aber es keinen großen Grund zur Besorgnis gäbe, aber ein anderer sagte, dass sich der Seismograf als fehlerlos und genau erwiesen hatte, seit das Modell zur Zeit der ersten Katastrophe im Westen des Kontinents aufgestellt war. Während sie sprachen, fing der Palast an, wie Blätter eines Baumes im Wind zu zittern. Der König erhob sich, seine Augen weit vor Überraschung und Furcht. Zwei seiner Berater fielen von ihren Sitzen. Draußen schien ein großer Lärm von der Stadt zu kommen. Die Szene änderte sich wieder plötzlich und wir waren draußen. Der Mond war voll und erleuchtete die Gärten des Palastes. Alles war wieder ruhig geworden, zu ruhig. Der einzige Ton, der zu hören war, war ein dumpfes Scrollen, das vom Rand der Stadt kam. Plötzlich liefen die Bediensteten des Palastes und sie hasteten in alle Richtungen. Mehrere der Säulen, die die Kugeln zur Beleuchtung entlang der Allee hielten, schwankten oder lagen auf dem Boden, zerschlagen. Aus dem Palast erschienen schnell laufend der König und sein Gefolge, um eine fliegende Plattform zu steigen und sofort in Richtung Flughafen zu steuern. Wir folgten ihnen. Um die Fluggeräte auf dem Feld und im Terminal herrschte Verwirrung. Einige Leute hielten eine Instrumententafel auf die Maschinen, sie schrien und schoben einander. Die fliegende Plattform des Königs bewegte sich schnell zu einem der Fahrzeuge, die abseits von den anderen standen, und er als auch seine Leute stiegen ein. Andere Schiffe starteten schon, als ein ohrenbetäubender Ton aus den Tiefen der Erde stieg, ein merkwürdiger, ununterbrochener Ton, wie Donner. Der Flugplatz zerriss plötzlich wie ein Blatt Papier, und eine enorme Säule von Feuer hüllte uns ein. Die Maschinen, die sich gerade erhoben hatten, wurden mitten in den Flammen eingeschlossen und explodierten. Die Menschen, die auf den Flugplatz gelaufen waren, wurden in die Spalte gerissen. Das Fluggerät des Königs, das sich noch auf dem Boden befand, fing Feuer und explodiert auch. In diesem Moment, als sei der Tod des Königs ein Signal gewesen, sahen wir die große Pyramide in einem einzigen Block in die Spalte, die sich entlang der Hochebene verlängerte und verbreitete, versinken. Die Pyramide hatte während eines Moments auf dem Rand der Spalte balanciert, dann wurde sie in einem gewaltigen Zittern von den Flammen verschlungen. Wieder entdeckte sich die Szene. Wir hatten eine Sicht auf den Hafen und die Stadt, die aussahen, als bewegten sie sich auf den Wellen des Ozeans. Die Gebäude begannen zusammenzubrechen, begleitet durch Schreie des Schreckens in diesen Szenen des Horrors, der erschienen war, und alles verschwand unter den Flammen. Ohrenbetäubende Explosionen traten auf, die osttief unter der Oberfläche der Erde hochbrachen. Ganze Vororte stürzten in die Erde. Dann folgten riesige Stücke vom Kontinent. Der Ozean ergoss sich in die riesigen Abgründe und füllte sie, und plötzlich, das ganze Plateau von Savanasa, ging im Wasser unter, wie ein riesiges, sinkendes Passagierschiff, aber viel schneller. Mächtige Strudel wurden gebildet und in ihnen konnte ich Menschen sehen, die sich verzweifelt an Trümmer klammerten und vergeblich versuchten zu überleben. Es war entsetzlich, dass ich so eine Katastrophe gesehen hatte, trotz des Wissens, dass es vor 14.500 Jahren gewesen ist. Wir begannen schneller über den Kontinent zu fliegen, überall fanden wir die gleichen Katastrophen. Wasser hetzte in gigantischen Wellen über das Plateau und riss es in die Tiefe. Wir näherten uns einem Vulkan, der gerade ausgebrochen und sehr nahe war, dort sahen wir, das Felsen begannen sich mit einer gigantischen Bewegung zu erheben, als ob sie von einer riesigen Hand über die Lava gehoben wurde, einen Berg vor unseren Augen schaffend. Dies schien weniger Zeit zu brauchen, als das Plateau von Savanasa verschwinden zu sehen. Die Szene verschwand wieder, um von anderen abgelöst zu werden. Michael, wir kommen in Südamerika an, wo die Katastrophe noch nicht stattgefunden hat. Wir werden hier einen Blick auf die Küste und den Hafen von Tijuana haben. In der Zeit sind wir zurückgegangen, bevor das erste Beben begann, und der König von Mu sich mit seinen Beratern traf. Wir waren auf den Käse des großen Hafens von Tijuana. Es war Nacht und der Vollmond leuchtete auf das Land, obwohl er bald untergehen würde. Im Osten kündigte ein schwaches Leuchten des Himmels die Dämmerung des kommenden Tages an. Alles war ruhig. Bächter patrouillierten an den Käse, in denen zahlreiche Boote verteut waren. Einige Rauflustige feierten und betraten ein Gebäude, auf dem ein kleines Nachtlicht schien. Hier konnten wir einige der Kugellampen von Museen, aber nur ein paar. Wir flogen über den Kanal, wo einige Schiffe aus Richtung Binnenmeer kommend jetzt Brasilien zu sehen waren. Unsere Gruppe hatte die Möglichkeit, sich auf der Brücke eines hübschen Segelschiffs auszuruhen. Ein vom Westen kommendes Lüftchen drückte das Schiff von hinten. Das Schiff hatte zwei Segel gesetzt, da es durch einen Bereich segelte, der mit zahlreichen Booten verstopft war. Es gab drei Masten auf Deck, wirklich modern und stilvoll, und hatte eine ungefähre Länge von 70 Metern. Nach der Form des Schiffskörpers, wäre es zu großer Geschwindigkeit in offenen Gewässern fähig. Einen Moment später befanden wir uns in der Kabine eines großen Seemannes, die mit gut einem Dutzend Kurien für alle ausgestattet war. Alle waren eingeschlafen, abgesehen von zwei Männern im Alter von ungefähr 30 Jahren, die aufgrund ihrer physischen Erscheinung wahrscheinlich von Mu kamen. Sie saßen an einem Tisch, in ein Spiel vertieft, das gut Mahjong hätte sein können. Meine Aufmerksamkeit wurde auf einen davon gelenkt, möglicherweise älter als sein Begleiter, dessen langes, dunkles Haar mit einem roten Halstuch zusammengebunden war. Ich fühlte mich von ihm angezogen, wie von einem Stück Eisen von einem Magneten, und im gleichen Augenblick, meine Begleiter mit mir nehmend, war ich in ihm. Als ich durch ihn ging, fühlte ich eine fast elektrische Anregung, und eine Empfindung von Liebe, wie ich es vorher nie gefühlt hatte, drang in mein Sein ein. Ich fühlte ein unbestimmbares Einssein mit ihm, und ich ging wieder und wieder durch ihn. Dies ist leicht zu erklären, Michael. In diesem Mann wirst du mit deinem Astralkörper wieder vereinigt. Dies bist du in einem deiner vorausgegangenen Leben. Aber du bist hier als ein Beobachter, und es ist keinem Zweck gedient, indem du versuchst, dies wieder zu erleben. Du bist nicht betroffen. Mit Bedauern folgte ich meinen Begleitern zurück auf die Brücke. Plötzlich, vom Westen her, war in weiter Entfernung eine laute Explosion zu hören, dann noch eine andere Nähe. Im Westen begann der Himmel zu glühen. In der Nähe hörten wir noch viel stärkere Explosionen und beobachteten den Ausbruch eines Vulkans, der den westlichen Himmel über einen Radius von 30 Kilometer beleuchtete. Auf dem Kanal und im Hafen sahen wir eine fieberhafte Erregung, Schreie ertönten und Sirenen klangen. Wir hörten laufende Schritte und die Seeleute von unten, sammelten sich auf der Brücke. Unter ihnen konnte ich den Matrosen sehen, der mein Astralkörper war, genauso erschrocken wie die anderen, und ich fühlte eine enorme Welle von Mitgefühl für das Panische, selbst das er trug. In der Umgebung der Stadt sah ich in der Glut des Vulkans eine glänzende Raumfähre sich sehr rasch in den Himmel erhebend, und schließlich verschwand sie aus meinem Blickfeld. Ja, das war eins unserer Raumfahrzeuge, erklärte Tao mir. Es wird die Katastrophe von sehr hoch oben beobachten. Es gibt 17 Menschen an Bord, die das tun werden, was sie können, um den Überlebenden zu helfen, aber das werden sehr wenige sein. Sie werden darüber wachen. Der Boden begann zu beben und zu grollen. Drei weitere Vulkane kamen durch die Oberfläche des Ozeans in der Nähe der Küste, nur um von den Wassern verschlungen zu werden, so schnell wie sie erschienen waren. Gleichzeitig führte es dazu, dass eine Sturmflut von ungefähr 40 Metern in einem höllischen Getöse an die Küste schlug. Bevor sie die Stadt aber erreichten, begann das Land unter uns, sich zu erheben. Der Hafen, die Stadt und die Landschaft, ein ganzer Teil des Kontinents, erhob sich schnell und blockierte den Angriff der Wellen. Um besser sehen zu können, erhoben wir uns höher. Ich wurde ein ein gigantisches Tier erinnert, das seinen Rücken welbt, während es sich ausdehnte, nachdem es sich aus einer Höhle befreit hatte. Die Schreie der Leute erreichten uns als ein gewaltiges Kreischen. Sie waren voller Panik und Wut, während die Stadt sich erhob, als ob sie in einem Aufzug wäre, und es schien, dass ihr Aufstieg niemals aufhören würde. Die Boote waren auf den Felsen zerschlagen worden, die zum Ozean geschleudert wurden, und ich sah zu, als der Seemann, den wir zurückgelassen hatten, sprichwörtlich pulverisiert wurde. Eins meiner Selbste war gerade zu seiner Quelle zurückgekehrt. Es schien, dass die Erde vollkommen seine Form umgestaltete. Die Stadt verschwand als dicke, schwarze Wolke, während vom Westen das Land mit Lava und Asche, die die Vulkane spukten, überhäuft wurde. Zwei Worte für die Beschreibung kamen hinzu, um diesen Moment zu bezeichnen, grandios und apokalyptisch. Alles verschwamm und ich spürte, dass meine Begleiter sich nah um mich begaben. Ich erkannte eine silbergraue Wolke, die sich in einer schwindelerregenden Geschwindigkeit von uns fortbewegte, und dann erschien Tiaoba. Ich hatte den Eindruck, dass wir an den Silberfäden zogen, um schnell in unsere physischen Körper zurückzukehren, die auf uns zu warten schienen, riesig, ähnlich einem Berg, und schrumpfend, während wir uns näherten. Meine astralen Augen schätzten die Schönheit der Farben hier auf diesem goldenen Planeten, nachdem sie die Albträume ausgehalten hatten, die wir gerade zurückgelassen hatten. Ich fühlte die Hände, die meinen physischen Körper befüllten, gehen. Meine Augen öffnend, sah ich mich um. Mein Begleiter stand auf und lächelte, und Tao fragte mich, ob ich in Ordnung wäre. Danke der Nachfrage, sehr gut. Ich bin sehr überrascht, dass noch hell draußen ist. Natürlich ist es noch hell, Michael. Wie lange denkst du, dass wir weg waren? Ich weiß es wirklich nicht. Fünf oder sechs Stunden. Nein, sagte Tao amüsiert. Nicht mehr als 15 Loses, ungefähr 15 Minuten. Tao und Biastra nahmen mich bei der Schulter und führten mich mit einem herzhaften Lachen über meine Verblüffung, aus dem Entspannungszimmer. Lazonosi folgte uns in nicht ganz so überschwänglichem Vergnügen. Kapitel 9 Unsere sogenannte Zivilisation als ich meinen Respekt ausgesprochen und mein Lebewohl Lazonosi und seinen Begleitern gesagt hatte, verließen wir das Dorf und stiegen auf die fliegende Plattform, um mich in meinem Doku zurückzuziehen. Wir nahmen diesmal einen anderen Weg, über große kultivierte Felder fliegend, und lange genug pausierend, damit ich die Ernte des Weizings beobachten konnte, der dort mit sehr großen Ähren wuchs. Unser Weg brachte uns auch über eine sehr interessant aussehende Stadt, nicht nur weil dort Dorcas vom Größten zum Kleinsten standen, sondern weil dort eigentlich keine sie verbindenden Straßen waren. Ich verstand den Grund dafür. Die Leute hier waren fähig, sich von Ort zu Ort durch Fliergehen zu bewegen, mit oder ohne einen Lativuk, sodass richtige Straßen unnötig waren. Wir kamen in der Nähe von riesigen Dorcas vorbei, die von Menschen betreten und verlassen wurden, Dorcas, ähnlich der Größe wie sie am Raumhafen waren. Dies sind die Fabriken, in denen unser Essen vorbereitet wird, erklärte Taomir. Das Mana und die Gemüse, die du gestern in deinem Doku gegessen hast, waren hier vorbereitet worden. Wir hielten nicht, sondern flogen über die Stadt und dann über den Ozean. Bald hatten wir die Insel erreicht, auf der sich mein Doku befand. Unser Fahrzeug am üblichen Ort stehen lassend, gingen wir hinein. Hast du gemerkt, dass du seit gestern Morgen nichts mehr gegessen hast? Du wirst auf diese Weise abnehmen. Bist du nicht hungrig? fragte Tau. Überraschenderweise bin ich nicht besonders hungrig, trotzdem ich auf der Erde vier Mahlzeiten pro Tag einnehme. Es ist nicht wirklich so überraschend, mein Freund. Unser Essen wird ja in einer solchen Weise vorbereitet, dass die Kalorien, die das Essen enthält, in regelmäßigen Abständen über einem Zeitraum von zwei Tagen freigesetzt werden. Wir werden weiter ernährt, ohne unsere Mäden zu überlasten. Dies ermöglicht uns, in unserem Verstand klar und aufmerksam zu bleiben und, schließlich muss unser Verstand Priorität haben, oder ist es nicht so? Ich nickte in meiner Zustimmung. Wir nahmen uns dann verschiedene farbige Gerichte und ein wenig Manna und, während wir ein Glas Hydromel genossen, fragte Tau, was denkst über deinen Aufenthalt auf Tiaoba, Michel? Was denke ich davon? Vielleicht solltest du lieber nach meiner Erfahrung dieses Morgens fragen, da ich an den Planeten Erde denke. Es schien mir während jener 15 Minuten, dass Jahre vergangen wären. Einige Momente waren ganz offensichtlich fürchterlich, aber andere fesselten mich. Könnte ich dich fragen, warum du mich in diese Zeit während unserer Reise geführt hast? Eine sehr gute Frage, Michel. Ich bin froh, dass du gefragt hast. Wir wollten dir zeigen, dass es vor deiner gegenwärtigen, sogenannten Zivilisation auf der Erde wahre Zivilisationen gegeben hatte. Wir entführten dich nicht und holten dich einige Milliarden Kilometer hierher, um dir die Schönheit unseres Planeten zu zeigen. Du bist hier, weil du einer Zivilisation angehörst, die einen falschen Weg eingeschlagen hat. Die meisten Nationen auf der Erde glauben, dass sie sehr fortgeschritten wären, das ist nicht so. Eher sind eure Kulturen dekadent durch die Führer und die sogenannten Elite-Klassen. Das ganze System wird verfälscht. Wir wissen dieses, weil wir sehr genaue Beobachtungen über den Planeten Erde, besonders während der der letzten Jahre, durchgeführt haben, aber das wird dir der große Taura erklären. Wir sind in der Lage, zu erkennen, was auf einer ganzen Reihe von Wegen passiert. Wir können unter euch in physischen Körpern oder als Astralwesen leben. Wir sind nicht einfach anwesend auf deinem Planeten, wir können das Verhalten eurer Führer beeinflussen, glücklicherweise für euch. Z. B. Hielt unser Eingreifen Deutschland davon ab, die erste Nation zu sein, die Atombombe zu verwenden, denn es wäre für den Rest der Menschheit auf der Erde katastrophal gewesen, wenn der Narzissmus am Ende des Zweiten Weltkrieges triumphiert hätte. Wie du wissen wirst, bedeutet ein totalitäres Regime einen großen Rückschritt für eine Zivilisation. Wenn Millionen von Menschen in die Gaskammern geschickt werden, weil sie Juden sind, können sich ihre Mörder nicht rühmen, zivilisierte Menschen zu sein. Noch weniger könnten die Deutschen glauben, dass sie auserwählte Menschen seien. Um so zu handeln, wie sie es machten, mussten sie niedriger fallen als ein Stamm von Kannibalen. Die Russen, die Tausende in Konzentrationslager zum Arbeiten schickten, und die Tausende mehr beseitigten? Solche Regime stellen eine Gefahr dar, und sind nicht besser. Auf der Erde gibt es einen großen Bedarf an Disziplin, aber Disziplin bedeutet nicht Diktatur. Der große Geist, der Schöpfer selbst, verpflichtet keine Kreatur, Mensch oder sonst irgendwer, gegen ihren Willen zu handeln. Wir alle haben die Willensfreiheit, und es ist an uns, uns zu disziplinieren, um sich spirituell zu verbessern. Erklärung Dessen Wille war ursprünglich sein Wille. Dies verursacht in dem ganzen Satz eine doppelte Bedeutung. Dessen Willen? Schöpfer oder Mensch? Natürlich Mensch. Sätze wie diese wurden immer wieder in religiösen Texten fehlübersetzt, und die Leute wurden angehalten, nachzugeben, sich, Gott zu unterziehen, dieses wurde natürlich vom Klerus formuliert, um die Menge kontrollieren zu können. Willensfreiheit ist vollkommen unentbehrlich für spirituelle Entwicklung. Wir benutzten das Plural, Geschöpfe, Menschen, um die Mehrdeutigkeit zu beseitigen. Seinen Willen einem anderen Wesen auf eine Art und Weise aufzuzwingen, die das Individuum vom Privileg der Ausübung seines eigenen freien Willens beraubt, ist eins der größten Verbrechen, das der Mensch begehen kann. Was jetzt in Südafrika geschieht, ist eine Verbrechen an der Menschheit. Rassismus selbst ist ein Verbrechen. Tau, es gibt etwas, was ich nicht verstehe, unterbrach ich sie. Du sagst, dass du die Deutschen davon abgehalten hast, die Ersten zu sein, die die Atombombe haben, aber warum hieltest du nicht alle Länder davon ab, sie zu haben? Du musst zugeben, dass wir, seit die Menschheit an dem Punkt ankam Atomkraft zu haben, sitzen wir auf einem Vulkan. Wenn du das sagst, fühlst du dich nicht in einer Art für Hiroshima und Nagasaki verantwortlich? Michel, natürlich schaust du dir diese Dinge in einer sehr vereinfachten Weise an. Für dich ist alles schwarz oder weiß, aber es gibt auch viele Grautöne. Wenn der Zweite Weltkrieg nicht gestoppt worden wäre, hätte es außer der Bombardierung und Zerstörung jener beiden Städte, viele weitere Todesfälle, so viele, wie es Opfer durch die Atombomben gab, gegeben. Wie sagst du in deiner Sprach, wir wählten das geringere der zwei Übel. Wie ich dir bereits früher gesagt habe, können wir eine Hand reichen, aber wir sorgen uns nicht um die feinen Details einer Situation. Es gibt sehr strenge Regeln, die befolgt werden müssen. Die Bombe musste existieren, einfach weil sie auf allen Planeten entdeckt wird. Einmal in der Existenz, können wir entweder zuschauen was folgt, als Zuschauer, oder wir können einschreiten. Wenn wir einschreiten dann deshalb, der Seite einen Vorteil zu geben, die am aufrichtigsten und am respektvollsten der Freiheit gegenüber ist. Wenn bestimmte Leute, die dein Buch lesen, scheinbar answeifeln oder anfechten was geschrieben wurde, fordern sie heraus, das Verspinden von Milliarden Nadeln, die sie vor mehreren Jahren in die Umlaufbahn der Erde gesetzt hatten, zu erklären. Nadeln? Elf Jahre nach Michels Abenteuer, erklärten amerikanische Wissenschaftler im August 1998. In einem Experiment zur Verteidigungstelekommunikation der USA waren 80 Punkte in der Umlaufbahn mit diesen Nadeln bestückt, die im Mai 1963 aus der Bahn kamen. Es hieß, dass durch den Strahlendruck des Sonnenlichtes. Die winzigen Nadeln, alle 400 Millionen, aus der Umlaufbahn geschoben wurden. Hat jemand je davon gehört, dass das Sonnenlicht im Universum etwas aus der Umlaufbahn geschoben hat? Warum werden Raketen benutzt? Um das Ausmaß zu begreifen, sollte man einmal die Masse von 400 Millionen Nadeln berechnen. Bitte sie auch, das zweite Verschwinden von Milliarden dieser Nadeln zu erklären, die sie wieder in die Umlaufbahn brachten. Sie werden wissen, worauf du dich beziehst. Wir sind verantwortlich für das Verschwinden dieser Nadeln, weil wir meinen, dass sie potenziell verhängnisvoll für deinen Planeten sind. Wir hindern manchmal deine Experten daran, Spiele zu spielen, aber es ist wichtig, dass sich auf unsere Hilfe nicht verlassen wird, wenn Fehler gemacht werden. Wenn wir es für geeignet halten um eine Hand zu reichen, tun wir es, aber wir können nicht, und wir wollen euch nicht, automatisch vor Katastrophen retten, damit würden wir gegen das universelle Gesetz verstoßen. Du siehst, Michel, Atomwaffen scheinen Angst in die Herzen der Menschen auf der Erde zu bringen, und ich gebe zu, dass ein Damoklesschwert über euren Köpfen hängt, aber es ist nicht die wirkliche Gefahr. Die wirklichen Gefahren auf der Erde, in eine Reihenfolge gebracht sind. Zuerst das Geld, dann die Politiker, als drittes die Journalisten und Drogen und als viertes die Religionen. Diese Gefahren beziehen sich keineswegs auf Kernwaffen. Wenn die Leute auf der Erde von einer nuklearen Katastrophe ausgerottet würden, würde ihr Astralis sein gehen, wohin es nach dem Tod gehen muss, und die natürliche Reihenfolge von Tod und Wiedergeburt würde beibehalten werden. Die Gefahr liegt nicht im physischen Tod des Körpers, wie Millionen glauben. Die Gefahr existiert in der Art, wie gelebt wird. Auf deinem Planeten ist Geld das Schlimmste aller Übel. Versuche dir jetzt, das Leben ohne Geld vorzustellen. Du siehst, sagte Tau, während sie meine Anstrengungen las, du kannst dir noch nicht einmal ein Leben ohne Geld vorstellen, da du in dieses System verwickelt bist. Vor gerade zwei Stunden jedoch hast du gesehen, dass die Leute von Mu fähig waren, ihren Bedürfnissen ohne irgendein Geld auszugeben, entsprechen konnten. Du hast bemerkt, das weiß ich, dass die Leute sehr glücklich waren und sehr fortgeschritten. Die Zivilisation von Mu drehte sich um die Gemeinschaft, sowohl spirituell als auch materiell, und sie gedieh. Natürlich darfst du Gemeinschaft nicht mit Kommunismus verwechseln, wie er in gewissen Ländern auf der Erde existiert. Kommunismus, wie er auf der Erde ausgeübt wird, ist ein wesentlicher Bestandteil eines totalitären Regimes, eher als demokratisch, und als solches erniedrigt es die Menschen. Leider ist es, das Geld betreffend, schwierig, konstruktiv auf der Erde zu helfen, da dein ganzes System darauf basiert. Wenn Deutschland 5000 Tonnen australische Wolle braucht, kann es nicht dafür 300 Mercedes und 50 Traktoren schicken. Dein Wirtschaftssystem funktioniert nicht auf diese Weise, daher ist es schwierig, das System zu verbessern. Andererseits könnte viel hinsichtlich der Politiker und politischen Parteien erreicht werden. Du bist mit allen im gleichen Boot. Und es gibt einen nützlichen Vergleich, der zwischen einem Land oder Planeten und einem Boot gemacht werden kann. Jedes Boot muss seinen Kapitän haben, aber damit es gut läuft erfordert es die Fähigkeit und einen Geist der Zusammenarbeit zwischen den Seeleuten, sowie ihren Respekt für ihren Kapitän. Wenn ein Kapitän kenntnisreich, erfahren und schnell denkend und ehrlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass seine Mannschaft ihr Bestes durch und für ihn gibt. Es sind letztendlich die inneren Werte des Kapitäns, ohne Rücksicht auf seinen politischen oder religiösen Stand, die die Wirksamkeit seiner Operationen bestimmt werden. Stell dir zum Beispiel vor, dass ein Kapitän von seiner Besatzung gewählt werden müsste, mehr aus Gründen der Politik, als für seine Fähigkeit in der Navigation und seiner kühlen Handlung in Gefahrenzeiten. Um uns die Situation besser vorstellen zu können, nehmen wir an, dass wir eine wirkliche Wahl überwachen. Wir stehen auf einem führenden Dock, wo 150 Besatzungsmitglieder und drei Bewerber, ein Schiff zu führen, versammelt sind. Der erste ist ein Demokrat, der zweite ein Kommunist, und der dritte ein Konservativer. Unter den Besatzungsmitgliedern gibt es 60 mit einem Hang zum Kommunismus, 50 Demokraten und 40 Konservative. Jetzt werde ich dir zeigen, dass diese Wahl nicht angemessen geführt werden kann. Der kommunistische Anwärter muss gewisse Versprechen den Demokraten und Konservativen geben, wenn er gewinnen will, weil ihm 60 Stimmen in der Abstimmung nur garantiert sind. Er muss also mindestens 16 Männer von den anderen Parteien davon überzeugen, dass es in ihrem Interesse ist, wenn sie ihn wählen. Aber wird er die Versprechen, die er macht, halten können? Natürlich bezieht sich das Gleiche auf die anderen zwei Kandidaten. Wenn einer oder der andere Kapitän auf See wären, wird er immer feststellen, dass eine bedeutende Anzahl seiner Besatzung sich grundsätzlich seinen Befehlen entgegenstellen, deshalb besteht dort immer ein großes Risiko zur Meuterei. Natürlich ist dies keine Methode, einen Kapitän zu erhalten, glücklicherweise. Ich möchte bloß die Gefahren veranschaulichen, die bei Wahlen von Führern, basierend auf eine politische Ausrichtung, ungeeigneter sind, als eine Führung deren Fähigkeit Leute ehrlich zu führen überwiegen. Ich muss bei diesem Thema noch einen anderen Punkt betonen. Wenn unser Kapitän auserkoren wurde, der Führer eines Schiffes auf See zu sein, ist er der und nur der Führer des Schiffes, während er, wenn ein Parteiführer zu einem Staatsoberhaupt gewählt wird, sofort mit einem Führer der Opposition konfrontiert wird. Vom Beginn seiner Führung an wird er, ob seine Entscheidungen gut oder schlecht sind, systematisch von einer Gegenpartei kritisiert werden, was planmäßig zu seiner Verbiegung führen wird. Wie kann ein Land unter solch einem System regiert werden, Michel? Hast du eine Lösung? Selbstverständlich, und sie ist dir schon beschrieben worden. Die einzige Lösung ist, dem Beispiel der Regierung von Mut zu folgen. Das bedeutet, dass ein Staatsoberhaupt, einen Führer zu wählen, dessen einziges Ziel das Wohl der Menschen ist, einen Führer, der nicht durch falschen Stolz oder eine Partei und persönliche finanzielle Ambitionen motiviert ist, der politische Parteien beseitigt und den Groll und Hass, der mit ihnen einhergeht. Der euch führt, eure Hand eurem Nachbarn zu reichen, ihn zu akzeptieren, und geachtet irgendwelcher Unterschiede, und miteinander zu arbeiten. Das ist schließlich, im gleichen Boot mit dir zu sein, Michel. Er ist ein Teil des gleichen Dorfes, der gleichen Stadt, der gleichen Nation, des gleichen Planeten. Was ist mit dem Haus, das deinen Schutz bildet, Michel? Es ist aus Ziegelsteinen. Holz, Fliesen, Gips, Nägeln. Tatsächlich, und aus was werden all diese Materialien gemacht und wodurch? Atome, natürlich. Perfekt. Jetzt müssen diese Atome, wie du weißt, sich sehr eng verbinden, um einen Ziegelstein oder anderes Baumaterial zu bilden. Was würde geschehen, wenn diese Atome einander abstoßen würden, anstatt sich zu verbinden, wie sie es tun? Zerfall würde eintreten. Und nun sind wir da, wo ich mit dir hin wollte. Wenn du deinen Nachbarn, deinen Sohn oder deine Tochter wegschiebst, wenn du nicht immer bereit bist, jenen, die dich nicht mögen, auch zu helfen, trägst du zum Zerfall deiner Zivilisation bei. Und das ist das, was auf der Erde durch Hass und Gewalt immer mehr geschieht. Betrachtet zwei Beispiele, die auf eurem Planeten allen bekannt sind, dass Gewalt keine Lösung ist. Der erste ist Napoleon Bonaparte, der durch die Armen ganz Europa besiegen konnte, und er schaffte es als nationale Führer seine eigenen Brüder einzusetzen, die das Risiko von Landesverrat vermindern sollten. Viele akzeptierten, dass Napoleon ein Genie und wirklich ein fähiger Organisator und Gesetzgeber war, da viele seiner Gesetze noch 200 Jahre später in Frankreich existierten. Es löste sich schnell auf, weil es durch die Verwendung von Armen geschafft worden war. Als Zweiter versuchte Hitler auf ähnlicher Weise Europa gewaltsam zu besiegen, und du weißt, was dort geschah. Gewalttätigkeit zahlt sich nicht aus und wird sich nie auszahlen. Die Lösung liegt in der Liebe und der Kultivierung des Verstandes. Hast du jemals bemerkt, dass rund um die Welt, und besonders in Europa, viele große Schriftsteller, Musiker und Philosophen im 19. und frühen 20. Jahrhundert auftauchten? Ja, ich glaube, dass es so ist. Weißt du warum? Nein. Weil zusammen mit dem Beginn von Elektrizität, dem Verbrennungsmotor, das Automobil, das Flugzeug und so weiter die Menschen auf der Erde die Bearbeitung ihrer Spiritualität vernachlässigten und sich auf die materielle Welt konzentrierten. Jetzt, wie der große Taora erklärte, stellt der Materialismus eine der größten Bedrohungen in deinem gegenwärtigen Leben und deinen künftigen Leben dar. Nach den Politikern hast du das Problem mit den Journalisten und Reportern. Es gibt einige unter ihnen, obwohl leider sehr selten, die versuchen, ihren Job der Verbreitung von Information ehrlich und aufrichtig zu machen, und sich um ihre Quellen kümmern. Aber wir sind sehr beunruhigt, dass die meisten von ihnen nur Sensationen suchen. Euer Fernsehen bringt immer mehr Szenen von Gewalt auf den Bildschirm. Wenn jene Verantwortlichen verpflichtet würden Psychologie zu studieren, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung, solche schwerwiegende Verantwortung zu übernehmen. Eure Reporter scheinen regelrecht Szenen von Gewalt, Mord, Tragödien und Katastrophen zu suchen? Wir sind von eurem Verhalten angeekelt. Die Führer eines Landes, die Journalisten, in der Tat jeder, der in einer Position ist, Einfluss auf die Menschen auszuüben, hat eine enorme Verantwortung gegenüber den Millionen Menschen, die weniger als ihre gleichgestellten Geschöpfe sind. Zu oft vergessen sogar jene, die in ihre Positionen von den Menschen gewählt wurden, die Verpflichtung, die sie in dieser Hinsicht übernommen haben, bis einige Monate vor einer neuen Wahl, wenn sie auftreten und die Unzufriedenheit der Menschen sehen, und wenn sie merken, dass sie abgewählt werden könnten. Das ist zwar nicht der Fall bei den Journalisten, doch, da sie keine Vertrauen bei den Menschen erwecken müssen um ihre Positionen zu erreichen, haben sie eine ähnliche Macht, in Arten zu beeinflussen, die gut oder schlecht sind. Tatsächlich sind sie fähig viel zu tun, sie können die öffentliche Aufmerksamkeit auf Gefahren lenken und vor Ungerechtigkeit warnen, und dies sollte ihre Hauptfunktion sein. Um auf die Notwendigkeiten für solche hochrangigen Leute zurückzukommen, Psychologie zu verstehen und anzuwenden, werde ich dir ein gutes Beispiel geben, um zu veranschaulichen, was ich meine. Im Fernsehen sehen wir den folgenden Bericht. Ein junger Mann hat gerade ein Gewehr genommen und sieben Menschen einschließlich zwei Frauen und zwei kleine Kinder getötet. Der Reporter zeigt die Blutflecke und die Körper und fügt hinzu, dass der Mörder den Stil eines Schauspielers imitiert hatte, der weithin bekannt ist für seine gewaltsame Rolle in Filmen. Und das Ergebnis? Der Mörder wird stolz auf sich sein, er hat nicht nur den Ruf eines national Berüchtigten erreicht, er ist auch mit einem der populärsten Helden gewaltsamer moderner Filme verglichen worden. Aber darüber hinaus, wird ein anderer Ehrer, der diesen Report sieht und die Kommentare des Reporters hört, der diesem abscheulichen Verbrechen ungerechtfertigte Aufmerksamkeit zollt, wird dazu inspiriert werden, seinen eigenen Moment nationaler Glorie zu suchen. Solch eine Person ist normalerweise fehlgeleitet, jemand, der unterdrückt, frustriert, gehemmt ist, jemand, der ignoriert wurde und der sich nach Anerkennung sehnt. Er hat gerade den Bericht gesehen und er weiß, dass über jede Gewalttätigkeit berichtet wird, und manchmal sogar von TV-Reporten und Journalisten übertrieben. Vielleicht wird sein Bild auf der Titelseite aller Zeitungen erscheinen, warum nicht? Dann wird er vor Gericht kommen und wird vielleicht einen Namen wie Jack Ripper oder möglicherweise mit jemandem wie dem Frauenmörder oder dem Bürger mit den Samthandschuhen verglichen. Er wird dann nicht mehr zu den normalen Sterblichen zählen. Der Schaden, den solch unverantwortliche Reportage anrichtet, ist unvorstellbar. Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit sind keine Qualitäten in einer zivilisierten Nation. Darum sage ich dir, dass sie auf der Erde noch nicht einmal den ersten Buchstaben des Wortes Zivilisation erreicht haben. So, wie sieht die Lösung aus? Warum stellst du solch eine Frage, Michel? Du bist gewählt worden, weil wir wissen, wie du denkst, und ich weiß, dass du die Antwort auf deine Frage kennst. Wenn du darauf bestehst, wirst du es noch aus meinem Mund hören. Journalisten, Reporter und jeder andere, dessen Funktion es ist Informationen zu verbreiten, sollte nicht mehr als zwei oder drei Zeilen solchen Fällen von Mord widmen. Sie könnten einfach sagen. Wir haben gerade vom Mord an sieben Menschen, die ein verantwortungsloser Ehre beging, gehört. Diese Morde waren ein trauriges Ereignis in einem Land, das sich als zivilisiert betrachtet. Punkt jene, die für Tage oder Wochen Ruhm suchen, würden davon einen Schritt zurücktreten, wenn ihre Bemühungen so weinig Publikation bekämen. Stimmst du mir dazu? Was sollten dann ihre Berichte enthalten? Es gibt so viele lohnende Dinge. Berichte von lohnenden Ereignissen, die die Psyche der Menschen eher verbessern, als sie in einer negativen Weise einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Zu zeigen, wie das Leben riskiert wird, um ein Kind zu retten, das fast ertrank, oder von der Hilfe, die den Armen gewährt wird, um erlos zu verbessern. Natürlich stimme ich mit dir darüber vollkommen überein, aber ich bin sicher, dass der Kreislauf der Zeitungen von den sensationellen Berichten abhängig ist, die sie enthalten. Und da sind wir an der Wurzel allen Übels, das ich vorher bereits erwähnte, dem Geld. Das ist der Fluch, der deine gesamte Zivilisation unterminiert? Und dennoch könnte in diesem besonderen Fall die Situation umgekehrt werden, wenn jene verantwortlich motiviert werden, sich zu ändern. Egal auf welchem Planeten, sind die größten Gefahren letztendlich für die Menschheit eher eine psychologische, als materielle Natur. Drogen wirken sich in ähnlicher Weise auf die Psyche des Individuums aus, sie ruinieren nicht nur die physische Gesundheit, sie kehrt auch den Prozess des Individuums in der universellen Evolution um. Zur gleichen Zeit wie sie Euphorien oder ein künstliches Paradies schaffen, greifen sie auch direkt den Astralkörper an. Ich werde dies ausführlich behandeln, denn es ist von großer Bedeutung. Der Astralkörper kann nur durch zwei Dinge geschädigt werden. Drogen und die von gewissen Arten von Lärm verursachten Schwingungen. Nur Drogen betrachtend muss man verstehen, dass sie einen Einfluss völlig gegen die Natur haben. Sie befördern den Astralkörper in eine andere Sphäre, wo er nicht sein sollte. Der Astralkörper sollte entweder in einem physischen Körper, oder mit seinem höheren Selbstsein, von dem er ein Teil ist. Wenn betäubt, ist der Astralkörper eines Individuums wie eingeschlafen, als ob er künstliche Empfindungen erlebt, die vollkommen sein Urteil verfälschen. Es ist die gleiche Situation, als wenn ein physischer Körper sich in einer wichtigen chirurgischen Operation befindet. Man kann sagen, es ist wie ein Werkzeug, dem wir uns beugen, oder es falsch benutzen, oder für eine Aufgabe benutzen, für die es nicht vorgesehen wurde. Entsprechend der Zeitdauer, während eine Person unter dem Einfluss von Drogen ist, wird sein oder ihr Astralkörper sinken, oder genauer, er wird mit falschen Daten durchdrängt werden. Die Erholung für den Astralkörper kann mehrere Lebenszeiten brauchen. Daher Michel, sollten Drogen um jeden Preis vermieden werden. Es gibt da etwas, das ich nicht verstehe, unterbrach ich. Zweimal hast du mir jetzt Drogen gegeben, um meinen Astralkörper von meinem physischen Körper zu befreien. Hast du mir dadurch nicht einen schlechten Dienst erwiesen? Nein, überhaupt nicht. Wir benutzten eine Droge, die kein Halluzinogen ist, um während eines Prozesses zu helfen, der mit ausreichender Schulung ziemlich natürlich auftreten könnte. Es ist keine Droge, die blind macht, und deswegen stellt sie keine Gefahr für deinen Astralkörper dar, und die Effekte sind sehr kurzfristig. Zum Problem deines Planeten zurückkehrend, Michel, die Lösung hängt von Liebe ab, nicht vom Geld. Es ist erforderlich, dass sich die Menschen über Hass, Ärger, Eifersucht und Neid erheben, und dass jede Person, sei er nun Straßenkehrer oder ein Gemeindeführer, seinem Nachbarn die Hand reicht, wer und wann auch immer sie benötigt. Jeder bedarf der Freundschaft seines Nachbarn, sowohl physisch, als auch geistig. Nicht nur auf deinem Planeten, sondern auf allen Planeten. Wie Jesus sagte, als wir ihn dir vor fast 2000 Jahren schickten. Liebet einander, aber ganz selbstverständlich. Tau, ich unterbrach wieder, diesmal fast grob. Was sagtest du gerade in Hinsicht auf Jesus? Michel, Jesus wurde vor fast 2000 Jahren von Tiaoba zur Erde geschickt, genau zu der Zeit, als Lationo sie auch zur Erde ging und wieder zurückkehrte. Von allem, was mir bisher erklärt worden war, war dies eine unerwartete Enthüllung, die mich am meisten schockierte. Zur gleichen Zeit veränderte sich Taos Aura rasch in der Farbe. Das weiche Gold um an der Spitze ihres Kopfes wurde zum goldenen Nebel und es flammte in einer neuen Energie auf. Ein bedeutender Tauri ruft uns, Michel. Wir müssen sofort gehen. Tau stand auf. Ich setzte meine Maske auf und folgte ihr nach draußen, am meisten fasziniert durch diese plötzliche Unterbrechung und der unüblichen Eile. Wir gingen auf die fliegende Plattform und stiegen senkrecht über den Zweigen der Bäume auf. Bald flogen wir über den Strand, und dann über den Ozean, in einer Geschwindigkeit reisend, viel größer als jemals zuvor. Die Sonne stand niedrig am Himmel und wir überflogen Gewässer, die Smaragd waren, grün oder in einem perfekten Azurblau, wenn ich überhaupt in irdischen Begriffen die Farben beschreiben kann. Riesige Vögel mit einer Flügelspannweite von ungefähr vier Metern, kreuzten vor unserem Weg und die Strahlen der Sonne erhellten die hellen, rosafarbenen Federn ihrer Flügel, und die hellen grünen Federn ihrer Schwinze. In Kürze hatten wir die Insel erreicht und Tau senkte die Plattform wieder in den Park hinunter, wie mir schien, an genau der gleichen Stelle wie schon einmal vorher. Sie signalisierte mir, dass ich ihr folgen sollte und wir gingen los, sie ging und ich lief hinterher. Diesmal steuerten wir nicht auf das zentrale Doku zu, sondern nahmen einen anderen Weg, der uns schließlich zu einem anderen Doku der gleichen, riesigen Größe wie das zentrale Doku, führte. Zwei Leute, beide größer als Tau, warteten auf uns unter dem Eingangslicht. Tau sprach mit ihnen in einer tiefen Stimmlage, dann bewegten wir uns näher zu ihnen, während Tau mit ihnen etwas besprach, von dem ich ausgeschlossen war. Sie standen noch da und warfen neugierige, flüchtige Blicke zu mir, aber keineswegs lächelnd. Ich konnte ihre Auren sehen, die weniger leuchtend waren als Tau, ein sicheres Anzeichen, dass sie nicht in dem hohen Grad entwickelt im Geist waren. Für eine erhebliche Zeit warteten wir, ohne uns zu bewegen. Die Vögel des Parks näherten sich und beobachteten uns. Keine außer mir, zollte ihnen Aufmerksamkeit. Meine Begleiter waren offensichtlich tief in Gedanken. Ich erinnere mich deutlich an einen Vogel, einem Paradiesvogel ähnlich, der kam und sich zwischen Tau und mich kam, als ob er bewundert werden wollte. Die Sonne würde bald untergehen und ich erinnere mich, ihre letzten Strahlen hoch in den Bäumen beobachtet zu haben, in denen Funken von Violett und Gold zwischen den Zweigen sich entzündet hatten. Eine Scharvögel flatterte geräuschvoll an der Überdachung vorbei und dann brach die Ruhe herein. Als ob dies ein Signal gewesen war, bat mich Tau darum, meine Maske abzunehmen, meine Augen zu schließen und ihre Hand zu nehmen, damit sie meine Schritte lenken konnte. Ich war leicht irritiert, als sie mir das sagte. Während wir uns vorwärts bewegten, fühlte ich den feinen Widerstand, der mir jetzt bekannt war, als wir das Doku betraten. Mir wurde telepathisch befohlen, meine Augen halb geschlossen zu halten und gesenkt, und Tau zu folgen. Wir gingen ungefähr 30 Schritte bevor Tau stehen blieb und mich an ihre Seite brachte. Durch Telepathie zeigte sie mir, dass ich meine Augen jetzt öffnen und mich umsehen könnte, was ich ganz langsam tat. Vor mir waren drei Wesen, erstaunlicherweise wie jene, die ich früher schon einmal getroffen hatte. Wie die anderen saßen sie mit gekreuzten Beinen auf mit Stoff umkleideten Blöcken, deren Farbe auf jeden einzelnen abgestimmt war und den Insassen ergänzte. Tau und ich standen neben zwei ähnlichen Sitzen, bis wir telepathisch und ohne eine Geste dazu aufgefordert wurden, uns hinzusetzen. Ich sah mich diskret um, sah aber keine Spur der zwei, die uns am Eingang getroffen hatten, möglicherweise waren sie hinter mir. Wie zuvor, machten die Augen der Tauri den Eindruck, als würden sie von innen erleuchtet werden, aber, im Gegensatz zum letzten Mal, war ich diesmal fähig ihre Auren zu sehen, glänzend und mit hellen Farben, alle angenehm für das Auge. Die Hauptperson erhob sich schwebend, ohne die Position zu verändern, um langsam auf mich zuzukommen. Er blieb vor mir stehen, ein wenig über mir, wie beim letzten Mal, er legte eine Hand auf die Basis meines Kleinhirnes und die andere auf die linke Seite meines Schädels. Wieder fühlte ich, dass mein Körper von einem fließenden Gefühl des Wohlbefindens durchdrungen wurde, aber dieses Mal fiel ich fast in Ohnmacht. Seine Hände entfernend, schwebte er zu seinem Sitz zurück. Vielleicht sollte ich erklären, dass für die Details, betreffend der Position seiner Hände auf meinem Kopf später durch Tau gesorgt werden sollte, da es in dem Augenblick für mich nicht möglich war, solche Details zu registrieren. Und dennoch erinnere ich mich an einen Gedanken, der in mir auftauchte, ein Gedanke, eher ein Ort aus einem Zeitpunkt heraus, während er auf seinen Sitz zurückkehrte. Ich werde wahrscheinlich niemals zu sehen bekommen, dass eines dieser Wesen seine beiden Beine benutzt, wie es jeder macht. Kapitel 10 Ein anderer Außerirdischer und meine ehemaligen Leben eine gewisse Zeit war vergangen, ich hatte keine Idee wie lange, als ich instinktiv meinen Kopf nach links drehte. Ich bin sicher, dass mein Mund geöffnet war und so blieb. Einer der zwei Leute, die ich vorher gesehen hatte, kam von der linken Seite auf uns zu, und sie führte eine Person, sehr merkwürdig in seiner Erscheinung, an der Schulter. Für einen Moment meinte ich, dass diese Person einem Indianer-Häuptling, wie wir sie in unseren Filmen sehen, ähnlich war. Ich werde versuchen, ihn so gut zu beschreiben, wie ich es kann. Er war von kleiner Statur, vielleicht 1,50 Meter, aber was an ihm besonders auffiel war, dass er so breit wie groß war, ähnlich einem Quadrat. Sein Kopf war direkt auf seinen Schultern. Das, was ich im ersten Augenblick sah, brachte mich dazu zu denken, dass es sich um einen Oberhaupt der Inder handeln würde, da sein Haar eher wie farbige Federn in Gelb, Rot und Blau aussahen. Seine Augen waren wirklich rot und sein Gesicht wirkte wie ein mongolisches Gesicht, abgeflacht. Er hatte keine Augenbrauen, aber Wimpern, die viermal so lang wie meine waren. Er hatte eine Robe um, wie in einem Bergwerk, allerdings ganz anders in der Farbe. Die Glieder, die aus der Robe heraushingen, waren von der gleichen, hellblauen Farbe wie sein Gesicht. Seine Aura, an verschiedenen Stellen silbern, glänzte hell und um seinen Kopf befand sich ein kräftiger Heiligenschein von Gold. Die Farben an der Spitze seines Kopfes waren viel kleiner als Taos, nur etwa ein paar Zentimeter in die Luft reichend. Er wurde telepathisch eingeladen, sich ungefähr zehn Schritte von uns auf der linken Seite zu setzen. Wieder schwebte die zentrale Person in Richtung des Neujahrankömmlings und legte seine Hände auf seinen Kopf, das gleiche Verfahren wiederholend, das ich erlebt hatte. Als wir alle saßen, begann die hohe Person mit uns zu sprechen. Er sprach in der Sprache von Tia Opa und ich war vollkommen fassungslos, dass ich alles verstand, was er sagte, genauso als wäre es in meiner Muttersprache gesprochen. Tau hatte meine Erregung gesehen und sagte telepathisch, ja Michel, du hast ein neues Geschenk erhalten. Ich werde es dir später erklären. Aki, sagte der Taora, dies ist Michel vom Planeten Erde. Ich heiße dich auf Tia Opa willkommen, Aki. Der Geist wird dich aufklären. Sich an mich wendend, fuhr er fort. Aki ist vom Planeten X zu uns gekommen. Mir wurde nicht erlaubt, den Namen dieses Planeten, noch den Grund zu enthüllen. Und wir danken ihm im Namen des Geistes und des ganzen Universums, genau wie wir dir danken, Michel, für deine Bereitschaft, mit uns in unserer Mission zusammenzuarbeiten. Aki ist auf unsere Bitte gekommen, besonders dich zu treffen, Michel. Wir wollten, dass du mit deinen eigenen Augen siehst, und mit deinen eigenen Händen berührst, dass es extraplanetarier ganz anders als unsere eigene Rasse gibt. Aki bewohnt einen Planeten der gleichen Kategorie wie die Erde, obwohl sie in gewisser Weise sehr anders ist. Diese Unterschiede liegen im Wesentlichen im Lauf des Systems und haben im Laufe der Zeit zum physischen Aussehen der Leute beigetragen. Wir wollten dir auch einige Dinge zeigen Michel. Aki und seine Mitwesen sind in einem hohen Grade technologisch und spirituell entwickelt, was dich überraschen könnte, wenn du seine Erscheinung als abnormal, sogar monströs findest. Allerdings kannst du an seiner Aura sehen, dass er sehr spirituell und gut ist. Wir wollten dir auch diese Erfahrung geben, indem wir dir für eine gewisse Zeit das Geschenk, nicht nur die Aura zu sehen, sondern auch alle Sprachen verstehen zu können, gaben, ohne Zuflucht zur Telepathie zu nehmen. Die Rasse des Planeten X reist mit Raufmalzeugen in einer Geschwindigkeit etwas unterhalb der Lichtgeschwindigkeit. So, das war es, dachte ich bei mir. Ja, das war es, antwortete Taura. Jetzt bewegt euch einen Schritt aufeinander zu. Sprecht miteinander, fasst einander an, wenn ihr wollt, kurz gesagt, macht euch einander bekannt. Ich stand auf und Aki tat es ebenfalls. Als er aufrecht stand, berührten seine Hände fast den Fußboden. Er hatte fünf Finger wie wir, aber er hatte zwei Daumen, einen in der gleichen Position wie unsere und der andere, wo unser kleiner Finger ist. Wir gingen aufeinander zu und er streckte mir seinen Arm entgegen, das Handgelenk vorwärts und zur Faust geschlossen. Er lächelte mich an und legte dabei eine Reihe gerade zähnefrei, wie unsere, jedoch in grün. Ich streckte meine Hand aus, nicht wissend was ich sonst tun sollte, als er in seiner eigenen Sprache zu mir sprach, ich verstand ihn vollkommen. Michel, ich bin sehr erfreut, dich zu treffen und ich hätte dich gerne auch als Gast auf meinem eigenen Planeten begrüßt. Ich dankte ihm herzlich, und angefüllt mit meinen Emotionen, begann ich den Satz in Französisch und endete in Englisch, was er ebenso ohne jegliche Schwierigkeit verstanden hatte. Er fuhr fort. Auf Wunsch des großen Taora bin ich nach Tiaoba von Planet X gekommen, einem Planeten, der eurem in vielerlei Hinsicht ähnlich ist. Er ist zweimal größer als die Erde, mit 15 Milliarden Bewohnern aber, wie die Erde und andere Planeten der ersten Kategorie, ist es ein Planet des Kummers. Unsere Probleme sind in vielem den euren gleich. Wir hatten während unserer Existenz auf unserem Planeten zwei nukleare Holocaust, und wir haben Gewaltherrschaft, Verbrechen, Epidemien, Katastrophen, ein Währungssystem und alles was damit zu tun hat, Religionen, Kulte und andere Dinge erfahren. Allerdings initiierten wir vor 80 Jahren, unser Jahr dauert 402 Tage und 21 Stunden, eine Reform. Tatsächlich wurde die Reform durch eine Gruppe von vier Leuten aus einem kleinen Dorf an den Ufern eines unserer größten Ozeane, eingeleitet. Diese Gruppe, drei Männer und ein Frau, predigten Frieden, Liebe und Meinungsfreiheit. Sie reisten in die Hauptstadt ihres Landes und verlangen ein Gespräch mit dem Führer. Ihre Bitte wurde abgelehnt, denn das Regime war diktatorisch und militärisch. Sechs Tage und fünf Nächte schliefen die vier vor den Palast-Toren, nichts essend und wenig Wasser trinkend. Ihre Beharrlichkeit zog die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich und am sechsten Tag hatte sich eine Menge von 2000 Menschen vor dem Palast versammelt. Mit kraftlosen Stimmen sprachen die vier zur Menge sich in Liebe zu vereinigen, um das Regime zu verändern, bis Wachen dem ein Ende setzten indem sie die vier erschossen und drohten, weitere Menschen zu erschießen, wenn sie sich nicht zerstreuten. Dies taten sie sehr schnell aus Furcht vor den Wachen. Trotzdem war Einsame in den Verstand der Leute gesetzt worden. Bei weiteren Überlegungen wurde tausenden von ihnen klar, dass sie ohne eine friedliche Verständigung machtlos waren, vollkommen machtlos. Die Worte wurden unter Arm und Reich, Arbeitgeber und Angestellten, Arbeiter und Vorarbeiter weitergegeben, und nach sechs Monaten und ein Tag kam die gesamte Nation zum Stillstand. Was bedeutet kam zum Stillstand, was meinst du? fragte ich. Die Atomkraft Werke wurden stillgelegt, das Transportsystem angehalten, Autobahnen wurden gesperrt. Alles wurde blockiert. Die Bauern lieferten ihre Produkte nicht. Radio und Fernsehnetze hörten auf zu übertragen. Die Kommunikationssysteme geschlossen. Die Polizei war angesichts solcher Einheit hilflos, da sich innerhalb von Stunden Millionen von Menschen verbunden hatten und die Arbeit beendeten. Es schien, dass die Menschen für jene Zeit ihren Hass, die Eifersucht und Meinungsverschiedenheiten vergessen hatten, während sie sich gegen Ungerechtigkeit und Tyrannei vereinigten. Die Polizei und die Armee waren Menschen und diese Menschen hatten Verwandte und Freunde unter dieser Masse. Es war nicht mehr die Frage, vier Einzelpersonen zu töten. Hunderte von Tausenden hätten getötet werden müssen, um vielleicht gerade einmal ein Kraftwerk zu befreien. Angesichts der Entschlossenheit der Menschen wurden die Polizei, die Armee und der Diktator gezwungen zu kapitulieren. Die einzigen Tode während dieses Ereignissen waren 23 Fanatiker, die den persönlichen Schutz des Tyrannen stellten und die Soldaten, die verpflichtet waren zu schießen, um ihn zu erreichen. Wurde er erhängt? Fragte ich. Aki lächelte. Nein Michel, warum? Die Menschen waren mit der Gewalttätigkeit durch. Er wurde stattdessen an einen Ort verbannt, an dem er keinen weiteren Schaden anrichten konnte, und tatsächlich inspirierte dieses Beispiel. Seine Reform. Er fand wieder den Weg zur Liebe und zum Respekt vor individueller Freiheit. Er starb schließlich reumütig für alles, was er getan hatte. Jetzt ist jene Nation die erfolgreichste auf unserem Planeten, aber genau wie auf deinem, gibt es andere Nationen unter der Herrschaft gewaltsamer totalitärer Regimes, und wir tun alles in unserer Macht stehende, ihnen zu helfen. Wir wissen, dass alles, was wir in diesem Leben machen, eine Lehre ist, uns die Möglichkeit anbietend, uns zu einer überlegenen Existenz zu entwickeln, und uns sogar für ewig von unserem physischen Körper zu befreien. Du musst auch wissen, dass die Planeten kategorisiert werden, und dass es möglich ist für die gesamte Bevölkerung, zu anderen Planeten auszuwandern, wenn der Planet in Gefahr ist, es jedoch nicht tun kann, wenn der neue Planet nicht die gleiche Kategorie hat. Unser Planet ist überbevölkert, und nachdem wir uns in sehr hohem Grad technologisch vorangebracht haben, besuchten wir deinen Planeten mit der Absicht, dort eine Siedlung aufzubauen, eine Idee, die wir beschlossen haben, nicht auszuführen, da uns der Grad eurer Entwicklung eher schaden würde, als guttun. Ich war nicht gerade durch diese Reflexion geschmeichelt, und meine Aura muss dies adi angezeigt haben. Er lächelte und fuhr fort. Es tut mir leid, Michel, aber ich sage dies ohne Scheinheiligkeit. Wir besuchen die Erde noch, aber nur als interessierte Beobachter, die euch studieren und aus euren Fehlern lernen. Wir greifen niemals ein, weil das nicht unsere Rolle ist, und wir würden niemals auf eurem Planeten einfallen, weil das ein rückwärts gerichteter Schritt für uns wäre. Du wirst nicht beneidet, materiell, technologisch oder spirituell. Auf unsere Astralkörper zurückkommend, ein Astralkörper kann sich nicht zu einem überlegenen Planeten begeben, bis er genügend entwickelt ist. Wir sprechen selbstverständlich von der spirituellen Entwicklung und nicht von der technologischen. Diese Entwicklung tritt dank des physischen Körpers auf. Du hast schon von den neun Kategorien der Planeten gehört, unsere sind im unteren Bereich der Skala und die Planeten verbessern sich die Skala hinauf, zu oben gehört dieser Planet. Wir, in unseren gegenwärtigen physischen Körpern, können uns nur neun Tage hier aufhalten. Entsprechend dem universellen Gesetz würden unsere physischen Körper am zehnten Tag sterben, und weder Tau, noch der große Taora, in deren Macht es ist die Toten wieder zu beleben, wären fähig, den Prozess zu verhindern oder umzukehren. Die Natur hat sehr unbeugsame Regeln mit festem Schutz. Aber wenn ich hier sterben sollte, könnte vielleicht mein Astralkörper bleiben, und ich könnte als Baby auf Tiaoba reinkarnieren. Ich war voller Hoffnung und vergaß für den Moment die Familie, der ich auf Erden den Rücken gekehrt hatte, und die ich liebte. Du verstehst nicht, Michael? Das universelle Gesetz würde es erfordern, dass du auf der Erde reinkarnieren müsstest, wenn du deine Zeit dort noch nicht beendet hättest. Aber es ist möglich, dass dein Astralkörper, wenn du auf der Erde stirbst, sobald dein Moment gekommen ist, in einem Körper reinkarnierst, auf einem anderen Planeten, einem fortgeschritteneren Planeten. Ein zweiter oder möglicherweise ein dritter Kategorienplanet, oder sogar dieser, was von deinem gegenwärtigen Grad der Entwicklung abhängt. Ist es dann möglich, alle Kategorien zu überspringen und sich auf einem neuen Kategorienplanet zu reinkarnieren? Ich fragte dies voller Hoffnung, da ich entschied, dass ich Theaoba als ein wahres Paradies betrachtete. Michael, kannst du ein wenig Eisenerz und etwas Kohlenstoff nehmen, es auf die richtige Temperatur erhitzen, und reinen Stahl produzieren? Nein. Zuerst musst du den Abfall vom Eisen reinigen, dann geht es wieder zum Topf zurück, wo es immer und immer wieder bearbeitet werden muss, bis erst klassiker Stahl produziert werden kann. Das gleiche gilt für uns. Wir müssen aufgearbeitet werden, bis wir perfekt auftauchen, denn wir schließen uns dem Geist wieder an, der selbst vollkommen ist, und die geringste Unvollkommenheit nicht akzeptieren kann. Das erscheint so kompliziert. Der Geist, der alles geschaffen hat, wollte es auf diesem Weg, und ich bin sicher, dass es für ihn sehr einfach ist. Aber für ein armes menschliches Gehirn, das gebe ich zu, ist es im Augenblick noch schwierig zu begreifen. Uns es wird schwieriger, je näher wir versuchen, zur Quelle zu kommen. Aus diesem Grund haben wir versucht, und an mehreren Orten mit Erfolg, Religionen und Sekten abzuschaffen. Sie wollen anscheinend die Leute zusammenführen und gruppieren um ihnen dabei zu helfen, Gott oder Götter anzubeten und zu verstehen, und doch machen sie es für alle viel komplizierter und wirklich unfassbar, indem sie Rituale und Gesetze einführen, von Priestern erfunden, die ihre eigenen persönlichen Interessen eher vertreten, und sich um ihre eigenen Interessen kümmern, statt der Natur des universellen Gesetzes zu folgen. Ich sehe durch deine Aura, dass du diese Dinge bereits kennst. Ich lächelte, denn es war zutreffend und fragte. Kannst du auf deinem Planeten die Aura sehen und lesen? Einige von uns haben es gelernt, mich eingeschlossen, aber auf diesem Gebiet sind wir noch nicht so weit fortgeschritten wie du. Aber wir studieren das Thema gewissenhaft, weil wir wissen, dass dies für unsere Evolution notwendig ist. Er stoppte an diesem Punkt sehr plötzlich, und mir wurde klar, dass er eine telepathische Mitteilung von der großen Persönlichkeit bekam, die ihn so handeln ließ. Ich muss jetzt gehen, Michel und ich bin sehr glücklich, dass ich mit dir gesprochen habe, und wenn ich dir und deinen Mitgeschöpfen habe helfen können, auf der Erde und überall im Universum. Er hielt mir seine ausgestreckte Hand entgegen und ich tat es gleichfalls. Trotz seiner Hässlichkeit hätte ich ihn küssen und ihn in meinen Armen halten mögen. Ich wünschte, ich hätte es. Ich erfuhr später, dass er, zusammen mit fünf anderen getötet worden war, nachdem sein Raumfahrzeug, eine Stunde nach dem Verlassen von Tia-Oba, explodierte. Ich hoffte für ihn, dass ich sein Leben auf einem gastfreundlicheren Planeten fortsetzen würde. Aber vielleicht würde er zu seinen eigenen Leuten zurückkommen, um ihnen zu helfen, wer weiß. Ich hatte im Universum einen Bruder getroffen, der wie ich, auf einem Planeten des Leids existierte, in der gleichen Schule studierend, um ewiges Glück zu erreichen. Als Aki den Raum mit seinem Mentor verlassen hatte, setzte ich mich wieder neben Tau hin. Der Taora, der mir das Geschenk, alle Sprachen zu verstehen, gegeben hatte, sprach mich wieder an. Michel, wie Tau der bereits erklärt hat warum von uns beschlossen wurde, dich auf unseren Planeten Tia-Oba zu holen, möchten wir dir jetzt das wesentliche Motiv für unsere Wahl aufdecken. Es ist nicht nur, weil du einen erwachenden Geist hast und offen bist, sondern auch, und hauptsächlich, weil du einer der seltenen augenblicklichen Erdbewohner, ein Sogu bist. Ein Sogu ist ein Astralkörper, der 81 Leben in menschlichen, physischen Körpern gelebt, und jene Leben auf unterschiedlichen Planeten oder unterschiedliche Kategorien geführt hat. Aus verschiedenen Gründen kommen die Sogu zurück, um auf minderwertigen Planeten, wie die Erde, zu wohnen, sie können ebenso gut die Leiter weiter hinaufsteigen, ohne jemals rückwärts zu gehen. Du weißt, dass die Zahl 9 die Zahl des Universums ist. Du bist hier in der Stadt der 9 Dokos, die auf universellem Gesetz gründet. Dein Astralkörper hat 9x9 Leben, was dir das Ende eines der großen Zyklen bringt. Wieder einmal war ich vollkommen verblüfft. Ich vermutete, dass ich nicht mein erstes Leben lebte, besonders nach meiner Reise nach Mu, aber 81 Leben. Ich wusste nicht, dass man so viele lebte. Es ist möglich viel mehr Leben zu leben, Michel, sagte der Taora, meine Gedanken unterbrechend. Tao ist bereits in ihrem 216. Aber andere Wesen leben weit weniger. Wie ich bereits sagte, bist du unter sehr wenigen Sogu ausgewählt worden, die auf der Erde weiterleben, aber, damit du während der Reise auf unseren Planeten ein gründliches Verständnis entwickelst, haben wir eine weitere Reise in die Zeit für dich geplant. Damit du besser verstehst was Wiedergeburt und sein Sinn ist, werden wir dir erlauben, deine bisherigen Existenzen nochmals zu besuchen. Diese Reise in die Zeit wird nützlich für dich sein, wenn du dein Buch schreibst, damit du vollkommen den Zweck bereifst. Er hatte kaum aufgehört zu sprechen, als Tao mich an der Schulter nahm und mich drehte. Sie führte mich in Richtung Entspannungskammer, etwas, was in allen Dokos zu sein scheint. Die drei Taori folgten uns still und schwebend. Tao zeigte mir, dass ich mich auf eine Art Gewebe legen sollte, das wie ein Luftpolster aussah. Der große Taora glitt hinter meinen Kopf, die anderen zwei nahmen jeder eine meiner Hände. Tao machte mit ihren Händen eine Höhle und hielt sie über meinen Solarplexus. Der Führer legte dann die Zeigefinger beider Hände auf meine Zirbeldrüse, während er mir telepathisch befahl, seine Finger anzustarren. Sekunden später hatte ich den Eindruck, in unglaublicher Geschwindigkeit rückwärts durch einen dunklen, unendlichen Tunnel zu gleiten. Dann tauchte ich abrupt aus dem Tunnel auf und schien in einem Stollen einer Kohlengrube zu sein. Einige Männer trugen kleine Lampen auf ihrer Stirn und schoben Karren. Andere, ein wenig weiter fort, schaufelten die Kohlen in Karren und andere arbeiteten mit Spitzhacken. Ich bewegte mich auf das Ende des Stollen zu, wo ich einen der Bergleute näher betrachten konnte. Ich schien ihn zu kennen. Eine Stimme, in mir sagte, es ist eine deiner physischen Körper, Michel. Der Mann war groß und gut gebaut. Er war mit Schweiß und Kohlenstaub bedeckt, er arbeitete schwer, da er Kohle in eine Karre schaufelte. Die Szene änderte sich unerwartet, ebenso wie in Mou, als ich in der Psychosphäre war. Ich hörte, dass er Siegfried genannt wurde, als einer der anderen Bergarbeiter am Eingang zum Bergwerk seinen Namen in Deutsch lief, was ich fehlerlos verstand, und ich spreche und verstehe diese Sprache nicht. Der andere Bergmann bat Siegfried, ihm zu folgen. Er führte ihn zu einem alten Schuppen, etwas größer als alle anderen in dieser scheinbaren Hauptstraße des Dorfes. Ich folgte ihnen nach inne, wo eine Öllampe brannte und Männer an Tischen saßen. Siegfried schloss sich einer Gruppe von ihnen an. Sie riefen jemandem, eine schmutzige Schürze tragend, etwas zu und bald danach brachte er eine Flasche und einige Zinnbecher zu ihnen. Eine neue Szene wurde eingeblendet. Es schien, dass es einige Stunden später war. Der Schuppen war der gleiche, aber jetzt taumelte Siegfried hinaus, sichtbar betrunken. Er ging an einer Reihe von kleinen Schuppen vorbei, aus deren Schornsteine schwärzlicher Rauch sich kräuselte. Brüsk öffnete er eine Tür und trat ein, mit mir auf den Fersen. Acht Kinder im Alter von ein Jahr bis hinauf, alle zwölf Monate auseinander, saßen an einem Tisch, ihre Löffel in einen unappetitlich aussehenden Haferschleim tauchend, der sich in einer Schüssel befand. Sie alle hoben ihre Köpfe beim plötzlichen Erscheinen ihres Vaters, und sahen ihn mit ängstlichen Augen an. Eine Frau, mittlere Größe aber starkes Aussehen mit schmutzig-blonder Haarfarbe sprach ihn aggressiv an. Wo bist du gewesen, und wo ist das Geld? Du weißt sehr gut, dass die Kinder seit vierzehn Tagen keine Bohnen mehr hatten, und dennoch bist du wieder betrunken. Sie stand auf und näherte sich Sigrid. Als sie ihre Hand hob, um sein Gesicht zu schlagen, packte er ihren Arm, und mit seiner linken Faust schlug er sie so schwer, dass sie rückwärts flog. Sie fiel auf den Fußboden, und während das passierte, stürzte sie mit ihrem Hals auf die Feuerstelle und war sofort tot. Die Kinder weinten und schrien. Siegfried war über seine Frau gebeugt, deren Augen weit offen und leblos in seine Staaten. Fredda, Fredda, steh auf, weinte er, und seine Stimme füllte sich mit Qual. Er nahm sie in seine Arme, um ihr zu helfen, aber sie konnte nicht stehen. Plötzlich erkannte er, da sie ihn immer noch anstarrte, dass sie tot war. Nüchtern geworden, beeilte er sich zur Tür zu kommen und floh in die Nacht, unentwegt laufend, als ob er seinen Verstand verloren hatte. Wieder ändert sich die Szene und Siegfried erschien gefesselt zwischen zwei Wachen und einer Kapuze über seinem Kopf. Der Scharfrichter trug auch eine, mit zwei Löchern für die Augen darin. Er war ein riesiger Mann, und er hielt in seinen großen Händen eine Axt mit einer breiten scharfen Klinge. Die Wache ließ Siegfried kniend sich nach vorne beugen, sodass sein Kopf sich auf dem Block befand. Jetzt trat der Scharfrichter hervor und nahm seine Position ein. Ein Priester trug hastig ein Gebet vor, während der Scharfrichter langsam sein Beil über seinen Kopf hob. Ganz plötzlich ließ er es auf den Hals von Siegfried fallen. Der Kopf rollte über den Boden und die Menge sah sich veranlasst, einige Schritte zurückzugehen. Ich war Zeuge eines gewaltsamen Todes von einer meiner vielen Verkörperungen. Die Empfindung war so seltsam. Bis zu dem Moment seines Todes war ich mit einer großen Zuneigung zu diesem Mann gefüllt, und obwohl er falsch gehandelt hatte, hatte ich Mitgefühl mit ihm. Im Augenblick seines Todes, da sein Kopf über den Boden, der Menge entgegen rollte, fühlte ich allerdings eine überwältigende Erleichterung, auf seinem Konto, als auch auf meinem eigenen. Nun wurde mir eine andere Szene präsentiert. Vor mir war ein See, sein glänzendes blaues Wasser spiegelte die Strahlen zweier Sonnen wieder, die sehr tief am Horizont hingen. Ein kleines Boot, reichlich mit Skulpturen und zarten Gemälden dekoriert, fuhr über den See. Es wurde von Männern mittlerer Größe und rötlichem Tein geführt, durch das Benutzen von langen Stangen, die sie ins Wasser eintauchten. Unter einer Art Baldachin saß eine hübsche junge Frau mit goldener Haut auf einem kunstvoll dekorierten Thron. Ihr oval geformtes Gesicht wurde von hübschen Mandelaugen und langem blondem Haar erhellt, das bis zur Talie fiel. Sie war entspannt und lächelte, da die junge Gesellschaft, die um sie war, sie unbekümmert unterhielt. Ich wusste sofort, dass dieses schöne Geschöpf ich in einem früheren Leben war. Das Boot fuhr in Richtung auf einen Landungssteg zu, von dem ein breiter, von kleinen blühenden Sträuchern begrenzter Weg führte. Dieser Weg verschwand unter Bäumen, der, wie es schien, einen Palast umgab, mit Dächern in unterschiedlichen Ebenen und von verschiedenen Farben. Mit Änderung der Szene wurde ich in den Palast versetzt, um mich in einem großzügig dekorierten Raum wiederzufinden. Eine Wand öffnete sich zu einem Garten, ein sehr ordentlicher Miniaturgarten von erstaunlicher Vielfalt und Farben. Bedienstete mit rötlicher Haut, gekleidet in hellgrünen Ländenschürzen, beschäftigten sich damit, ungefähr 100 Gäste zu bedienen. Diese Gäste waren von beiden Geschlechtern und sehr reich gekleidet. Sie hatten die gleiche feine goldfarbene Haut, wie die Frau auf dem Boot. Im Gegensatz zu den Teins der Diener, hatten diese Leute eine Haut, wie sie die blonden Frauen auf der Erde nach zahlreichen Sonnenstunden erreichen können. Die schöne junge Frau vom Boot schien auf einem Ehrenstuhl zu sitzen. Musik, weich und bezaubernd, konnte man hören und schien aus den Weiten des Raumes, als auch aus dem Garten zu kommen. Einer der Diener öffnete eine große Tür, um einen großen jungen Mann hereinzulassen, vielleicht 1,90 Meter groß und mit ähnlich goldenem Teint. Seine Haltung war stolz und sein Körper bauathletisch. Kupferfarbenes Haar rammte sein Gesicht ein, das regelmäßige Züge hatte. Er trat mit einem entschlossenen Schritt auf die junge Frau zu und verbeugte sich vor ihr. Sie flüsterte ihm etwas zu und gab den Dienern die Anweisung, einen Sessel neben ihren eigenen zu stellen. Der junge Mann setzte sich hin und die Frau gab ihm ihre Hand, die er in seiner hielt. Plötzlich, auf ein Signal von ihr, ertönte ein Gong und stille trat ein. Die Gäste drehten sich dem Paar zu. In einer lauten und klaren Stimme sich an die Gäste und Diener wendend, beginnt die Frau zu sprechen. Euch allen, die ihr hier versammelt seid, möchte ich mitteilen, dass ich einen Begleiter gewählt habe. Dies ist er, Xenolini, und er wird von diesem Moment an und entsprechend meiner Zustimmung, alle königlichen Rechte und Privilegien nach mir haben. Tatsächlich wird er die zweite Macht im Königreich nach mir, der Königin und dem Oberhaupt, sein. Wer ihm ungehorsam ist, oder Unrecht in irgendeiner Weise tut, wird sich vor mir verantworten. Das erste Kind das ich von Xenolini trage, ob männlich oder weiblich, wird mein Nachfolger sein. Ich, Labinola, Königin des Landes, habe dies entschieden. Sie signalisierte wieder, und der Gong erklang, wodurch das Ende ihrer Rede angezeigt wurde. Einer nach dem anderen der Gäste verbeugten sich tief vor Labinola und küßten ihre Füße, und dann vor Xenolini mit Gesten der Unterwürfigkeit. Diese Szene verschwand und eine andere im gleichen Palast erschien, ein Raum, in dem die königliche Familie auf dem Thron saß. Hier übte Labinola Gerechtigkeit aus. Alle Arten von Leuten trugen der Königin ihr Anliegen vor, sie hörte ihnen aufmerksam zu. Eine außergewöhnliche Sache geschah. Ich merkte, dass ich in ihren Körper eintreten konnte. Es ist wirklich schwierig zu erklären, aber für eine beträchtliche Zeit war ich, während ich zuhörte und zuschaute, Labinola. Ich konnte absolut alles was gesagt wurde, verstehen, und als Labinola ihr Urteil aussprach, war ich vollkommen einverstanden mit ihren Entscheidungen. Ich konnte im Murmeln der Menge Bewunderung für ihre Weisheit hören, und sie drehte sich nicht einmal in Richtung Xenolini, oder bat um seinen Rat. Ich fühlte mich voller stolz, und ich wusste, dass ich diese Frau in einem anderen Leben gewesen war, und ich fühlte mich in dieser Zeit in einer prickelnden Empfindung, während ich begann zu erkennen. Alles verschwand wieder und dann war ich in einem sehr luxuriösen Schlafzimmer. Labinola lag vollkommen nackt auf dem Bett. Drei Frauen und zwei Männer waren in der Nähe. Während ich mich näherte, konnte ich ihr Gesicht sehen, mit Schweiß bedeckt und vor Schmerz verunstaltet. Die Frauen, Hebammen und die Männer, die berühmtesten Ärzte im Königreich, schienen besorgt. Das Kind kam in einer Steißlage an, und Labinola hatte viel Blut verloren. Dies war ihr erstes Kind und sie war erschöpft. Angst war in den Augen der Hebammen und Doktoren, und ich wusste, dass Labinola schon klar war, dass sie sterben würde. Die Szene bewegte sich zwei Stunden in der Zeit vorwärts und Labinola hatte gerade ihren letzten Atemzug gemacht. Sie hatte zu viel Blut verloren. Das Kind war auch gestorben, erstickt, bevor es in die Welt tauchen konnte. Labinola, dieses hübsche Geschöpf von 28 Jahren, so schön und gut, hatte ihren Astralkörper, meinen Astralkörper, befreit, um ein anderes Leben zu führen. Weitere Szenen erschienen und zeigten andere Leben, auf anderen Planeten, als Männer, Frauen und Kinder. Zweimal war ich ein Bettler und dreimal ein Seemann. Ich war ein Wasserträger in Indien, ein Goldschmied in Japan, in dem ich 95 Jahre wurde. Ein römischer Soldat, ein schwarzes Kind im Tschad, verschlungen durch einen Löwen im Alter von acht Jahren. Ein indianischer Fischer auf dem Amazonas, mit 42 Jahren gestorben und zwölf Kinder hinterlassend. Ein Apachenhäuptling, der 86 Jahre alt wurde. Mehrere Zeiten ein Bauer, auf der Erde ebenso, wie auf anderen Planeten. Und 2x ein Hermit in den Bergen von Tibet und auf einem anderen Planeten. Außer dem Leben als Labinola und Königin über ein Drittel des Planeten, waren die meisten meiner Leben sehr bescheiden. Ich sah Szenen von allen 80 meiner vorangegangenen Leben, einige davon haben mich sehr beeindruckt. Ich habe nicht die Zeit, sie alle in diesem Buch ausführlich zu behandeln, da sie selbst ein Buch füllen wurden. Vielleicht, eines Tages, werde ich sie beschreiben. Am Ende der Schau hatte ich den Eindruck, mich rückwärts im Tunnel zu bewegen, und als ich meine Augen öffnete, lächelten Tau und die drei Tauri freundlich. Als festgestellt wurde, dass ich wirklich wieder in meiner gegenwärtigen Haut war, sprach der Führer in folgenden Worten zu mir. Wir wollten dir zeigen, dass deine Vergangenheit lebt, dass du sehen konntest, dass sie sich unterscheiden, als wären sie an einem Rad angebracht. Da ein Rad hergestellt wurde um sich zu drehen, ist ein Punkt der sich oben befindet, bald am Boden, siehst du, dass es unvermeidlich ist. In einem Leben bist du ein Bettler und dann kannst du eine Königin wie Labinola sein, die natürlich nicht nur an der Spitze des Rades war, sondern auch viel gelernt und anderen geholfen hat. Und doch, in vielen Fällen lernt ein Bettler so viel wie ein König, und in einigen Fällen lernt er sogar mehr. Während du als Eremit in den Bergen warst, unterstütztest du viel mehr Einzelpersonen, als in den meisten deiner anderen Leben. Was zählt, ist nicht wie es aussieht, sondern was dahinter ist. Wenn dein Astralkörper einen anderen physischen Körper übernimmt, geschieht es einfach, um wirklich noch mehr zu lernen. Wie wir dir erklärt haben, ist es wegen deines höheren Selbstes. Es ist ein Prozess ständiger Verfeinerung, der tatsächlich im Körper eines Bettlers genauso auftreten kann, wie in dem eines Königs oder Bergmanns. Der physische Körper ist ein Werkzeug. Der Meißel und Hammer eines Bildhauers sind Werkzeuge, sie werden niemals Schönheit alleine erreichen, aber sie tragen in den Händen eines Künstlers dazu bei. Eine wunderbare Statue hätte nicht mit den nackten Händen des Künstlers geschaffen werden können. Du solltest den Schwerpunkt immer im Auge behalten. Ein Astralkörper muss in allen Fällen dem universellen Gesetz entsprechen und, indem er dieser Natur so nah wie möglich folgt, kann er das Endziel auf dem schnellsten Weg erreichen. Damit war das Gespräch mit den Tauri beendet, und sie als auch wir nahmen unsere Plätze wieder ein. Während meines Aufenthalts im Doku war die Sonne untergegangen, allerdings erachteten sie es nicht für notwendig, die strahlende Atmosphäre zu erklären, die uns erlaubte, mindestens 15 Meter in die Entfernung im Doku zu sehen. Meine Aufmerksamkeit war noch auf die Tauri gerichtet. Sie betrachteten mich mit Güte, von einem goldenen Nebel umgeben, der immer dichter wurde, und indem sie verschwanden, genau wie sie es bei meinem ersten Besuch getan hatten. Diesmal legte Tauri sanft ihre Hand auf meine Schulter und bat mich, ihr zu folgen. Sie führte mich zum Eingang des Doku, und im nächsten Augenblick befanden wir uns außerhalb. Es war vollkommene Dunkelheit und kein Licht schien, außer über dem Eingang. Ich konnte keine drei Meter sehen und fragte mich, wie wir die fliegende Plattform finden wollten. Ich erinnerte mich dann dran, dass Tauri bei Nacht ebenso wie am Tag sehen konnte. Ich war neugierig, den Beweis davon zu sehen, wie ein typischer Erdbewohner, suchte ich Beweise. Dafür wurde sofort gesorgt. Tauri hob mich mühelos hoch und setzte mich auf ihre Schultern, ebenso, wie wir auf der Erde unsere Kleinen tragen. Du könntest stolpern, sie erklärte mir, dass wir entlang des Weges gingen, und tatsächlich schien sie genau zu wissen wohin sie ging, genauso als ob Tageslicht da wäre. Bald darauf setzte sie mich auf den Sitz des Letty Wuchs und nahm selbst neben mir Platz. Ich setzte meine Maske auf, die ich in meiner Hand auf meinen Knien gehalten hatte, und fast augenblicklich starteten wir. Ich muss sagen, dass ich mich trotz meines Vertrauens zu Tauri unbehaglich fühlte, flogen wir doch blind. Wir flogen zwischen den riesigen Bäumen des Parks und ich konnte nicht einmal die Sterne sehen, die üblicherweise hell schienen. Große Wolken hatten sich nach Sonnenuntergang gebildet und unsere Umgebung wurde vollkommen in Dunkelheit getaucht. Neben mir konnte ich allerdings Tauri's Aura und buketzt an der Spitze ihres Kopfers sehen, das besonders heil war. Wir nahmen an Geschwindigkeit zu und ich bin sicher, dass wir genauso schnell in die Dunkelheit reisten, wie wir es am Tag taten. Ich spürte, dass einige Tropfen Regen auf mein Gesicht fielen. Tauri bewegte ihre Hand auf einen Punkt in der Maschine und ich fühlte den Regen nicht mehr. Im gleichen Augenblick hatte ich den Eindruck, dass wir stehen blieben und ich fragte mich, was geschah, da ich doch wusste, dass wir über dem Ozean waren. Ab und zu konnte ich in einiger Entfernung zu unserer linken farbige Lichter erkennen, die sich bewegten. Was ist das? fragte ich Tau. Die Lichter sind die Eingänge zu den Dokos an der Küste. Ich versuchte zu verstehen, warum die Dokos sich bewegten, als plötzlich durch die Dunkelheit, die sogar noch stärker erschien, ein Licht direkt in unsere Richtung kam und neben uns stoppte. Wir sind an deinem Doku, sagte Tau, komm her. Sie hob mich wieder an. Ich fühlte einen leichten Druck, als wenn man ein Doku betritt, während ich den Regen voll auf meinem Gesicht fühlte, wir kommen gerade zur rechten Zeit an, bemerkte ich. Warum? Wegen dem Regen? Nein, du hast es eigentlich für eine kurze Zeit genossen. Ich aktivierte das Kraftfeld, hast du das nicht bemerkt? Hast du nicht aufgehört, den Wind zu fühlen? Ja, aber ich glaubte, dass wir stehen geblieben waren. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Tau brach in schallendes Gelächter aus, das mich wieder beruhigte, und sie schlug vor, mir die Erklärung zu diesem Mysterium zu geben. Das Kraftfeld hält nicht nur den Regen, sondern auch den Wind ab, so hattest du keinen Hinweis darauf, ob wir uns bewegten oder nicht. Du siehst, man darf sich nicht auf Vorstellungen verlassen. Aber wie konntest du diesen Ort in solch einer Dunkelheit finden? Ich sagte dir, dass wir bei Nacht ebenso wie am Tag sehen können. Deshalb benutzen wir keine Beleuchtung, mir war klar, dass es für dich nicht günstig war, dass du mich nicht sehen konntest, aber wir hatten auf jeden Fall einen sehr ausgefüllten Tag gehabt, und ich denke, dass es am besten für dich wäre, dich jetzt auszuruhen. Lass mich dir helfen. Sie führte mich zum Entspannungsraum und wünschte mir eine gute Nacht. Ich fragte sie, ob sie bei mir bleiben wolle, aber sie erklärte mir, dass sie sehr nahe bei mir wohne, und dass sie das Fahrzeug dorthin transportiert. Damit ging sie und ich streckte mich aus und schlief bald ein. Am nächsten Morgen wurde ich durch den Klang von Taos' Stimme wach, während sie über mir lehnte und in mein Ohr flüsterte. Ich bemerkte, genau wie beim ersten Mal, dass dieser Entspannungsraum seinen Namen wirklich verdiente, denn ich hätte Taos' Stimme nicht gehört, hätte sie sich nicht über mich gelehnt, um zu sprechen, da hier die Töne sehr abgeschwächt waren. Ich hätte weiter geschlafen können, ohne aufzuwachen. Ich war vollkommen ausgeruht. Ich stand auf und folgte Tao zum Schwimmbad. Es war zu der Zeit, als sie mir von dem Unfall erzählte, der Aki widerfahren war. Ich wurde von dieser Nachricht betrübt und Tränen schossen mir in die Augen. Tao erinnerte mich daran, dass Aki in eine andere Existenz überging, und dass ich mich an ihn wie an einen Freund erinnern sollte, der uns verlassen hatte, um anderswohin zu gehen. Tatsächlich ist es traurig, aber wir dürfen nicht egoistisch sein, Michel. Andere Abenteuer und andere Freuden warten wahrscheinlich auf Aki. Ich wusch mich und als Tao mich abholte, genossen wir eine leichte Mahlzeit und tranken etwas Hydromel. Ich fühlte mich nicht hungrig. Während ich hinaufblickte, konnte ich den grauen Himmel und den Regen auf das Doku fallen sehen. Es war interessant, da die Regentropfen nicht in das Doku strömten, oder als würden sie über eine Glaskuppel rennen. Stattdessen verschwanden sie einfach, als sie das Kraftfeld des Doku erreichten. Ich schaute Tao an und sich lächelte, nachdem sie meine Überraschung gesehen hatte. Die Tropfen werden vom Kraftfeld verrückt, Michel. Es ist einfache Physik, zumindest für uns. Aber es gibt mehr interessante Dinge zu studieren, doch leider hast du so wenig Zeit. Es gibt noch mehr Dinge, die ich dir beibringen muss, so könnten deine Mitmenschen aufgeklärt werden, wenn du dein Buch schreibst, wie zum Beispiel das Mysterium von Christus, das ich gestern erwähnte, als wir von Aki's Ankunft unterbrochen wurden. Zuerst muss ich mit dir über Ägypten und Israel, als auch von Atlantis sprechen, dem berühmten Kontinent von dem so viel auf der Erde gesprochen wird, dem Thema so vieler Kontroversen. Atlantis, genau wie der Kontinent von Mu, existierte und befand sich auf der Nordhalbkugel, in der Mitte des Atlantischen Ozeans. Er war Europa angegliedert und mit Amerika durch eine Landenge und mit Afrika durch eine Landenge über die Breite der Kanarischen Inseln verbunden. Sein Gebiet war ein wenig größer als das von Australien. Es wurde von den Leuten von Mu vor ungefähr 30.000 Jahren bewohnt, tatsächlich war es eine Kolonie von Mu. Es gab auch eine weiße Rasse dort, große blonde Menschen mit blauen Augen. Es waren die Mayas, sehr gelehrte Siedler von Mu, die das Land regierten, und sie errichteten dort eine Kopie der Pyramide von Savanasa. Vor 17.000 Jahren erforschten sie das Mittelmeer gründlich und gingen über das nördliche Afrika, wo sie die Araber kennenlernten. Nachkommen der Kreuzung zwischen den schwarzen und gelben Bakaratinianern, und ihnen viele neue Erkenntnisse brachten, materiell als auch spirituell. Die numerische Schrift zum Beispiel, die noch heute von den Arabern benutzt wird, kam natürlich von Atlantis und von Mu. Sie gingen auch nach Griechenland, wo sie eine kleine Kolonie gründeten, und das griechische Alphabet entspricht dem von Mu fast genau. Schließlich kamen sie in einem Land an, welches die eingeborenen Aranke nannten, und das du als Ägypten kennst. Dort errichteten sie eine große Kolonie mit einem großen Mann an der Spitze, dessen Name Tut war. Gesetze wurden erlassen, die den Glauben von Mu und die organisatorischen Prinzipien von Atlantis verkörperten. Die Pflanzen wurden verbessert, neue Methoden zur Aufzucht von Vieh wurden eingeführt und neue Bearbeitungsmethoden bei Keramiken und der Weberei, all das führten sie ein. Tut war ein bedeutender Mann von Atlantis, äußerst kenntnisreich, materiell genauso wie spirituell. Er gründete Dörfer, baute Tempel und kurz vor seinem Tod wurde das gebaut, was du heute als die große Pyramide kennst. Jedes Mal, wenn diese großen Siedler entschieden, dass die neue Kolonie das Potenzial hatte, materiell und spirituell großartig zu werden, bauten sie eine besondere Pyramide, ein Werkzeug, wie du es auch auf Museen konntest. In Ägypten errichteten sie die große Pyramide nach dem gleichen Modell, wie die Pyramide von Savanasa, aber auf der Größenskala wurde sie dreimal reduziert. Diese Pyramiden sind einmalig und um ihre Rolle als ein Werkzeug zu erfüllen, mussten ihre Abmessungen und Spezifikationen als auch ihre Lage genau festgelegt werden. Weißt du, wie viel Zeit das benötigte? Es ging sehr schnell, gerade neun Jahre, denn Tut und seine besten Architekten kannten die Geheimnisse der Antigravitation von Nu und die Geheimnisse zum Schnitt des Felsens. Wir nennen das Elektro-Ultraschall. Aber auf der Erde glauben die Fachleute, dass sie vom Pharaozeops errichtet wurde. Das ist nicht so, Michael. Natürlich ist dies nicht der einzige Fehler, den die Experten auf der Erde gemacht haben. Andererseits kann ich bestätigen, dass der Pharaozeops diese Pyramide benutzte, wie sie benutzt werden sollte. Die Maya Atlante waren nicht die einzigen, die erforschten und besiedelten. Während tausenden von Jahren kolonisierten die Nagas Burma, Indien und schließlich erreichten sie die Ufer von Ägypten, ungefähr am Wendekreis des Krebses. Auch sie gründeten eine erfolgreiche Kolonie im oberen Ägypten. Beide Gruppen von Siedlern führten ähnliche Arten von Verbesserungen ein. Die Nagas schufen eine große Stadt an den Ufern des Roten Meeres, die Meju genannt wurde. Die Einheimischen der Region gingen in ihre Schulen. Stufenweise vereinigten sie sich mit den Kolonisten und so wurde die ägyptische Rasse geschaffen. Allerdings begannen die Nagas im Norden von Ägypten mit den Maya-Atlantern vor ungefähr 5000 Jahren aus einem wirklich absurden Grund zu kämpfen an. Die Atlanter, deren Religion sich merklich von der Religion von Mu unterschied, glaubten an die Wiedergeburt der Seele, Astralkörper, im Land ihrer Ahnen. Damit behaupteten sie, dass die Seele westwärts reiste, woher sie gekommen waren. Die Nagas hielten einen ähnlichen Glauben, außer, dass sie behaupteten, dass die Seele gen Osten reiste, da sie vom Osten gekommen waren. Zwei Jahre dauerte dieser Krieg an, der Unterschied war nur, dass es kein grausamer Krieg war, da beide Gruppen grundsätzlich den Frieden und die Menschen liebten, und so verbündeten sie sich schließlich zu einem Vereinigten Ägypten. Der erste König des Vereinigten Ägypten, sowohl Ober- als auch Unterägypten, wurde Mina genannt. Er gründete die Stadt Memphis. Sie wurde nach der gleichen Methode errichtet, die in Mu benutzt wurde, eine Methode, die in Ägypten nicht lange überlebte, aufgrund des Anstiegs eines mächtigen Klerus, der nach und nach die Pharaonen unter seine Fittiche stellte. Diese Situation dauerte im Verlauf der Jahre, mit bemerkenswerten Ausnahmen, unter den Pharaonen an, die sich dem Klerus ergaben. Eine solche Ausnahme war der Pharao Adnaton, Echnaton, der von den Priestern vergiftet wurde. Bevor er starb gab er folgende Erklärung ab. Die Zeit, die ich auf dieser Erde verbrachte, war eine Ära, in der die Einfachheit der Wahrheit nicht verstanden wurde und von vielen abgelehnt wurde. Wie so oft geschehen in religiösen Sekten, verfälschten die ägyptischen Priester die Wahrheit, einfach um einen besseren Einfluss auf die Menschen zu haben. Sie hatten sie dazu getrieben an den Teufel und an verschiedene göttliche Wesen, sowie anderen Unsinn dieser Art zu glauben. Hier muss auch gesagt werden, dass die Bevölkerung aus Maya-Atlantern und Nagas, die im gleichen Verhältnis bestand, vor dem Krieg und dem nachfolgenden Friedenspakt, welcher von Mina als König von Ägypten geschaffen wurde, eine hochentwickelte Zivilisation sowohl im oberen, als auch im unteren Ägypten bestand. Das Land war wohlhabend. Die Landwirtschaft und Weiden blühten in der Zeit des ersten Königs von Ägypten, König Mina, auf und man könnte sagen, es war fast der Höhepunkt dieser Zivilisation. An diesem Punkt müssen wir in der Zeit zurückgehen. Aki sagte, dass die Erde von Außerirdischen beobachtet wird und, wie du weißt, ist es in der Vergangenheit regelmäßig gemacht worden. Aber ich sollte dies ausführlicher behandeln. Die Erde wird besucht, wie viele andere bewohnbare Planeten auch, die im Universum verstreut sind. Manchmal sind die Bewohner eines bestimmten Planeten gezwungen ihn zu räumen, da ihr Planet stirbt. Jetzt, wie Aki dir auch erklärte, kannst du einen Planeten nicht verändern, wie du Häuser verändern könntest. Du musst dich einem Zyklus anpassen, der gut geschaffen wurde, da ansonsten Katastrophen die Konsequenz sein könnten. Dies ist vor etwa 12.000 Jahren geschehen. Menschen verließen den Planeten Hebra Hebräer, um die Galaxis zu erforschen und einen Planeten, der gleichen Kategorie wie ihren eigenen, zu suchen, da sie wussten, dass ihr Planet in einem Jahrtausend völlig unbewohnbar werden würde. Ein Raumfahrzeug, fähig in äußerst hoher Geschwindigkeit zu fliegen, hatte erste Probleme während eines Aufklärungsfluges und musste auf eurem Planeten landen. Es handelte sich um das Gebiet Krasnodar, einer Stadt in Westrasland. Natürlich gab es in der Zeit keine Stadt, keine Menschen, kein Russland. An Bord des Raumfahrzeugs waren acht Astronauten, drei Frauen und fünf Männer. Diese Menschen waren ungefähr 1,70 Meter groß mit blauen Augen, schöner Haut und langen, braunen Haaren. Sie machten eine erfolgreiche Landung und fingen an, Reparaturen an ihrem Raumfahrzeug auszuführen. Sie fanden die Gravitationskraft stärker als auf ihrem eigenen Planeten und hatten zuerst Schwierigkeiten, sich zu bewegen. Sie stellten ein Lager nahe ihrem Raumfahrzeug auf in der Gewissheit, dass die Reparaturen etwas Zeit kosteten. Eines Tages trat ein Unfall während der Arbeiten auf, eine große Explosion zerstörte die Hälfte des Raumfahrzeugs und fünf Astronauten wurden getötet. Die anderen drei waren in einiger Entfernung und daher unversehrt. Es waren Robin Ann, ein Mann, und Livia und Dina, zwei Frauen. Sie wussten genau, was das für sie bedeutete. Von einem Planeten einer überlegenen Kategorie kommend, gehörten sie nicht auf die Erde, wo sie nun tatsächlich Gefangene waren, und so erwarteten sie die Missgeschicke, wie sie sich ereigneten. Der Unfall kam also nicht als große Überraschung. Mehrere Monate blieben die drei an der Stelle, da die Jahreszeit warm war. Sie hatten einige Waffen und waren fähig sich Nahrung zu verschaffen, da ihre Bereitstellung von Mana in der Explosion verloren ging. Schließlich entschieden sie sich, weiter in den Süden zu ziehen, da die Kälte kam. Die Gravitationskraft machte das Gehen über lange Entfernungen äußerst schwierig, sodass ihr Dreck in das wärmere Klima zu einem echten Weg nach Golgatha wurde. Sie überschritten die Meerenge am Schwarzen Meer in Richtung des heutigen Israel. Der Weg brauchte Monate, aber es waren junge Menschen und sie machten es erstaunlicherweise gut. Das Wetter wurde milder, sogar heiß, da sie die niedrigen Breitgrade erreichten. Sie blieben in einem Fluss, um sich ein dauerhaftes Lager aufzustellen, da Dina bereits seit einigen Monaten schwanger war. Sie gebar einen Sohn, den sie Rana nannte. Auch Livia war schwanger und kurze Zeit später brachte sie ihren Sohn Rabion zur Welt. Diese Menschen von Hebra gewöhnten sich an diesen Ort, der reich an Wild-, Honig- und essbaren Pflanzen war, und dort gründeten sie ihre Linie. Etwas später in der Zeit machten sie die Bekanntschaft von einigen vorbeiziehenden Nomaden, die Hilton. Dies war ihr erster Kontakt zu Erdbewohnern. Die Nomaden, zehn an der Zahl, fanden Robanans Frauen sehr anziehend. Sie wollten ihn töten und alle Frauen mitnehmen. Robanan hatte noch seine Waffe und, obgleich ein Pazifist, wurde er gezwungen sie zu benutzen. Hierbei wurden vier der Angreifer getötet, und die anderen verlohen angesichts einer solchen Macht. Diese Menschen waren sehr betrübt, dass sie zu solchen Maßnahmen greifen mussten, und dennoch sahen sie darin ein weiteres Zeichen, dass sie auf diesem Planeten waren, um die Vorboten für das universelle Gesetz zu sein. Ich verstehe nicht, unterbrach ich Tau. Ich glaubte, dass es nicht möglich war, in einer Kategorie vorwärts zu springen, aber dass es möglich wäre, zu einem minderwertigeren Planeten zu gehen? Nein Michel, weder vorwärts noch rückwärts. Wenn du vorwärts gehst und das universelle Gesetz ignorierst, wirst du sterben, wenn du rückwärts gehst, setzt du dich schlechteren Bedingungen aus, weil deine fortgeschrittene Spiritualität in keiner materialistischen Umgebung existieren kann. Wenn du magst, kann ich dir eine Analogie in Form eines kindischen Vergleiches geben. Stell dir einen Mann vor, tadellos in polierten Schuhen, weißen Socken und gutem Anzug gekleidet. Du verpflichtest diesen Mann, durch den Hof zu gehen, durch 30 cm tiefem Schlamm. Weiter bestehst du darauf, dass er diesen Schlamm in eine Schubkarre mit seinen eigenen Händen füllt. Keine Frage, in welchem Zustand er sein wird, wenn er das beendet hat. Nichtsdestoweniger, unsere Gruppe von Außerirdischen gründeten die Linie, die die Vorfahren der heutigen Juden wurde. Die Bibel wurde später von den Schreibern geschrieben, die die Geschichte dieser Leute zurückverfolgten und verfälschten, eine Legende mit Wirklichkeit gemischt. Ich kann dir bestätigen, dass der Adam aus der Bibel nicht nur nicht der erste Mann auf der Erde war, weit gefehlt, aber er wurde Ruban angenannt und er hatte nicht nur eine Ehefrau Eva genannt, sondern zwei Ehefrauen, Livia und Dina. Die Rasse aus diesen dreien wurden die Juden, ohne sich mit anderen Rassen zu vermischen, weil sie sich, Atavism, fortgeschrittener fühlten und überlegen, tatsächlich waren sie es auch. Atavism bezieht sich darauf, die ursprünglichen Eigenschaften wieder aufzubauen. Die ersten Generationen der Leute, die in der Bibel beschrieben wurden, lebten bis 900 Jahre. Allerdings muss ich dich darüber aufklären, dass die Bibel nicht das Produkt der Schreiber war, noch wurde sie von ihnen ausgeschmückt. Es gab viele Wahrheiten darin. Ich sage wahr, weil die Bibel durch die verschiedenen Räte der katholischen Kirche sehr verändert wurde, aus Gründen, die klar sind, um dem Bedarf an Christentum zu dienen. Darum habe ich gestern gesagt, dass Religionen einer der Flüche auf der Erde sind. Ich muss dich auch mit Rücksicht auf einige andere biblische Punkte aufklären. Bald nach der Ankunft der Hebräer auf der Erde halfen wir ihnen bei mehreren Gelegenheiten. Wir bestraften sie auch. Z. B. Wurde die Zerstörung von Sodom und Gomorra von einem unserer Raumfahrzeuge verursacht. Die Menschen jener beiden Städte präsentierten ein schlechtes Beispiel und handelten gefährlich für die Menschen, die mit ihnen in Kontakt kamen. Wir versuchten verschiedene Mittel in den Bemühungen, sie auf den rechten Weg zurückzubringen, aber vergeblich. Wir mussten so unbarmherzig sein. Jedes Mal wenn sie in der Bibel hasen. Und Gott der Herr sagte diese oder jenes, sollten sie lesen und die Einwohner von Theaoba haben gesagt. Warum habt ihr sie nicht am Anfang genommen und zurück zu ihrem Planeten, oder zu einem der gleichen Kategorie gebracht? Das ist natürlich eine sinnvolle Frage, Michel, aber es gibt einen Haken. Wir können nicht mehr als 100 Jahre im Voraus die Zukunft sehen. Wir glaubten in der Zeit, dass eine so kleine Gruppe nicht überleben würde, und wenn sie es tun würden, dass sie sich mit anderen Rassen vermischen würden, und würden so von anderen Völkern aufgenommen. Wir nahmen an, dass dies innerhalb eines Jahrhunderts auftreten würde, aber das war nicht der Fall. Sogar jetzt, wie du weißt, ist die Rasse noch fast so rein wie vor 12.000 Jahren. Ich sagte dir, dass Priester mittels religiöser Räte viele Dinge ausradierten oder in der Bibel verendeten, aber andere Sachen überlebten und können leicht erklärt werden. Hier folgen einige Stellen aus der Originalbibel, die erklärt werden, Anmerkung Übersetzer, Akzent Graves in Kapitel 18, Vers 1 bezieht sich der Schreiber auf unser Aussehen zu jener Zeit und sagt. Gott der Herr erschien ihm unter den Eichen seines Mamre, während er am Eingang seines Zeltes in der Hitze des Tages saß. Der Schreiber spricht von Abraham in diesem Kapitel. Gott hat nie gesprochen, in der ältesten vorhandenen, hebräische Version der Bibel Jehova ist eins der vielen Synonyme für Gott. Alle weiteren Übersetzungen bringen sie vollständig durcheinander ersetzen die genauen Namen durch Vater oder Gott. In der hebräischen Version ist es klar, dass es Jehova war, der mit den Menschen sprach, erschienen in der menschlichen Form, redete er von Wundern und nicht von Gott. Von den Informationen, die in diesem Buch enthalten sind ist es klar, dass Gott, der große Geist und Gott Jehova gleich hierober ist. Im Rahmen dieser einzelnen Details, macht die gesamte Bibel viel mehr Sinn und wird faszinierender während des Lesens. Herausgeber Abraham schaute nach oben und er sah drei Männer in der Nähe stehen. Als er sie sah, lief er zu ihnen und fiel vor ihnen zu Boden. Und er sagte, Herr und Meister, wenn ich in deinen Augen Gnade gefunden habe, bitte ich dich, dass du dich nicht weit von deinem Diener entfernst. Abraham lädt die drei Männer einzubleiben. Der Schreiber bezeichnet sie in der einen Minute als Männer, und dennoch wird kurz darauf einer von ihnen als Gott der Herr bezeichnet. Er spricht mit ihnen und jedes Mal ist es jener, der als Gott der Herr genannt wird, der antwortet. Dies finden die Priester der katholischen Kirche als einen formalen Widerspruch mit ihren Meinungen, wie es in vielen anderen Religionen passiert, da sie dir sagen, dass sich keiner das Gesicht Gottes vorstellen kann, jeder würde davon geblendet werden. In gewisser Hinsicht haben sie recht, da der Schöpfer ein reiner Geist ist und kein Gesicht hat. Dem Schreiber zufolge unterhält sich Abraham mit Gott dem Herrn, als wäre es ein Lord auf Erden. Und Gott der Herr antwortete ihm und wurde von den anderen zwei Männern begleitet, aber der Schreiber spricht nicht über Engel. Ist es nicht eigenartig, dass Gott in Gestalt eines Mannes zur Erde kommt, begleitet von Männern und nicht von Engeln? Eigentlich ist es dort, und an vielen anderen Stellen in der Bibel, leicht zu erkennen, dass Gott niemals mit einem menschlichen Wesen gesprochen hat. Das hätte er auch nicht tun können, da es ja die Astralkörper sind, die zu ihm streben, und nicht Gott, der in ihre Richtung strebt. Das wäre ein Fluss, der rückwärts fließt, du hast niemals einen Fluss gesehen, der vom Meer in die Berge fließt, oder? Eine Seite der Bibel, zwei Seiten weiter von dem was wir gerade erwähnt hatten, ist auch ziemlich amüsant. Kapitel 19, Vers erstens Anführungszeichen unten Die beiden Engel kamen in Sodom an, und Lot saß an den Toren von Sodom. Als Lot sie sah, stand er auf, um den Boden vor ihnen zu küssen, dann schaffte er es, sie in sein Haus einzuladen, und plötzlich, in Vers fünftens, sie riefen Lot und fragten ihn. Wo sind die Männer, die in dein Haus eintraten? Jetzt bezeichneten die Schreiben sie als Männer. Als nächstes in Vers zehntens, die Männer kamen hinein und Lot schloss die Tür. Und in Vers elftens und sie schlugen jeden am Eingang des Hause, von der kleinsten bis zur größten Person mit Blindheit, sodass sie die Tür nicht finden konnten. Es ist leicht, den Mangel an Präzision in dieser Passage zu sehen, wo der Schreiber am Anfang von zwei Engeln spricht, und dann von zwei Männern, zwei Männern, die die Menschen mit Blindheit schlugen. Entsprechend der Bibel wird für so ein Wunder mindestens ein Engel benötigt. Das mein Lieber, ist ein anderes Beispiel der Verwirrung in den irdischen Schriften. Die Männer waren einfach unsere Männer von Tiaoba. So führten und halfen wir den Juden, denn es wäre eine Schande gewesen, eine spirituell entwickelt Rasse in Ignoranz und Barbarei fallen zu lassen, nur weil sie versehentlich den Fehler begangen hatte, auf einen Planeten zu kommen, der nicht geeignet für sie war. Wir halfen ihnen in den Jahrhunderten die folgten, und gewisse Schreiber hatten versucht, dies zu erklären, die Verse zu schreiben, welche die Bibel gebildet haben. Oft waren sie in gutem Glauben. Manchmal haben sie die Tatsachen verfälscht, allerdings nicht absichtlich. Die einzige Zeit, in der diese Verzerrungen vorsätzlich und aus ganz bestimmten Gründen gemacht wurden, erfolgte durch die römische Kirche während der Ratssitzung von Nizza anno 325, Konstantinopel anno 381, Ephesus anno 431 und Kaledonien anno 451. Es gab auch andere, aber nicht von so großer Bedeutung. Die Bibel ist nicht das Buch Gottes, wie die Menschen auf der Erde glauben. Es ist einfach ein Dokument mit viel Veränderungen und Verschönerungen, hinzugefügte alte Geschichten durch andere Schriftsteller. Gehen wir zum Beispiel in die Zeit des Auszugs aus Ägypten zurück, der die Menschen auf der Erde interessiert. Ich werde die Wahrheit für dich und für andere wiederherstellen, bevor ich weitergehe. Gehen wir zurück nach Ägypten, wo wir die Nachkommen der Astronauten, die Hebräer finden, der Name, der von ihrem Planeten Hebra abgeleitet wurde. Seit sie versehentlich auf deinem Planeten ankamen, hat diese Rasse große Schwierigkeiten erlebt, sie erlebte sie damals und sie erlebt sie noch. Wie du weißt, sind die Juden sehr intelligent vergleichsweise mit anderen Rassen? Sie haben eine Religion, die wirklich anders ist, und sie verkehren mit keiner anderen Rasse. Ehen finden fast immer unter ihrer eigenen Art statt. Wegen der unaufhaltsamen universellen Gesetze haben sie immer Verfolgung erlitten, von der viele in jüngster Zeit aufgetreten sind. Dadurch wurden ihre Astralkörper befreit und sie sind deswegen fähig, direkt zur höher entwickelten Planeten zu gehen, wohin sie gehören. Wie du auch weißt, gab es eine Gruppe von Hebräern mit Josef, dem Sohn von Jakob, in Ägypten, die eine Linie schafften, nur um von den Ägyptern gehasst zu werden, immer aus den gleichen nicht ausgesprochenen Gründen, ihrer Intelligenz und besonders ihrer Solidarität angesichts von Unglück. Es musste zur Tat geschritten werden. Kapitel 11 Wer war Christus? Dieses Ereignis trat während der Zeit des Pharao City auf. Es war in der Zeit, als alle Leute auf der Erde materialistisch wurden. In Ägypten war es üblich, dass die Haute-Volée Drogen zu sich nahm, genauso in Griechenland. Unzucht mit Tieren war keine Seltenheit, etwas, das vollkommen im Gegensatz zur Natur des universellen Gesetzes ist. Als es notwendig wurde zu helfen, wurde während unserer Mission entschieden, den Kurs, den die Geschichte nahm, zu verändern, indem wir an diesem Punkt einschreiten mussten. Wir mussten die Hebräer aus Ägypten herausholen, da sie sich nicht mehr wie freie Menschen unter der schlechten Herrschaft der Ägypter entwickeln konnten. Es wurde also entschieden einen Mann zu schicken, der fähig und gerecht war, um die Hebräer aus Ägypten zu führen und zu dem Land zurückzubringen, in dem sie früher lebten, damit ist das Land kurz nach ihrer Ankunft auf der Erde gemeint, das sie nach ihrer Wanderung von Russland aus erreichten. Auf dem Planeten Naxeti, einem Planeten der achten Kategorie, war gerade ein Mann mit dem Namen Xioxtin gestorben. Sein Astralkörper erwartete, dass er auf Theaobare inkarnieren würde, als ihm vorgelegt wurde, dass er stattdessen der Befreier der Hebräer sein könnte. Er stimmte dem zu und ging als Moses zur Erde. Moses wurde dann in Ägypten von ägyptischen Eltern geboren. Sein Vater war gleichbedeutend einem Oberleutnant zur See, in der Armee. Moses wurde nicht als Hebräer geboren, das ist auch noch ein Fehler in der Bibel. Die Geschichte des kleinen hebräischen Babys, das hilflos im Wasser ausgesetzt und von einer Prinzessin gerettet wurde, ist zwar sehr romantisch, aber falsch. Was für eine Schande. Ich liebte immer diese Geschichte. Sie ist wunderbar, wie ein Märchen. Märchen sind tatsächlich sehr hübsch, Michel, aber du musst dich mit der Wahrheit beschäftigen, nicht mit der Fantasie. Versprich mir, dass du nur die Wahrheit berichten wirst, wie sie ist. Selbstverständlich, habe keine Furcht Tau. Deine Anweisungen werden Wort für Wort befolgt werden. Ich erklärte dir, dass Moses in eine ägyptische Militärfamilie geboren wurde. Der Name seines Vaters war Latotes. Bis zum Alter von zehn Jahren spielte Moses oft mit den hebräischen Kindern. Ein hübsches und liebenswürdiges Kind, das bei den hebräischen Müttern beliebt war, und von denen er Süßigkeiten bekam. Nach und nach gewannen sie. Sein Herz, und er begann seine hebräischen Freunde wie Brüder zu lieben. Darum hat er sich verkörpert, aber du musst wissen, dass, nachdem sein Leben als Moses begann, alle Details davon, nachdem er akzeptiert hatte jenes Leben zu führen, aus seinem Gedächtnis gelöscht wurden. Er überschritt das Nagas, den Fluss von Oblivion, wie wir es nennen, den Fluss des Vergessens. Dies geschieht, ob jemand nun eine Inkarnation akzeptiert oder ablehnt. Natürlich gibt es einen Grund dafür. Wenn du dich zum Beispiel daran erinnern würdest, dass du in ungefähr 40 Jahren deine Ehefrau, die du liebst, verlieren würdest und zwei Kinder bei einem Autounfall, der dich an einen Rollstuhl fesselt, könnte dieses Wissen dich reizen, dein Leben eher zu beenden, statt all diesen Mühen entgegenzutreten, oder es könnte dich in andere, schlechte Bereiche führen. So wird der Film ausradiert, auf die gleiche Art, wie du eine Bandaufnahme löscht. Gelegentlich wird nicht alles gelöscht und kurze Teile von dem was ausradiert werden sollte, kannst du hören. Natürlich sind meine Analogien fantasievoll, wenn ich von Filmen und Bandaufnahmen spreche, aber ich hoffe, dass du eine Vorstellung von dem, was ich versuche zu erklären, bekommst. In Wirklichkeit bezieht sich der Prozess auf Elektrophotonik, die den Menschen auf der Erde noch unbekannt sind, sie dennoch mit einbezieht. Dies tritt tatsächlich oft in den Filmen auf der Ebene des Höheren Selbst zu seinem Astralkörper auf, was bewirkt, dass die meisten Menschen bei einigen Gelegenheiten während ihres Lebens sagen, das habe ich früher schon einmal gesehen, das habe ich schon gehört, und sie wissen, wie die nächste Situation aussieht, oder das nächste Wort sein wird. Das wird Dejawo genannt. Ja, ich verstehe gut, was du sagst. Die seltsamste einer solchen Erfahrung, die ich hatte war, als ich in französisch-Äquatorial-Afrika war. Ich war in der Armee und wir waren in einem Manöver, ungefähr 600 Kilometer von der Basis entfernt. Wir näherten uns der Tschad-Grenze und ich stand mit anderen Soldaten an der Rückseite eines Truppenbeförderungswagens, welcher auf der Straße stand. Plötzlich erkannte ich die Straße, als ob ich vor 14 Tagen schon einmal dort gewesen war. Ich war wie hypnotisiert von dieser Strecke, die in einer rechten Biegung endete. Ich erkannte die Straße, war allerdings auch sicher, dass ich, wenn wir um die Biegung kommen, eine Hütte mit Stroh bedeckt und einem Mangobaum, sehen würde. Ich war mir im zunehmenden Maße sicher, dass es so wäre, und als der Lastwagen um die Biegung fuhr, war es dort, eine einzelne Stroh-Hütte unter einem Mangobaum. Dann war es vorbei, ich erkannte nichts mehr. Mein Gesicht wurde weiß. Mein Begleiter neben mir fragte mich, ob ich in Ordnung sei, und ich erklärte ihm, was geschehen war. Seine Antwort war, du musst hier als Kind gewesen sein. Ich wusste, dass meine Eltern niemals einen Fuß auf afrikanischen Boden gesetzt hatten, aber ich schrieb es ihnen, so sehr hatte mich die Erfahrung beeinflusst. Ihre Antwort war, nein, wir haben nie eine solche Reise gemacht, als du klein warst. Dann meinte mein Freund, dass ich während einer anderen Existenz dort gewesen sein könnte, da er an die Wiedergeburt glaubte. Was denkst du, Tau? Es ist das, was ich dir gerade erklärt habe, Michel. Ein langer Teil deines Filmes wurde für dich nicht ausradiert, und ich bin froh, da es sehr gut veranschaulicht, was ich dir in Hinsicht auf Moses erklärte. Er wollte den Hebräern helfen, und da er beschloss, diese Welt auf dem üblichen Weg zu betreten, als neugeborenes Baby, wurde er verpflichtet, zu vergessen, wie der Verlauf seines Lebens wäre. Allerdings wird der Astra-Körper in seltenen Fällen, wie in diesem, mit Wissen und Erfahrung der vergangenen Leben geboren, sodass er keine Mühe hat, sich anzupassen, was in seinem neuen physischen Körper gelernt werden muss. Moses war auch dadurch begünstigt, dass er in eine gute Schule mit zahlreichen Einrichtungen geschickt wurde. Er war in seinen Studien überaus erfolgreich und erreichte Zugang in eine höhere Schule der Wissenschaft, die von Priestern und ägyptischen Experten geführt wurde. Zu dieser Zeit hatten die Ägypter noch Gymnasien, die eine sehr begrenzte Elite und einige der Lehren von Tod unterrichteten, die er vor langer Zeit aus Atlantis brachte. Moses war nahe daran sein Studium zu vollenden, als er Zeuge eines Vorfalls wurde, der eine große Bedeutung in seinem Leben haben sollte. Noch große Freundschaft zu den Hebräern fühlend, ging er oft zu ihnen, trotz der dringenden Empfehlung seines Vaters, dies nicht zu tun. Die Hebräer wurden in zunehmendem Maße durch die Ägypter verachtet, und sein Vater riet Moses, nicht mehr mit dieser Rasse zu verkehren. Trotzdem ging er an diesem Tag in die Nähe einer Baustelle, wo Hebräer unter der Leitung ägyptischer Soldaten arbeiteten. Von fern sah er einen Soldaten, der einen Hebräer stieß, der sofort zu Boden fiel. Bevor er einschreiten konnte, warf sich eine Gruppe Hebräer auf den Soldaten und tötete ihn? Dann begruben sie ihn schnell im Fundament das gemacht war, um eine gewaltige Säule zu halten. Moses konnte nicht viel tun, aber er wurde von ein paar Hebräern gesehen, während er wegging. Glaubend, er würde sie denunzieren, geritten die Hebräer in Panik und verbreiteten schnell, dass Moses es war, der den Soldaten getötet hatte. Als er zu Hause ankam, wartete sein Vater auf ihn und riet ihm, sofort in die Wüste zu gehen. Die biblische Geschichte, dass er in das Land von Madian ging, ist wahr, genau wie der Bericht über seine Verbindung mit der Tochter des Priesters von Madian. Ich werde mich nicht weiter über die Details auslasen. Wir wollten diese Menschen von der Sklaverei retten, in die sie gefallen waren, und was noch schlimmer war, vor den Griffen der bösen Priester, die eine Gefahr für ihre Psyche waren. Vor mehr als einem Millionen Jahre früher, hatten wir eine andere Gruppe von Menschen aus den Händen anderer gefährlicher Priester gerettet, und wenn du dich erinnerst, war es interessanterweise an fast dem gleichen Ort. Verstehst du, wie die Geschichte ein unaufhörlicher Wiederbeginn ist? Moses führte die Hebräer aus Ägypten wie es in der Bibel beschrieben wird, aber, bevor ich fortfahre, muss ich gewisse Fehler korrigieren, da wir wissen, dass viele Menschen auf der Erde sich sehr für diesen berühmten Auszug interessieren. Zuerst, der Auszug war unter dem Pharao Ramses II, der Nachfolger von Sitiiva. Als nächstes, die Hebräer zählten 375.000 Menschen, als sie am Schilfmeer ankamen und nicht am Roten Meer. Als drittes, die sehr flachen Gewässer wurden durch die Kraftfelder unserer Raumschiffe geteilt, die sich an der Oberfläche befanden. Wir ließen das Wasser sich wieder schließen, aber es ertrank nicht ein einzelner ägyptischer Soldat, einfach weil sie den Hebräern nicht in das Wasser gefolgt waren. Trotz des enormen Drucks der Priester auf den Pharao, zog er sein Versprechen nicht zurück und ließ die Hebräer gehen. Das Manna wurde jeden Tag verteilt und kam aus unseren Raumfahrzeugen. Ich muss dir nicht erklären, dass Manna nicht nur sehr nährend ist, wie du weißt, sondern auch sehr kompakt, weshalb es die Raumschiffe an Bord haben. Wenn Manna lange der Luft ausgesetzt wird, beginnt es allerdings innerhalb von 18 Stunden weich zu werden und zu verfaulen. Darum haben wir auch den Hebräern empfohlen nur so viel mitzunehmen, was sie für jeden Tag benötigten. Und jene, die mir nahmen, sahen bald ein, dass sie einen Fehler gemachten hatten, und dass sie den Rat des großen Gottes, der wir eigentlich für sie waren, hätten befolgen sollen. Die Hebräer brauchten auch keine 40 Jahre um Kanaan zu erreichen, sondern 3, 1, 2 Jahre. Und die Geschichte vom Berg Sinai ist fast wahr. Wir landeten auf dem Berg, um nicht von den Menschen gesehen zu werden. Zu der Zeit war es vorzuziehen, für diese Leute war es einfacher an Gott zu glauben, als an Außerirdische, die über ihnen wachten und ihnen halfen. Damit Michel, sind die Erklärungen über die Hebräer aber noch nicht beendet. In unseren Augen waren dies die einzigen Menschen, die der Richtung der Spiritualität folgten. Unter ihnen, und später unter ihren bedeutenden Priestern gab es einige die Gerüchte, weil sie verbreiteten, dass ein Messias kommen würde, der sie rettet. Das hätten die Menschen nicht erzählen sollen, da sie über einen Teil des Gespräches berichteten, dass wir mit Moses auf dem Berg Sinai hatten. Seit der Zeit haben die Hebräer die Ankunft des Messias erwartet, und er ist gekommen. Lass uns jetzt wieder in der Zeit zurückgehen. Als die Hebräer wieder in dem Land waren, das sie ursprünglich besiedelt hatten, waren sie besser organisiert worden. Sie stellten in ihrer Zivilisation große königliche Gesetzgeber wie Salomon und David, um nur zwei zu nennen. Wir bemerkten, dass diese Menschen nach Salomons Tod in die Anarchie geführt wurden und erlaubten, dass sie von bösen Priestern beeinflusst wurden. Alexander der Große fiel in Ägypten ein, machte am Ende jedoch nichts Konstruktives für die Welt. Die Römer folgten ihm und errichteten ein riesiges Reich, das mehr in Richtung Materialismus ausgerichtet war als auf Spiritualität. Die großen Völker, wie die Römer, waren in ihrer Zeit technologisch weit fortgeschritten, selbstverständlich relativ gesprochen. Aber sie brachten eine oberflächliche Kenntnis von Göttern und Glauben mit sich, gerade genug, um spirituell Verwirrung zu schaffen, aber nicht genug, um die Menschen zur universellen Wahrheit zu führen. Diesmal entschieden wir uns, eine große Hand zu reichen. Wir machten es in Israel in dem Glauben, dass die Hebräer sehr intelligent waren und Ahnen hatten, die spirituell sehr fortgeschritten waren, im Gegensatz zu Rom das ein spirituell unfruchtbares Land war. Wie hielten sie für adäquate um die universelle Wahrheit zu verbreiten? Die hebräischen Menschen wurden einstimmig von den großen Tauri ausgewählt. Auf der Erde wurden sie als die auserwählten Menschen bezeichnet und der Name könnte nicht geeigneter sein, sie waren tatsächlich die Auserwählten. Unser Plan sollte die öffentliche Fantasie erobern, indem wir einen Boten des Friedens schickten. Die Geschichte von der Geburt von Jesus, wie du sie kennst, mit der Jungfrau Maria als Mutter, ist wirklich wahr. Die Beschreibung über die Erscheinung eines Engels während der Ankündigung ist in jedem Detail korrekt. Wir schickten ein Raumschiff und einer von uns erschien vor der Jungfrau, die in der Tat rein war und erklärte ihr, dass sie schwanger werden würde. Der Embryo wurde ihr eingepflanzt, während sie unter Hypnose war. Ich sehe Michel, du hast enorme Schwierigkeiten zu glauben, was ich gesagt habe. Vergiss niemals, dass wir das Wissen haben, du hast noch nicht ein Zehnteltel von dem gesehen, was wir tun können. Passe sorgfältig auf, während ich dir einige Beispiele nenne, um dir verstehen zu helfen, was ich dir erklären werde. Tau hielt inne und es schien, dass sie sich konzentrierte. Während ich sie beobachtete, wurde ihr Gesicht unscharf und instinktiv rieb ich meine Augen. Natürlich half dies nicht und sie wurde tatsächlich nach und nach transparenter, bis ich durch sie durchsehen konnte. Schließlich war sie nicht mehr dort, sie war vollständig verschwunden. Tau rief ich ein wenig besorgt, wo bist du? Hier, Michel. Ich sprang auf, weil ich die Stimme als ein Geflüster direkt an meinem Uhr hörte. Aber du bist vollkommen unsichtbar. Jetzt ja, aber du wirst mich wiedersehen. Schau. Meine Güte, was ist mit dir passiert? Einige Meter vor mir sah ich die Silhouette von Tau, vollkommen golden und strahlend, als ob in ihr ein Feuer brannte, dessen Flammen intensiv informierten. Was ihr Gesicht anbetraf, es war erkennbar, aber ihre Augen schienen, jedes Mal wenn sie sprach, kleine Strahlen weiterzusenden. Sie begann über dem Boden aufzusteigen, ohne einen Muskel ihres Körpers bewegt zu haben. Dann fing sie an, den Raum zu umkreisen, sodass ich Mühe hatte, ihr mit meinen Augen zu folgen. Schließlich blieb sie über ihrem Sitz stehen und setzte sich in ihrer geisterhaften Form hin. Es war, als ob sie von einem strahlenden Nebel gemacht wäre, sie war tau und doch durchsichtig. Im nächsten Augenblick war sie gegangen. Ich sah mich um, aber sie war ganz verschwunden. Such nicht weiter Michel, ich bin zurück. Tatsächlich war sie dort, in Fleisch und Knochen wieder auf ihrem Sitz. Wie machst du das? Wie ich dir gerade erklärte, haben wir das Wissen. Wir können die Toten wieder beleben? Wir können die Blinden und Tauben heilen? Gelähmte gehen lassen und wir können Kranke heilen, um nur einiges zu nennen. Wir sind Meister, nicht von Natur, aber in Natur, und wir können die schwierigsten Dinge tun, wir können Leben spontan erzeugen. Durch die Freigabe des kosmischen Strahls können wir lebende Geschöpfe schaffen, einschließlich des Menschen. Meinst du damit, dass ihr das Retortenbaby erarbeitet habt? Überhaupt nicht, Michel. Du folgerst wie ein Erdbewohner. Wir können einen menschlichen Körper schaffen, aber das wird nur vom bedeutenden Tauri gemacht und wird mit endloser Sorgfalt angewandt, denn der menschliche Körper muss von einigen Körpern bewohnt werden, wie der bewusst ist, den physiologischen, den Astralen und so weiter. Wenn es nicht nur ein Roboter sein soll, ist perfektes Wissen für solch ein Unternehmen erforderlich. So, wie viel Zeit benötigst du, um ein Baby zu schaffen? Du hast das, was ich gesagt habe, wirklich nicht begriffen, Michel. Ich spreche nicht von einem Baby, aber in diesem Fall, von einem erwachsenen Menschen. Ein Mann von 20 oder 30 Jahren kann vom Tauri in ungefähr 24 deiner Erdstunden geschaffen werden. Wie zu erwarten, wurde ich von dieser Enthüllung vollkommen fassungslos. Ich war in einem Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit gereist, und man hat mich Milliarden von Kilometern entfernt in meinem Haus gefunden. Ich hatte Außerirdische getroffen, und bin mit meinem Astralkörper durch die Zeit gereist, um Szenen zu bezeugen, die vor tausenden von Jahren auftraten. Ich kann jetzt Auren sehen und Sprachen verstehen, die ich nie vorher gehört hatte. Ich hatte sogar kurz parallele Universen der Erde besucht. Ich glaubte zu wissen, was es für einen Erdbewohner zu wissen gab, zu wissen von diesen Menschen und ihren Fähigkeiten, dank der Erklärungen, die mir von ihnen gegeben wurden. Jetzt, es schien, dass alles was mir gesagt wurde, alles was mir präsentiert wurde, wie eine Vorspeise war. Meine Gastgeber konnten in 24 Stunden einen lebenden Menschen schaffen. Tau beobachtete mich, sie las wie in einem offenen Buch in mir. Jetzt, da du meiner Erklärung folgst Michel, werde ich die Geschichte zu Ende erzählen, die so viele deiner Mitmenschen interessieren wird, insofern, als es in der Bibel ein wenig verfälscht ist. So impfte unser Engel ein Embryo in Maria, einer Jungfrau ein, sodass sie schwanger war. Durch das Handeln auf diese Art hofften wir, die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen und zu betonen, dass das Kommen von Jesus wirklich ein besonderes Ereignis war. Vor der Geburt des Kindes erschienen wir den Schafhirten in der gleichen Weise, wie ich es dir vor einigen Momenten demonstrierte. Wir schickten die drei berühmten, weisen Männer nicht, sie sind ein Teil der Legende, die den realen Ereignissen hinzugefügt wurden. Allerdings führten wir die Hirten und eine Gruppe von Menschen an den Ort, wo Jesus geboren wurde. Vollendet wurde dies, indem aus unserem Bereich ein Leuchten geschaffen wurde. Der optische Effekt der dadurch geschaffen wurde, verursacht in der Tat so etwas ähnliches wie einen Stern über Bethlehem. Heutzutage, wenn wir solch eine Sache machen würden, würden die Menschen ein UFO schreien. Schließlich wurde durch die Priester und jene, die sich Priester nannten, das, wie von den Propheten gelehrt, die Geburt stattgefunden hat. Angesichts der Phänomene des Sternes und des Engels wurde, wie von den Propheten verkündet, das Ereignis als die Geburt des Messias, anerkannt und ihm wurde die Bezeichnung König der Juden gegeben. König Herodes allerdings hatte Spione in allen Vierteln, wie es die meisten Führer tun. Als diese ihm von diesem bemerkenswerten Ereignis berichteten, war es für ihn schwierig zu verstehen und er war erschrocken. In jener Zeit waren die Leben der Menschen für ihre Führer nicht wertvoll, und so hatte er keine Bedenken, den Tod von 2606 Babys in der Region zu befehlen. Während diese Morde durchgeführt wurden, evakuierten wir unter Hypnose Maria, Josef und das Baby Jesus, sowie zwei Esel in unserem Raumschiff und setzten sie an einem Ort in der Nähe von Ägypten ab. Verstehst du, wie die Tatsachen verfälscht worden sind? Jetzt gibt es andere Details, über die gewissenhaft berichtet wurde, aber sie sind wegen Mangel an Information ungenau. Lass mich dir das erklären. Das Baby Jesus, in Bethlehem geboren, bewies, dadurch, dass die Wunder zu seiner Geburt gehörten Gedankenstrichbreite n, dass er wirklich jemand besonderer und tatsächlich der Messias war. So hatten wir die Vorstellungen der Menschen erobert, aber, wenn ein Baby geboren wird, kann Astralkörper nicht alles hinsichtlich seines vorhergehenden Wissens kennen. Dies war auch der Fall bei Moses, und doch war er eine bedeutende Person. Es war erforderlich einen Boten zu haben, der fähig sein würde die Menschheit davon zu überzeugen, dass es ein anderes Leben, ein Leben über dieses hinaus, durch Wiedergeburt des Astralkörpers und so weiter gab. Dies wurde allgemein nicht mehr angenommen, da die Zivilisation auf der Erde nach dem Untergang von Atlantis den Glauben immer mehr abgebaut hatte. Du weißt, dass, wenn du etwas erklären möchtest was keine materielle Tatsache ist, sogar von deinen nächsten Freunden mit Skepsis betrachtet wird. Menschen suchen materielle Beweise, und wenn sie diese nicht mit ihren eigenen Augen sehen, werden sie nicht glauben. Um unsere Botschaft zu übersenden, benötigten wir jemanden, der sich wie ein außergewöhnliches Sein benahm, wie jemand der vom Himmel kam, und der das ausführte, was als Wunder erscheinen würde. Solch eine Person würde geglaubt werden und seinen Lehren würde Gehör geschenkt werden. Wie du weißt, wenn ein Astralkörper in ein Baby inkarniert, passiert es, den Fluss des Vergessens und sein früheres materielles Wissen wird gelöscht. Deswegen hätte das in Bethlehem geborene Kind die Wunder nicht vollbringen können, auch wenn er 100 Lebensalter lebte. Allerdings war er ein überlegenes Sein, wie Moses. Dies wird übrigens von ihm im Alter von zwölf Jahren von den erstaunten Tempelärzten bestätigt. Genau wie die jungen Leute jetzt auf der Erde, die Genies genannt werden, weil sie eine Vorstellung in ihren Köpfen zu haben scheinen, war Jesus ein Mensch, der von einem sehr hochentwickelten Astralkörper bewohnt wurde. Und dennoch, selbst wenn er in den sehr anspruchsvollen Schulen auf der Erde studiert hatte, unter den Nagas zum Beispiel, hätte er niemals das Wissen erwerben können, um Tote wieder zu beleben, oder Kranke zu heilen. Ich weiß, dass es auf der Erde Menschen gibt, die glauben, dass Jesus im Alter von zwölf Jahren bis zu seiner Rückkehr nach Judäa in den Klöstern von Indien und Tibet studierte. Das ist ihr Versuch, die Lücke zu erklären, die in der Bibel existiert, als Jesus einfach aus Bethlehem verschwand. Er verließ das Haus seiner Eltern im Alter von 14 Jahren, von seinem zwölf Jahre alten Bruder Ureki begleitet. Er reiste nach Burma, Indien, China und Japan. Sein Bruder begleitete Jesus überall hin, bis Ureki versehentlich in China getötet wurde. Jesus nahm eine Locke von Urekis Haaren mit, weil er ihn sehr liebte. Jesus war 50 Jahre, als er in Japan ankam, wo er heiratete und drei Töchter hatte. Schließlich starb er im japanischen Dorf von Shingu, wo er für 45 Jahre gelebt hatte. Er wurde in Shingu beerdigt, das auf der Hauptinsel von Japan ist, Hunsu, und neben seiner Gruft ist eine andere, die eine Kiste mit Urekis Haarlocke enthält. Jene deiner Mitmenschen, die den Beweis sehen möchten, können nach Shingu gehen, früher bekannt als Harai, im Bezirk von Aomori. Eine Erklärung zum Aomori-Beweis ist ziemlich lang und kann online bei http//www.tiaoba.com//tum.htm in Englisch gelesen werden. Aber lass uns zu unserer genauen Mission in diesem Thema zurückkehren. Der einzige Bote, den wir zur Erde schicken konnten, musste einer von uns sein. Der Christus der am Kreuz in Jerusalem starb, wurde Ariok genannt. Er wurde von uns in die Wüste von Judäa gebracht, und er hatte sich freiwillig angeboten, seinen physischen Körper zu verändern. Er verließ seinen hermaphroditischen Körper, der eine erhebliche Zeit auf Tiaoba gelebt hatte, und übernahm den Körper von Christus, der für ihn von unserem Tauri geschaffen wurde. Indem er das tat, behielt er das totale Wissen bei, dass er auf Tiaoba besaß. Warum hatte er nicht in seinem Körper bleiben können und einfach nur die Größe reduziert, so wie es Latoli und Biastra es mir demonstrierten? Hätte er nicht lange genug in einem geschrumpften Körper bleiben können? Es gab ein anderes Problem Michel, er musste einem Menschen von der Erde in jeder Hinsicht ähneln, und da wir hermaphroditen sind, konnten wir nicht riskieren, dass die Hebräer bemerkten, dass dieser Bote von Gott halbweiblich war. Wir können einen Körper nach Belieben regenerieren, das ist der Grund, warum du so wenige Kinder auf Tiaoba gesehen hast. Wir können auch einen Körper schaffen, wie ich dir gerade erklärt habe, und wir können ihn an Größe verringern. Schau mich nicht so an, Michel. Ich stelle fest, dass es schwierig für dich ist, all dies aufzunehmen und zu glauben, was ich dir erzähle, aber wir haben schon genug vor dir enthüllt, um zu wissen, dass wir fähig sind die meisten Phänomene zu beherrschen. Jesus, der von Tiaoba kam, wurde von uns in die Wüste gebracht und du weißt, was folgte. Er wusste, dass er zahlreichen Schwierigkeiten gegenüberstehen würde und dass er gekreuzigt werden wird. Er kannte alles, da er sein Leben vorher mit uns in einer Vorschau gesehen, aber er hat mit dem Wissen seinen Astralkörper in einen physischen Körper geführt. Er erinnerte sich, genau wie du dich an deine Reise nach Mur und an die Rückblicke auf deine bisherigen Leben erinnern wirst. Die Visionen, ich wiederhole es, gesehen durch den Astralkörper mit dem Hohen Selbst, wurden durch den Gang des Astralkörpers in den physischen Körper, nicht gelöscht. So wusste er alles und auch was zu tun war. Selbstverständlich hatte er die Energie, die Toten wieder zu beleben, Blinden die Sehkraft zu geben und Taube konnte er wieder heilen und, als er gekreuzigt wurde und tot war, waren wir dort um ihn wegzuholen und ihn wieder zu beleben. Wir rollten den Stein vom Grab, nahmen ihn schnell in unser Raumfahrzeug, das in der Nähe in Position gebracht wurde und belebten ihn dort wieder. Im rechten Augenblick erschien er wieder, um so für seine Unsterblichkeit zu sorgen. Sein Erscheinen nach seinem Tod gab den Menschen Hoffnung und zeigte ihnen, dass sie zum Schöpfer gehörten, und dass jeder von uns einen Funken seiner Göttlichkeit besitzt. So wurden alle seine Wunder vollbracht, um zu beweisen, dass das, was er predigte, war wahr? Ja, weil die Hebräer und die Römer ihm nie geglaubt hätten, wenn er sich nicht bewiesen hätte. Es gab ein sehr gutes Beispiel von Unglauben und Skepsis unter den Menschen auf der Erde in Hinsicht auf das Leichentuch von Turin. Obwohl Millionen an das Kommen von Jesus glauben und praktizieren, mehr oder weniger christliche Religionen, waren sie bestrebt, die Ergebnisse der Forschung von Fachleuten zu hören, ob oder ob nicht das Leichentuch Jesus nach seinem Tod abdeckte. Du kennst jetzt die Antwort darauf. Allerdings suchen Menschen Beweise und mehr Beweise, und immer mehr Beweise, um den Zweifel, der in ihren Geistern existiert, zu stillen. Buddha, ein Erdbewohner, der sein Verständnis durch seine eigenen Studien erwarb, sagte nicht, wie deine Mitmenschen es tun. Ich glaube, sondern ich weiß. Glaube ist nie perfekt, aber Wissen ist es. Wenn du zur Erde zurückkehrst und deine Geschichte erzählst, als erstes wirst du nach einem Beweis gefragt werden. Wenn wir dir zum Beispiel ein Stück Metall geben würden, das nicht auf der Erde existiert, es würde immer jemanden unter den Experten geben, die es analysieren und darauf bestehen würden, dass du beweisen sollst, dass dieses Metall nicht von einem geschickten Alchemisten deines Bekanntenkreises geschaffen wurde, oder einige solche Dinge. Wirst du mir einen Beweis geben? Michael, enttäusche mich nicht. Du wirst keinen materiellen Beweis aus genau diesen Gründen erhalten, die ich dir gerade umrissen haben, es gibt keinen, Punkt. Glaube ist nichts im Vergleich zu wissen. Buddha wusste es und wenn du zur Erde zurückkehrst, wirst auch du sagen können, das weiß ich. Es gibt da eine wohlbekannte Geschichte des Zweifels von Thomas, der Christus Wunden berühren wollte, denn was er mit seinen eigenen Augen sah, überzeugte ihn nicht genug. Und dennoch, als er sie anfasste, war er noch skeptisch. Er vermutete irgendeine Art magischer Tricks. Du weißt nichts von der Natur auf deinem Planeten Michael, und sobald etwas auftritt, das jenseits eures Verständnisses ist, behauptet jeder es ist magisch. Schweben ist Magie, Unsichtbarkeit ist Magie, und doch wenden wir nur die Naturgesetze an. Du solltest eher sagen, Schweben ist Wissen und Unsichtbarkeit ist Wissen. Dafür wurde Christus zur Erde geschickt, um Liebe und Spiritualität zu predigen. Er musste mit den Leuten kämpfen, die nicht sehr entwickelt waren, und mit ihnen in Gleichnissen sprechen. Als er über die Tische der Händler im Tempel böse wurde, war es das erste und einzige Mal, dass er eine Erklärung über Geld abgab. Seine Mission sollte eine Botschaft von Liebe und Güte bringen, liebet einander und er sollte die Menschen auch in Hinsicht auf die Wiedergeburt und Unsterblichkeit aufklären. Dies wurde in der Zeit alles von den Priestern verfälscht, woraus zahlreiche Zerwürfnisse folgten und zum Anstieg der vielen Sekten führte, die behaupteten, den Lehren von Christus zu folgen. Christen haben durch die Jahrhunderte sogar im Namen Gottes getötet. Die Inquisition war ein gutes Beispiel, und die spanischen Katholiken in Mexiko benahmen sich schlimmer als die wildesten Stämme, und alles im Namen von Gott und Christus. Religionen sind ein wirklicher Fluch auf deinem Planeten, wie ich gesagt und bewiesen habe. Was die neuen Sekten angeht, die auf der ganzen Erde entstehen und blühen, sie basieren auf Kontrolle, indem sie einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Es ist erschreckend die jungen Leute zu sehen, die im Körper und Geist gesund sind, und sich den Scharlatanen vor die Füße werfen, die behaupten Gurus und große Meister zu sein, und die letzteren sind Meister von nur zwei Dingen, von großen Geldsummen sprechend und sammelnd. Dies gibt ihnen natürlich Macht und enormen Stolz, sich über die Masse von Menschen, die zu ihnen kommen, zu erheben und über ihre Köpe und Seelen zu herrschen. Vor nicht langer Zeit gab es sogar einen Führer, der seine Anhänger darum bat, Selbstmord zu begehen, und sie gehorchten. Da ihr auf der Erde Beweise liebt, gibt es ein Ausgezeichnetes, das ich dir gebe. Das universelle Gesetz verbietet Selbstmord, wenn dieser Meister echt gewesen wäre, hätte er dies gewusst. Als er dieses Opfer von ihnen forderte, präsentierte er den größten Beweis seiner Unwissenheit. Sekten und Religionen sind ein Fluch auf der Erde und wenn du siehst, dass der Papst Millionen von Franks oder Dollars für seine Reisen braucht, tut er es, obwohl es mit weniger Geld gehen könnte, er könnte den Überschuss an Hunger leidende Länder geben, um ihnen zu helfen. Und du kannst mich nicht davon überzeugen, dass es das Wort von Christus ist, der solche Handlungen lenkt. Es gibt eine Passage in der Bibel, die sagt. Es ist einfacher für ein Kamel durch das Nadelöhr zu schreiten, als dass ein Reicher das Paradies betrittst. Der Vatikan ist zweifellos die wohlhabendste Kirche auf deinem Planeten, und dennoch haben die Priester ein Gelöbnis der Armut abgelegt. Sie haben keine Angst davor, verdammt zu werden, dennoch glauben sie an die Verdammnis, weil sie sagen, dass es die Kirche ist, die reich ist und nicht sie. Dies ist wirklich ein Spiel mit Worten, das die Kirche erfindet. Es ist wie bei einem Sohn eines Multimilliardärs der behauptet, dass nicht der Reich ist, sondern nur sein Vater. Die Kirche hat die Passage in der Bibel bezüglich des Reichtums nicht verfälscht. Sie hat sie zu ihrem Vorteil benutzt, ist es nicht so, dass die Reichen durch den Prophet der Kirche ärmer werden? Die jungen Generationen auf der Erde sind im Prozess der Selbstprüfung. Sie sind an einem Wendepunkt angekommen, Ereignisse haben sie dazu geführt und ich weiß, dass sie sich alleine fühlen, mehr als irgendeine frühere Generation vor ihnen. Sie werden von ihrer Einsamkeit nicht frei sein, indem sie sich Sekten oder Religionsgruppen anschließen. Zuerst, wenn sie sich erheben wollen, müssen sie meditieren und sich dann konzentrieren, das ist ein Unterschied, doch häufig wird dies beides verwechselt. Sie brauchen an keinen besonderen Ort gehen, in den größten oder schönsten Tempel der Menschen, dieser ist im Inneren. Dort kann man in Kommunikation mit seinem Höheren Selbst durch Konzentration treten, sein Höheres Selbst bittend, ihm zu helfen, seine irdischen, materiellen Schwierigkeiten zu überwinden. Aber bestimmte Menschen müssen sich mit anderen Menschen treffen, um zu wissen wie sie kommunizieren. Jene, die erfahrener sind, geben ihnen Hilfestellung, nehmen jedoch nie die Position eines Meister an. Der Meister kam vor 2000 Jahren, oder sollte ich sagen, einer der Meister kam, aber Menschen kreuzigten ihn. Für 300 deiner Jahre wurde die Botschaft, die er brachte, befolgt. Danach wurde sie verfälscht, und jetzt seid ihr auf der Erde an einen Punkt zurückgekehrt, der schlimmer als vor 2000 Jahren ist. Die junge Generation, über die ich gerade gesprochen habe, erhebt sich auf deinem Planeten und erkennt nach und nach die Wahrheit vieler Dinge, von denen ich gesprochen habe. Aber sie müssen lernen, in sich ihre Antworten zu suchen. Sie sollten keine Hilfe von woanders her erwarten, da würden sie enttäuscht werden. Kapitel 12 Eine außerordentliche Reisegesellschaft, außerordentliche Menschen als Tau aufgehört hatte zu sprechen, konnte ich deutlich sehen, dass ihre Aura stumpf geworden war. Draußen hatte der Regen aufgehört? Die Sonne schien aus riesigen weißen Wolken und tönte sie blau und rosa. Die Bäume, deren Zweige sich in einer zarten Brise bewegten, sahen aufgefrischt aus und tausend Regenbögen tanzten in den Tröpfchen von Wasser, das an ihren Blättern hing. Die lieblichen Lieder der Vögel, die sich mit dem Klang der Insekten und dem Licht mischten, begrüßten die Rückkehr der Sonne. Dieser Moment war der magischste, dem ich begegnet war. Keiner von uns hatte Lust zu sprechen und wir erlaubten unseren Seelen, die Fülle dieser Schönheit um uns zu trinken. Es war der Klang von Lachen und glücklicher Stimmen, die uns aus unserem friedlichen Zustand weckten. Während wir uns umdrehten, sahen wir Biastra, Latoli und Lationo sie sich näherten, jeder mit seinem eigenen Tara fliegend. Sie landeten gerade vor dem Doku und traten ohne Getue und breitem Lächeln, das ihre Gesichter erhellte, ein. Wir standen auf und begrüßten sie, die Grüße wurden in der Sprache von Tia Opa ausgetauscht. Ich war noch in der Lage alles zu verstehen, was gesagt wurde, obwohl ich unfähig war, die Sprache zu sprechen. Dies schien jedoch unwichtig zu sein, da ich wenig zu sagen hatte, und sie verstanden auf jeden Fall, auch wenn ich Französisch sprach, da sie meine Worte telepathische verstanden. Wir erfrischten uns nochmals mit dem Hydromel-Getränk und als wir fertig waren, gingen wir. Ich setzte meine Maske auf und folgte ihnen alle nach draußen, wo Latoli sich mir näherte und einen Tara um meine Talie legte. Dann legte sie mir einen Litjolak in meine rechte Hand. Ich war in Gedanken sehr aufgeregt, dass ich fähig sein würde, wie ein Vogel zu fliegen. Seit dem ersten Tag meiner Ankunft auf diesem Planeten, und seit ich diese Menschen hatte fliegen sehen, habe ich davon geträumt, aber so viel geschah so schnell, und ich muss sagen, dass ich eine solche Gelegenheit nicht erwartet hatte. Latoli fragte ich, warum tragt ihr einen Tara und Litjolak, wenn ihr doch in der Lage seid zu schweben? Schweben erfordert große Konzentration und einen wirklichen Aufwand an Energie, Michel, sogar für uns, und es erlaubt uns nur sieben Kilometer in der Stunde zu reisen. Schweben wird nur während bestimmter psychischer Übungen verwendet, aber es ist ein armes Transportmittel. Diese Apparate gründen nach dem gleichen Prinzip wie das Schweben, insofern als sie auf Neutralisation der kalten magnetischen Kraft des Planeten basiert. Es ist die gleiche Kraft, die du Schwerkraft nennst, und die alle Körper auf dem Boden hält. Der Mensch, wie ein Stück Felsen, wird von der Masse gebildet, aber, indem wir die kalte magnetische Kraft durch Erhöhung gewisser Frequenzschwingungen neutralisieren, werden wir schwerelos. Dann, um uns zu bewegen und unsere Bewegung zu lenken, führen wir Schwingungen einer anderen Frequenz ein. Wie du sehen kannst, ist der Apparat, der dies schafft, für uns ganz einfach. Dieses gleiche Prinzip wurde von den Bauherren der Pyramiden von Nu, Atlantis und Ägypten benutzt. Tau hat schon mit dir davon gesprochen, aber jetzt wirst du die Wirkung von Antigravitation erleben. Welche Geschwindigkeit kann mit diesen Apparaten erreicht werden? Mit diesem besonderen kannst du mit ungefähr 300 km pro Stunde und in jeder Höhe die du wählst sein, aber es ist Zeit zu beginnen, gehen wir, die anderen warten. Glaubst du, dass ich es richtig benutzen kann? Natürlich. Ich werde dich unterrichten wie, und du musst aufmerksam sein, wenn du startest. Du könntest einen ernsten Unfall haben, wenn du meine Anweisungen nicht Wort für Wort befolgst. Alle beobachteten mich, allerdings war Lationo sie am meisten amüsiert über meine Sorge. Ich hielt meinen Litjolack fest in meiner Hand, der an meinem Unterarm mit einem Sicherheitsgurt befestigt war. Dies bedeutete, dass, wenn ich es loslasse, es bei mir bleiben würde. Meine Kehle war ganz trocken. Ich muss sagen, ich fühlte mich nicht sehr selbstsicher, aber Latoli kam zu mir herüber und legte einen Arm um meine Taille, mir versichernd, dass sie mich nicht eher freilassen würde, bis ich mich an den Apparat gewöhnt hatte. Sie erklärte auch, dass ich mich nicht um den Tara sorgen müsse, der an meiner Taille befestigt war, aber dass der Litjolack festgehalten werden sollte. Zuerst musste man an einem großen Knopf ziemlich fest drehen, der den Apparat verwendbar machte, ähnlich wie beim Drehen des Schlüssels in einem Zündschloss im Auto. Ein kleines Licht erschien und zeigte die Bereitschaft an. Der Litjolack hatte die Form ähnlich einer Birne. Er wurde mit der Basis nach unten gehalten, und seine Spitze endete in einem pilzförmigen Hut, der die Finger wohl davon abhalten sollte, abzurutschen. Diese Birne wurde um seinem Hals ergriffen. Latoli erklärte mir, dass dieser Litjolack für mich gemacht wurde, da meine Hände halb so groß waren, wie ihre, und ich hätte kein standardmäßiges Modell halten können. Außerdem sei es wichtig, dass die Größe der Birne sich genau in die Hand einfügt, die sie hält. Es fühlte sich weich an, als ob es aus Gummi gemacht und mit Wasser gefüllt war. Ich bekam meine Anweisung und packte den Litjolack so fest, dass Latoli gerade noch genug Zeit hatte mich zu packen, bevor wir uns in die Luft erhoben. Wir hatten einen Sprung von gut drei Metern gemacht. Die anderen waren um uns in der Luft, in einer Höhe von ungefähr zwei Metern vom Boden, und sie alle explodierten in ein Gelächter bei Latolis Überraschung. Sorgfältig, sagte ihr Tau, Michel ist ein Mann der Tat. Wenn du einen Apparat in seiner Hand legst, wird er ihn sofort benutzen. Wenn du den Litjolack drückst, wie du es gerade gemacht hast, wirst du vertikal steigen. Wenn der Druck mit deinen Fingern etwas größer ist, fliegst du nach links. Mit dem Daumen gehst du nach rechts. Wenn du hinunter gehen möchtest, entweder nimmst du den Druck zurück, oder, um schneller abzusteigen, kannst du mit deiner linken Hand die Unterseite drücken. Während sie sprach, ließ Latoli mich die Bewegungen üben. Wir waren in einer Höhe von ungefähr 50 Meter, als wir Taos Stimme hörten. Gut gemacht, Michel. Du solltest ihn das jetzt alleine machen lassen, Latoli. Er hatte die Idee. Es hätte mir gefallen, wenn sie ihre Gedanken für sich behalten hätte. Ich teilte ihre Meinung überhaupt nicht, denn ich fühlte mich unter der schützenden Führung von Latoli sicherer, und ich spiele nicht mit Worten. Sie ließ mich allerdings los, blieb aber in der Nähe und in der gleichen Höhe. Sanft gab ich meinen Druck auf dem Litjolack frei und hörte auf zu steigen. Den Druck weiter freigebend, begann ich hinunterzugehen. Beruhigt drückte ich gleich den Kragen und schoss nach oben wie ein Pfeil, so weit, dass meine Finger einfroren und ich fortfuhr aufzusteigen. Entspanne deine Hand, Michel. Entspanne deine Hand, rief Latoli, die sich mit dem Zwinkern eines ihrer Augen mit mir verbunden hatte. Oh! Ich blieb stehen, oder fast, ungefähr in einer Höhe von 200 Metern über dem Ozean, da ich versehentlich stärker auf meinen eingefrorenen Daumen gedrückt hatte. Die anderen schlossen sich uns in einem Rendezvous in der Höhe an. Ich muss einen merkwürdigen Ausdruck auf meinem Gesicht gehabt haben, denn sogar Lationo sie brach in Gelächter aus, und das war das erste Mal, dass ich ihn so gesehen hatte. Sanft, Michel. Dieser Apparat ist sehr empfindlich bei Berührung. Ich glaube, dass wir jetzt unseren Weg verfolgen können. Wir zeigen dir den Weg. Sie bewegten sich langsam weiter, während Latoli an meiner Seite blieb. Wir behielten die gleiche Höhe bei. Ich merkte, indem ich mit der Handfläche drückte, war ich fähig nach Belieben zu beschleunigen. Und mit dem Druck eines Fingers regulierte ich die Höhe und Richtung. Ich machte noch einige unerwartete Abweichbewegungen, besonders da meine Aufmerksamkeit von drei imponierenden Persönlichkeiten abgelenkt wurde, die unseren Weg kreuzten. Beiläufig warfen sie mir einen Blick zu, offensichtlich wirklich über meinen Anblick erstaunt. Nach einiger Zeit, ich denke über 1, 2 Stunden, hatte ich gelernt, die Maschine zu beherrschen, zumindest genug, um erfolgreich über den Ozean zu fliegen. Ohne irgendwelche Hindernisse. Hoben wir stufenweise die Geschwindigkeit an, und ich war sogar in der Lage in der Formation neben meinen Begleitern zu fliegen, ohne zu häufig abzufallen. Es war erregend, ich hätte mir niemals solch eine Empfindung vorstellen können. Weil die Ausrüstung eine Art Kraftfeld um mich schuf, machte es mich schwerelos, und es gab mir auch nicht das Gefühl in einem Ballot zu sein. Es gab auch nicht das Gefühl, von Flügeln getragen zu werden. Trotz des Kraftfeldes konnte ich den Wind in meinem Gesicht fühlen. Ich hatte den Eindruck, ein wesentlicher Teil der Umgebung zu sein, und je mehr ich die Kontrolle über den Apparat erlangte, umso mehr Vergnügen hatte ich an diesem Mittel der Fortbewegung. Ich wollte meine Steuerung testen und ging ein wenig hinunter, nur um dann wieder aufzusteigen. Das machte ich einige Zeit, bis ich mich entschloss auf Höhe der anderen zu bleiben. Schließlich bewegte ich mich näher zu Tau hin, und ich teilte ihr telepathisch meine Euphorie mit, wobei ich ihr meine Absicht mitteilte, den Ozean zu überfliegen, der sich, so weit das Auge reichte, unter uns ausdehnte. Sie stimmte mir zu und die ganze Gruppe folgte mir über den Wasserspiegel. Es war absolut fantastisch über die Kämme der Wellen in einer ungefähren Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde fliegen zu können, als ob wir mächtige Götter waren, Eroberer der Schwerkraft. Bisweilen zeigten sich silberne Blitze, während wir über Schwärme von Fische flogen. In meiner Erregung war ich mir nicht bewusst, wie viel Zeit wir unterwegs waren, aber die Reise schien über eine Zeit von drei Karsis zu dauern. Egal wohin ich meinen Kopf drehte, ich sah nur die Linie des Horizontes. Dann, plötzlich telepathische von Tau. Schau dort drüben, Michel. Weit entfernt an der Oberfläche des Wassers, konnte ich einen Fleck erkennen, der sich rasch als eine Gebirgsinsel zeigte. Bald konnten wir die enormen Felsen erkennen, bläulich-schwarz gefärbt, die sich in das blaugrüne Wasser des Ozeans erstreckten. Dadurch, dass wir die Flughöhe erhöhten, erlangten wir einen Blick aus der Vogelperspektive. Es gab keinen Strand und die schwarzen Felsen ließen einen Zugang vom Ozean nicht zu. Die Wellen, die an die Felsen schlugen, waren schillernd unter den Strahlen der Sonne, schimmernde Farben widerspiegelnd, mit dem einheitlichen Schwarz des Basals in Kontrast stehend. Auf den Hängenland einwärts waren ab halber Höhe Wälder von gigantischen Bäumen zu sehen, deren Laubwerk seltsamerweise dunkelblau und Gold, und ihre Stämme blutrot waren. Diese Bäume bedeckten die steilen Hänge bis zum Rand eines smaragdgrünen Sees ab. An einigen Stellen wurde die Oberfläche des Sees von fetzengoldenen Nebels verdeckt. In der Mitte des Sees, als würde es auf dem Wasser schwimmen, konnten wir ein enormes Doko, wie einen Punkt, ausmachen. Ich lernte später, dass der Durchmesser ungefähr 560 Meter war. Seine außergewöhnliche Größe war allerdings nicht seine einzige Eigenheit, seine Farbe war auch anders. Alle Dokos, die ich bisher auf Tiaoba gesehen hatte, hatten eine weißliche Farbe, sogar die in der Stadt der neuen Dokos. Dieses hier schien jedoch aus reinem Gold gemacht zu sein. Dieses Doko glänzte in der Sonne und, trotz seiner sehr gewöhnlichen Eilform, machten seine Farbe und Größe es majestätisch. Noch etwas überraschte mich sehr. Es gab keine Reflexion des Dokos im Wasser des Sees. Meine Begleiter führten mich in Richtung Kuppel des Golddokos. Wir flogen langsam über die Wasseroberfläche, und von dieser Perspektive aus war er sogar noch beeindruckender. Im Gegensatz zu anderen Dokos hatte dieser keinen Hinweis auf einen Eingang. Ich folgte Tau und Latoli, die bald im Doko verschwanden. Die anderen zwei waren an meiner Seite, jeder hatte einen Arm von mir genommen, sodass ich nicht ins Wasser fallen konnte, da ich in meiner Überraschung meine Lidio-Lack fallen gelassen hatte. Ich war einsprichwörtlich fassungslos über das, was ich sah. Hier nun, was ich im Doko entdeckte. Ich konnte ungefähr 200 Menschen sehen, die in der Luft, ohne Hilfe eines Apparates, schwebten. Die Körper schienen eingeschlafen zu sein oder in einer tiefen Meditation. Der uns am nächsten Schwebende, befand sich ungefähr sechs Meter über dem Wasser, da es im Doko keinen Fußboden gab. Der untere Abschnitt des Eies stand wirklich im Wasser. Wie ich bereits erklärt hatte, konnte man nach draußen sehen, als ob nichts zwischen der und der Welt draußen wäre. In diesem Fall hatte ich eine Panoramasicht vom See, den Hügeln und dem Wald im Hintergrund, und den mir nahen 200 schwebenden Körpern in dieser Landschaft. Es erstaunte mich vollkommen, was du glauben kannst. Meine Begleiter beobachteten mich in Ruhe, und im Gegensatz zu anderen Gelegenheiten, wenn sie über meine Verwunderung lachen mussten, blieben sie jetzt ernst. Als ich die Körper näher betrachtete, merkte ich, dass sie generell kleiner als die meiner Gastgeber waren, und dass einige wirklich außergewöhnliche, manchmal monströse, Formen hatten. Was machen sie? Meditieren sie? Ich flüsterte es Tau zu, die an meiner Seite war. Nimm deinen Lidio-Lack, Michel. Er hängt an deinem Arm herunter. Ich gehorchte ihr und sie beantwortete dann meine Frage. Sie sind tot. Dies sind Leichen. Tote? Seit wann? Starben sie alle zusammen? War es ein Unfall? Einige von ihnen sind seit tausenden von Jahren hier, und der letzte, ich glaube, ist seit 60 Jahren da. Ich denke, dass du in deiner augenblicklichen Überraschung nicht in der Lage sein wirst, deinen Lidio-Lack effektiv zu benutzen. Lattoli und werden dich führen. Jeder von ihnen nahm einen meiner Arme und sie begannen mit mir unter den Körpern zu wandern. Ohne Ausnahme waren sie nackt. Unter anderem sah ich einen Mann in der Lotus-Position sitzen. Sein Haar war lang und von rotblond der Farbe. Er wäre, würde er stehen, zwei Meter groß sein. Er hatte goldene Haut und seine Merkmale waren erstaunlicherweise für einen Mann sehr fein, er war tatsächlich ein Mann, kein Hermaphrodit. Ein wenig weiter fort schwebte eine Frau, deren Haut wie die einer Schlange, oder grob wie die Borke eines Baumes war. Sie schien jung zu sein, obwohl ihr merkwürdiger Anblick es schwierig machte, ihr Alter zu beurteilen. Ihre Haut war orangfarben und ihr kurzes, lockiges Haar war grün. Aber am meisten überraschten mich die Brüste. Sie waren ganz groß, aber jeder hatte zwei Brustwarzen, die jeweils zehn Zentimeter auseinander waren. Sie war annähernd 1,80 Meter groß. Ihre Schenkel waren dünn und muskulös, und ihre Waden ziemlich kurz. An jedem Fuß waren drei enorme Zehen, aber ihre Hände waren genau wie unsere. Wir gingen von einem zum anderen, manchmal stehenbleibend, manchmal vorübergehend, wie man es bei uns in einem Wachskabinett macht. Die Augen und die Münder dieser Leute waren geschlossen, und sie nahmen alle eine von zwei Positionen ein, entweder sitzend in der Lotus-Position, oder auf dem Rücken liegend mit den Armen an der Seite. Von wo kommen sie? flüsterte ich. Von verschiedenen Planeten. Wir verbrachten einige Zeit vor dem Körper eines Mannes, der anscheinend in der Blüte seines Lebens stand. Er hatte helles, kastanienbraunes Haar, das lang und gekräuselt war. Seine Hände und Füße waren wie meine. Seine Haut hatte einen vertrauten Teint, wie von jemandem von der Erde. Er wäre um 1,80 Meter gewesen. Sein Gesicht war glatt mit edlen Merkmalen und einem Spitzbart auf seinem Kinn. Ich wendete mich an Tau, deren Augen auf mich gerichtet waren. Ich würde sagen, dass er von der Erde kam, sagte ich. In einem Sinne war es so, aber in einem anderen wieder nicht. Du kennst ihn gut, indem man ihn sprechen hörte. Fasziniert prüfte ich sein Gesicht näher, bis Tau telepathisch sagte, schau dir seine Hände und Füße, und seine Seite an. Tau und Latoli brachten mich näher zum Körper und ich konnte Narben auf seinen Füßen und seinen Handgelenken, und eine klaffende Wunde, ungefähr 20 Zentimeter lang in seiner Seite, sehen. Was ist ihm passiert? Er wurde gekreuzigt, Michael. Dies ist der Körper von Christus, von dem wir an diesem Morgen sprachen. Religiöse Bilder und Skulpturen stellen die Kreuzigung mit einem Nagel durch die Handflächen auf das Kreuzbildlicht dar. Entsprechend menschlicher Anatomie jedoch sind. Weiche Gewebe zwischen den Knochen in den Händen nicht stark genug, das Gewicht des Körpers an einem Kreuz zu halten. Nägel würden einfach zwischen den Fingern durchgleiten. Demgegenüber, werden Nägel durch menschliche Handgelenke, zwischen die Knochen geschlagen, gewähren einen viel stärkeren Halt. Glücklicherweise hatten meine beiden Begleiter meine Reaktion erwartet und mich unter den Armen gestützt, denn ich war davon überzeugt, dass ich unfähig gewesen wäre, meinen Lithiolak zu manövrieren. Da war ich, den Körper von Christus anstarrend, angebetet und mit so vielen auf der Erde gesprochen habend, der Mann, der das Thema so vieler Kontroversen und so vieler Forschungen während der letzten 2000 Jahre gewesen war. Ich griff nach vorne, um den Körper zu berühren, aber meine Begleiter zogen mich fort, um mich davon abzuhalten. Dein Name ist nicht Thomas. Warum musst du ihn anfassen? Ist da ein Zweifel in deinem Geist? fragte Tau. Du siehst, du bestätigst das, was ich an diesem Morgen sagte, du suchst Beweise. Ich fühlte mich furchtbar beschämt für meine Geste, und Tau verstand mein Bedauern. Ich weiß Michel, dass es instinktiv war und ich verstehe es. Auf jeden Fall kannst du diese Körper nicht anfassen, keiner kann das, außer einem der sieben Tauri. Tatsächlich ist es der Tauri, der diese Körper im Zustand von Erhaltung und Schweben hält, wie du sie siehst, und sie alleine sind fähig, das zu tun. Dies sind die wirklichen Körper, die sie während ihrer Leben hatten? Selbstverständlich. Aber wie werden sie konserviert? Wie viele von ihnen gibt es und warum? Erinnerst du dich daran, dass ich dir sagte, als wir dich von deinem Planeten holten, dass Fragen, die du stellen würdest nicht beantwortet würden? Ich erklärte dir dann, dass du mit uns alles lernen würdest, was du wissen musst, aber gewisse Dinge würden ein Mysterium bleiben, weil du gewisse Dinge nicht dokumentieren darfst. Die Frage, die du gerade gestellt hast, kann aus diesem Grund absolut nicht beantwortet werden. Allerdings kann ich dir sagen, dass es 147 Körper in diesem Doku gibt. Ich wusste, dass weiter zu fragen, vergeblich sein würde, da wir unter die Körper wanderten, aber eine brennende Frage stellte ich dann doch. Hast du Moses Körper? Und warum sind alle im Schwebezustand in diesem Doku ohne einen festen Fußboden? Wir haben von deinem Planeten nur den Körper von Christus. Sie schweben frei, damit sie tadellos konserviert sind, und die Eigenschaften des Wassers in diesem See unterstützen die Erhaltung. Wer sind all diese anderen? Sie kamen von verschiedenen Planeten, auf denen sie jeder eine sehr wichtige Rolle zu spielen hatten. Einer der Körper an den ich mich gut erinnere war ungefähr 50 cm groß und wie ein Wesen von der Erde geformt, außer, dass sie ein dunkles Gelb und keine Augen hatte. Stattdessen hatte es eine Art Horn mitten auf seiner Stirn. Ich fragte, wie es in der Lage war zu sehen, und mir wurde erklärt, dass es zwei Augen am Ende des Auswuchses gab, Multifacetten wie die Augen einer Fliege. Ich konnte das geschlossene Augenlid mit einigen Teilungen sehen. Die Natur ist sehr seltsam, murmelte ich. Wie ich dir sagte, jeder Körper den du hier siehst, kommt von einem anderen Planeten, und es sind die Bedingungen in denen sie wohnen, die die Details der physischen Körper der Einwohner bestimmt. Ich sehe niemanden, der Aki ähnelt. Das wirst du auch nicht. Ich wusste nicht warum, aber ich spürte, dass ich diesem Thema nicht weiter nachgehen sollte. Während dieses makaberen Besuchs sah ich Körper, nordamerikanischen Indianern ähnlich, aber sie waren keine. Ich sah Schwarze die aussahen wie Afrikaner, aber sie waren keine. Auch einen Körper einem Japaner ähnlich sah ich. Aber Tao hatte gesagt, dass Christus der einzige Körper hier war, der von der Erde war. Nach einer unbestimmten Zeit an diesem außerordentlichen und faszinierenden Ort führten meine Begleiter mich nach draußen. Eine leicht aromatisierte Brise, die den Duft des Waldes trug, streichelte uns und tat mir gut, da ich mich nach solch einem Besuch, obwohl er ungeheuer interessant war, wirklich ausgetrocknet fühlte. Tao erkannte das natürlich und sagte in einer lebhaften Stimme, bist du fertig, Michel. Wir gehen nach Hause. Diese Worte, absichtlich auf Französisch und mit einer deutlich Irridischen Intonation gesprochen, erfrischten mich mindestens genauso sehr, wie die Abendbrise. Meine Lidjulack nehmend, stiegen wir mit den anderen in die Luft auf. Wir flogen über den riesigen Wald, der am Berghang aufstieg und an seiner Spitze konnten wir den Ozean wieder bewundern, der sich ausdehnte, so weit das Auge sehen konnte. Nach einem makaberen Nachmittag, fand ich im Kontrast dazu, diesen Planeten sehr schön. Ich erinnere mich, dass kurzzeitig wieder der Gedanke auftrat, dass dies möglicherweise alles ein Traum oder eine Illusion war, oder dass mich möglicherweise mein Verstand verließ. Wie üblich, war Tao auf Wache und mit einem scharfen telepathischen Ton machte sie sich in meinem Kopf bemerkbar, es war wie ein Peitschenknall und damit zerstreute sie meine vagen Zweifel. Wenn du deinen Lidjulack nicht drückst, Michel, wirst du schließlich ein Bad nehmen, und wenn wir uns nicht beeilen, wird uns die Nacht einholen. Das könnte ein wenig ungünstig für dich sein, denkst du nicht? In Gedanken versunken, bin ich tatsächlich hinuntergegangen und berührte fast die Wellen. Ich drückte meinen Lidjulack fest und schoss wie ein Pfeil in die Höhe, um mich mit Tao und den anderen, die hoch am Himmel waren, zu verbinden. Die Sonne war wirklich schon tief und der Himmel war völlig klar. Der Ozean hatte eine orange Farbe übernommen, was für mich überraschend war. Ich hatte mir nie vorstellen können, dass Wasser in solch einem Farbton erscheinen könnte. Ich erkundigte mich telepathisch darüber, und es wurde mir so erklärt, dass zu dieser Tageszeit riesige Flecken orangfarbenen Planktons an die Oberfläche steigen würden. Dieses Gewässer schien eine enorme Menge Plankton zu enthalten. Was für ein Anblick das war. Der Himmel war blau-grün, das Meer war orangfarben, und alles wurde in das goldene Licht gehüllt, das auf diesem Planeten von überall und nirgends zu kommen schien. Sehr schnell gewannen meine Begleiter an Höhe und ich verfolgte sie. Wir waren über 1000 Meter über dem Meer und beschleunigten auf ungefähr auf 300 Kilometer pro Stunde in nördliche Richtung, ich denke, dass wir aus der Richtung kamen. In der Richtung mit der Sonne abgestimmt, konnte ich ein breites, schwarzes Band auf der Oberfläche des Wassers ausmachen. Ich musste nicht danach fragen, die Antwort kam schnell. Das ist Noruaka, einer der Kontinente. Er ist so groß wie das ganze Asien. Werden wir es besichtigen? Fragte ich. Tao antwortete nicht, was mich durchaus überraschte. Es war das erste Mal, dass sie eine Frage ignoriert hatte. Ich dachte, dass möglicherweise meine telepathische Energie nicht ausreichend war, und so stellte ich die Frage wieder, auf Französisch, mit angehobener Stimme. Schau dort drüben, sagte sie. Während ich meinen Kopf wendete, sah ich eine wahre Wolke von Vögeln jeder Farbe unseren Weg kreuzen. Einen Zusammenstoß mit ihnen fürchtend, ging ich mehrere einhundert Meter hinunter. Sie glitten durch uns mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, aber waren sie es die so schnell reisten, oder waren wir es? Ich dachte, dass es vielleicht unsere kombinierte Geschwindigkeit war, die sie so schnell verschwinden ließ, aber dann erstaunte mich etwas sehr. Über mir sah ich Tao und die anderen, sie hatten ihre Höhe nicht verändert. Wie, waren sie nicht mit dieser geflügelten Schwadron zusammengestoßen? Tao ansehend, erkannte ich, dass sie meinen Gedanken gefolgt war, und es kam mir vor, dass die Vögel in einer wirklich günstigen Zeit erschienen waren, in dem Moment, als ich meine Frage gestellt hatte. An Tao gewöhnt, wusste ich, dass sie ihre Gründe hatten, wenn sie eine Frage ignorierte. Ich entschied stattdessen, diese Gelegenheit zu nutzen, ohne Flügel zu fliegen, und mich berauschen zu lassen durch die Farben um mich herum, die sich stufenweise veränderten, während die Sonne in Richtung zum Horizont unterging. Die Pastellfarben, die über den Himmel glitten, waren von einer Majestät, die mit einer Feder nicht zu beschreiben waren. Ich dachte, dass ich bereits alle Symphonien von Farben auf diesem Planeten gesehen hatte, und doch irrte ich mich. Von unserer Höhe war die Wirkung der Farben des Himmels manchmal mit jenen des Ozeans im Kontrast, ergänzten sich jedoch makellos. Wie unglaublich war diese Natur, die derartige Farben, die sich ständig änderten, koordinieren konnte. Ich fühlte mich wieder am Beginn eines Rausches, der schon einmal dazu geführt hatte, dass ich ohnmächtig geworden war, und ich bekam die Anweisung. Schließe deine Augen, sofort Michel. Ich gehorchte, und die Empfindung der Trunkenheit zerstreute sich. Allerdings ist es nicht leicht einen Lithiolack zu führen, und mit geschlossenen Augen in der Formation zu bleiben, besonders, wenn man ein Anfänger auf diesem Gebiet ist. Unvermeidlich glitt ich nach links und rechts, hinauf und nach unten. Ein anderer Auftrag wurde mir erteilt, diesmal weniger dringend. Pass auf, schau Lationosi, Michel. Wende deine Augen nicht von ihm, schau seine Flügel an. Ich machte meine Augen auf, um Lationosi vor mir zu sehen. Seltsamerweise überraschte es mich überhaupt nicht, dass er schwarze Flügel hatte, und ich lenkte meine ganze Konzentration auf ihn. Nach einiger Zeit näherte sich Tau und sagte auf Französisch. Wir sind beinahe da, Michel, folge uns. Ich fand es ganz natürlich, dass Lationosi jetzt seine Flügel verloren hatte. Ich folgte der Gruppe hinunter zum Ozean, wo wir wie eine Wehl auf einer farbigen Tischdecke, die Insel erkennen konnten, auf der sich mein Doco sich befand. Wir näherten uns schnell inmitten eines fantastischen Feuers von Farben, während die Sonne in die Wellen tauchte. Ich musste zu meinem Doco eilen, da die Schönheit der Farben wieder drohte mich trunken zu machen, sodass ich meine Augen teilweise schließen musste. Wir flogen jetzt direkt über dem Meeresspiegel, und nicht lange überquerten wir den Strand und stürzten uns in das Laub, das meinen Doco umgab. Meine Landung war jedoch erfolglos und ich fand mich innerhalb des Doco-Sriedlings auf einem der Sitze. Latule war sofort an meiner Seite. Sie drückte den Knopf von meinem Lidio-Lack und fragte mich, ob ich in Ordnung war. Ja, aber jene Farben, stammelte ich. Niemand machte sich über meinen kleinen Unfall lustig, und jeder schien ein wenig traurig. Es war für sie ungewöhnlich, dass ich davon so geworfen wurde. Wir alle setzten uns hin und nahmen uns Hydromel und ein Gericht mit roter und grüner Nahrung. Ich fühlte mich nicht sehr hungrig. Ich hatte meine Maske abgelegt und begann mich wieder wie ich zu fühlen. Die Nacht brach schnell herein, wie es auf die Oper üblich war und wir saßen in der Dunkelheit. Ich erinnere mich daran, dass sie mich sehen konnten als wäre Tageslicht, während ich sie kaum unterscheiden konnte. Niemand sprach, wir saßen in der Stille. Während ich hinaufblickte, konnte ich die Sterne sehen, die einer nach dem anderen erschienen und bunt glänzten, als ob ein Feuerwerk am Himmel eingefroren wäre. Auf Tieroper unterschieden sich die Sterne in ihrer Größe und Farbe sehr von denen, die auf der Erde gesehen werden können, da die Schichten und Gasen in der Atmosphäre anders waren. Plötzlich brach ich die Stille und stellte die ganz natürliche Frage, wo die Erde ist. Als ob die Gruppe auf diese Frage gewartet hatte, standen alle auf. Latoli nahm mich wie ein Kind auf ihre Arme, und wir gingen nach draußen. Die anderen führten uns auf dem Weg, und wir folgten einem breiten Pfad, der zum Strand führte. Dort auf dem feuchten Sand des Ufers setzte Latoli mich ab. Von Minute zu Minute wurde das Firmament durch mehr Sterne erleuchtet, als ob eine riesige Hand einen Kronenleuchter anzündet. Tao näherte sich mir und flüsterte fast in einer Stimme die traurig war, und einer, die ich als ihre kaum erkennen konnte. Siehst du jene vier Sterne, Michel, gerade über dem Horizont? Sie bilden fast ein Quadrat. Der eine an der Spitze ist grün und glänzender als die anderen. Ja, ich glaube, dass ich ihn sehe. Ja, sie bilden ein Quadrat, der Grüne, ja. Gehen wir nun auf die rechte Seite des Quadrats und ein wenig höher. Du siehst zwei rote Sterne, ziemlich nahe zusammen. Ja. Behalte deine Augen auf dem Rechts und gehe ein kleines Stück höher. Kannst du einen weißen Stern sehen? Er ist kaum sichtbar. Ich denke. Ja. Und auf seiner linken Seite ist ein wenig höher ein kleiner in Gelb. Ja, stimmt, ich sehe ihn. Der kleine Weiße ist die Sonne, die den planten Erde beleuchtet. So, und wo ist die Erde? Unsichtbar von hier, Michel. Wir sind zu weit weg. Ich blieb dort sitzen und starrte diese winzigen Sterne an, die an einem Himmel mit großen, bunten Juwelen gefüllt, so unbedeutend erschienen. Jener winziger Stern allerdings war der, der in diesem besonderen Moment meine Familie und mein Haus erwärmte, und die Pflanzen keimen und wachsen ließ. Meine Familie, die Worte erschienen so seltsam. Australien, aus dieser Perspektive hatte ich Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass es die größte Insel auf meinem Planeten war, zumal sogar die Erde für das nackte Auge unsichtbar war. Dennoch wurde mir gesagt, dass wir zur gleichen Galaxie gehörten, und dass das Universum aus tausenden von Galaxien bestand. Was waren wir, arme physische Körper? Kaum viel mehr als ein Atom. Kapitel 13 Rückkehr nach Hause Die Blätter des galvanisierten Eisens auf dem Dach knarrten unter den brennenden Sonnstrahlen, und sogar auf der Veranda ist die Hitze fast unerträglich. Ich beobachtete das köstliche Spiel von Licht und Schatten im Garten und höre das Lied der Vögel, als sie einander an einem blasblauen Himmel jaggen, und, ich bin traurig. Ich habe gerade den letzten Buchstaben des zwölften Kapitels dieses Buches gesetzt, dass zu schreiben ich gebeten wurde. Die Aufgabe war nicht immer einfach. Oft waren mir Details entfallen und ich verbrachte Stunden damit, die Dinge, die Tao gesagt hatte, oder besondere Dinge, von denen sie wollte, dass ich sie schreibe, wieder aufzurufen. Dann, in dem Augenblick als ich völlig verzweifelt war, kam alles wieder zurück, Wort für Wort, als ob eine Stimme die Worte über meine Schulter sprach, und ich schrieb, bis ich Krämpfe in meiner Hand hatte. Für einen Zeitraum von ungefähr drei Stunden, manchmal mehr, manchmal weniger, drängten sich Bilder in meinen Kopf. Beim Schreiben dies Buches, während die Worte sich in meinen Verstand drängten, wünschte ich häufig, ich hätte Stenografie gekonnt, und jetzt ist wieder diese merkwürdige Empfindung zurück. Bist du da, Tao? Ich kann fragen, würde jedoch nie eine Antwort bekommen. Ist es eine von euch? Tao. Biastra? Latoli. Lationosi. Ich bitte euch, mir ein Zeichen, einen Ton zu geben. Bitte antwortet. Du hast mich gerufen? Ich hatte laut gesprochen und meine Ehefrau war laufend hereingekommen. Sie stand vor mir und beobachtete mich genau. Nein. Du machst dies periodisch, du bist nicht du, mit dir selbst reden. Ich bin froh, wenn dieses Buch beendet wird, und du wirklich wieder auf die Erde zurückkehrst. Sie ging. Armelina. Sie hatte keine leichte Zeit in diesen vergangenen Monaten gehabt. Wie muss es für sie gewesen sein? Sie stand eines Morgens auf und fand mich auf dem Sofa liegend, leichenblass, schwer atmend und voller Verzweiflung, schlafen zu wollen. Ich fragte sie, ob sie meine Notiz gefunden hatte. Ja, sagte sie, aber wie bist du dazu gekommen? Ich weiß, dass dies für dich schwer zu glauben ist, aber ich bin von Außerirdischen ausgewählt worden, ihren Planeten zu besuchen. Ich werde dir alles erklären, aber jetzt lasse mich bitte erst einmal so lange wie möglich schlafen. Ich werde jetzt zu Bett gehen, und bitte wecke mich nicht auf. Deine Müdigkeit ist nicht, so nehme ich an, aus irgendeinem anderen Grunde? Ihr Ton war bittersüß und ich konnte ihre Besorgnis spüren. Allerdings ließ sie mich schlafen und es waren gut 36 Stunden, bevor ich die Augen öffnete. Ich wachte auf, während Lina über mich gebeugt, mit dem besorgten Blick einer Krankenschwester, stand und mich beobachtete. Wie fühlst du dich? fragte sie. Ich hätte beinahe den Arzt angerufen. Du hast dich in der ganzen Zeit, in der du geschlafen hast, nicht einmal gerührt, und dennoch träumtest du und sprachst während des Schlafs. Wer ist das, Aki, oder Aki, den du erwähntest? Und Tau. Wirst du mir das erklären? Ich lächelte sie an und küsste sie. Ich werde dir alles erklären. Mir kam dann, dass tausende von Ehemännern und Ehefrauen den gleichen Satz sagen würden, selbst wenn sie nicht die Absicht hatten etwas zu erklären. Ich wünschte, dass ich etwas Allgemeines gesagt hätte. Ja, ich höre. Gut, du musst dem, was ich zu sagen haben, aufmerksam zu hören, da es ernst ist, sehr ernst. Aber ich möchte die gleiche Geschichte nicht zweimal erzählen. Ruf unseren Sohn, so kann ich euch beiden alles erzählen. Drei Stunden später hatte ich weitestgehend meinen Bericht über das außergewöhnliche Abenteuer beendet, das ich gehabt hatte. Lina, das Familienmitglied das am wenigsten leichtgläubig ist, wenn es um solche Angelegenheiten geht, hatte durch bestimmte Ausdrücke und bestimmte Intonationen in meiner Stimme festgestellt, dass mir wirklich etwas Ernstes passiert war. Wenn man 27 Jahre mit einer Person lebt, können einige Dinge nicht missverstanden werden. Ich wurde mit Fragen, besonders von meinem Sohn, bedrängt, da er immer an die Existenz intelligenter Wesen auf anderen Planeten geglaubt hat. Hast du Beweise, fragte Lina. Ich wurde dabei an Tausworte erinnert, sie suchen Beweise, Michel, immer mehr Beweise. Ich war ein wenig enttäuscht, dass die Frage von meiner eigenen Ehefrau kam. Nein keine, außer, wenn du das Buch liest, das ich schreiben muss, dann wirst du wissen, dass ich die Wahrheit erzähle. Du wirst nicht glauben müssen, du wirst wissen. Kannst du dir vorstellen, was meine Freunde sagen, wenn ich ihnen erzähle, mein Ehemann ist gerade vom Planetentier-Opa zurückgekommen? Ich bat sie darum, über diese Angelegenheit mit niemandem zu sprechen, da meine Anordnungen waren, zuerst zu schreiben und nicht zu sprechen. Ich fühlte, dass es auf jeden Fall der bessere Weg war, weil Worte in der Brise verloren gehen, während das geschriebene Wort bleiben wird. Die Tage und Monate verstrichen und jetzt ist das Buch fertig. Alles was zu tun bleibt ist, es zu veröffentlichen. Was das angehen, so versicherte Tao mir, dass es wenige Probleme geben würde. Dies war eine Antwort im Raumschiff während meiner Rückkehr zur Erde. Das Raumfahrzeug, wie viele Dinge bringt dieses Wort in den Verstand um sich zu kümmern. An diesem letzten Abend am Strand hatte Tao auf einen winzigen Stern gewiesen, die Sonne, die mich jetzt schwitzen ließ. Wir hatten dann die fliegende Plattform genommen und waren in Richtung auf die Raumbasis zugesteuert, schnell und ohne dass ein Wort gesprochen wurde. Ein Raumschiff, das für eine unmittelbare Abfahrt vorbereitet war, wartete auf uns. Während unserer kurzen Fahrt zur Basis hatte ich in der Dunkelheit beobachtet, dass die Auren meiner Begleiter nicht so brillant wie gewöhnlich strahlten. Die Farben waren gedrückt und ihren Körper näher. Dies überraschte mich, aber ich sagte nichts. Als wir ins Raumfahrzeug einstiegen nahm ich an, dass wir auf eine Reise gingen, vielleicht mit einer bestimmten Mission, zu einem nahegelegenen Planeten. Tao hatte mir nichts gesagt. Unser Abheben entsprach dem normalen Verfahren und war ereignislos. Ich schaute zu, während der goldene Planet schnell kleiner wurde, und ich setzte voraus, dass wir in einigen Stunden zurückkehren würden, oder zumindest am nächsten Tag. Einige Stunden waren vergangen, als Tao schließlich wieder zu mir sprach. Michael, ich weiß, dass du unsere Traurigkeit bemerkt hast. Es ist wirklich so, dass gewisse Abschiede trauriger als andere sind. Meine Begleiter und ich sind mit dir sehr verbunden, und wenn wir traurig sind ist es, weil wir uns am Ende dieser Reise trennen müssen. Wir bringen dich zu deinem Planeten zurück. Wieder glaubte ich einen Stich in der Magengegend zu spüren. Ich hoffe, dass du es uns nicht verübeln wirst, dass wir so schnell gingen. Wir taten es, um dir das Bedauern zu ersparen, wenn man von einem Ort geht, den man lieben gelernt hat, und ich weiß, dass du ungeheuer in unserem Planeten und unserer Gesellschaft vernarrt bist. Es ist schwierig nicht zu denken, dies ist meine letzte Nacht oder dies ist das letzte Mal, dass ich dies oder das sehen werde. Ich sah nach unten und hatte absolut nichts zu sagen. Wir saßen seit einiger Zeit in der Stille beieinander. Ich fühlte mich schwer, als ob meine Glieder und Organe beschwert waren. Ich drehte meinen Kopf langsam zu Tau um und schaute sie verstohlen an. Sie schien noch trauriger, und etwas fehlte. Plötzlich wusste ich es, es war ihre Aura. Tau, was ist mit mir passiert? Ich kann deine Aura nicht mehr sehen. Das ist normal, Michel. Der große Tauri gab dir diese beiden Geschenke, die Fähigkeit die Auren zu sehen und die Fähigkeit die Sprachen zu verstehen, als Werkzeuge während deines Lernens zu dienen, aber nur für eine begrenzte Zeit. Diese Zeit ist nun vergangen und soll dich nicht betrüben? Schließlich waren es Geschenke, die du vorher nicht hattest. Das, was du mitnimmst, ist Wissen, von dem Millionen deine Mitmenschen profitieren können. Ist das nicht wichtiger als Sprachen zu verstehen oder Auren zu sehen, wenn du sie nicht lesen kannst? Das Lesen der Auren zählt, nicht die Wahrnehmung dieser. Ich akzeptierte ihre Argumentation, war aber trotzdem enttäuscht, da ich mich schnell an das Strahlen um diese Menschen gewöhnt hatte. Sei nicht traurig, Michel, sagte Tau, meine Gedanken lesend. Auf deinem Planeten haben die meisten Leute keine strahlenden Auren, sie sind weit weg davon. Die Gedanken und die Sorgen von Millionen von Erdbewohnern sind so sehr auf das Materielle bezogen, dass ihre Auren wirklich dumpf sind, du würdest enttäuscht werden. Ich betrachtete sie genau, mir sehr der Tatsache bewusst, dass ich sie bald nicht mehr sehen würde. Trotz ihrer Größe war sie sehr gut proportioniert. Ihr angenehmes, hübsches Gesicht war ohne eine Falte. Ihr Mund, ihre Nase, ihre Augenbrauen, alles war vollkommen. Plötzlich die Frage, die in meinem unterbewussten Verstand für sehr lange gebaut wurde, um nun unfreiwillig hervorzubrechen. Tau, gibt es einen Grund warum ihr alle Hermaphroditen seid? Ja, und einen wichtigen, Michel. Ich bin überrascht, dass du diese Frage nicht früher gestellt hast. Du hast gesehen, dass wir auf einem fortgeschrittenen Planeten existieren, alles was wir materiell haben, ist auch fortgeschritten, wie du für dich selbst erkennen konntest. Unsere verschiedenen Körper, einschließlich des physischen Körpers, müssen auch überlegen sein, und in dieser Domäne sind wir so weit fortgeschritten wie möglich. Wir können unsere Körper regenerieren, verhindern dass sie sterben, sie wiederbeleben und sie sogar manchmal schaffen. Aber in einem physischen Körper gibt es andere Körper wie den Astralkörper, tatsächlich gibt es neun insgesamt. Jene, die uns im Augenblick interessieren, sind der fluidische Körper und der physiologische Körper. Der fluidische Körper beeinflusst den physiologischen Körper, welcher der Reihe nach den physischen Körper beeinflusst. Im fluidischen Körper besitzt du sechs Hauptpunkte, die wir Karolas nennen und die von den Jogis auf deinem Planeten Kakraen genannt werden. Das erste Kakra ist das zwischen euren beiden Augen, gerade 1,1-2 cm oberhalb der Nase. Es ist das Gehirn deines fluidischen Körpers, wenn du magst. Es entspricht der Zirbeldrüse, die viel weiter zurück in deinen physischen Gehirn, aber auf der gleichen Höhe sitzt. Das war das Kakra, auf den der Tauri seinen Finger legte, um das Geschenk des Verstehens der Sprache befreien zu können. Und, an der Unterseite des fluidischen Körpers und gerade über den Geschlechtsorganen, ist ein sehr wichtiges Kakra, wir nennen es Mulatara, und die Jogis nennen es heilig. Über diesem Kakra und dem Sitz ist die Wirbelsäule, das Palantius. Es hat die Form einer Spirale und erreicht nur die Basis der Wirbelsäule, wenn sie entspannt ist. Damit es entspannt wird, benötigt es die Durchführung des Geschlechtsaktes zwischen zwei Partnern, die sich nicht nur lieben, sondern auch eine spirituelle Übereinstimmung zwischen sich haben müssen. Nur in jenem Moment und unter diesen Bedingungen wird sich die Palantius bis in die Wirbelsäule ausdehnen, eine Energie und besonderes Geschenk auf den physiologischen Körper übertragend, der dann den physischen beeinflusst. Die betroffene Person erfährt Glück im sexuellen Genuss, der weit großartiger ist, als der Normalzustand. Wenn du auf deinem Planeten also Ausdrücke von sehr verliebten Menschen hörst wie, wir waren im siebten Himmel, oder wir fühlten uns so leicht, wir späbten in der Luft, kannst du sicher sein, dass die Paare in physischer und geistiger Übereinstimmung waren, zumindest für eine Weile. Gewisse Tantristen auf der Erde haben diesen Punkt erreicht, aber es ist keine Gemeinsamkeit unter ihnen, da ihre Religionen mit lächerlichen Ritualen und Verboten noch ein wirkliches Hindernis schaffen, dieses Tor zu erreichen. Wenn sie sich den Wald anschauen, sehen sie die Bäume nicht. Lass uns zu unseren liebevollen Paaren zurückkehren. Der Mann hat ein großes Vergnügen erfahren, das in wohltuender Schwingungen für den Palantius, danke einer echten Liebe und Verträglichkeit, transformiert wird. Alle diese Empfindungen des Glücks wurden mittels Durchführung des Geschlechtsaktes freigegeben. Die Empfindungen des Glückes sind nicht dieselben bei der Frau, aber der Prozess ist bei ihr der gleiche. Um jetzt deine Frage zu beantworten. Auf unserem Planeten, mit Körpern, die sowohl männlich, als auch weiblich sind, können wir diese Empfindungen nach Belieben erreichen. Natürlich bringt uns dies eine viel bedeutendere Empfindung sexuellen Vergnügens, als wenn wir monosexuell wären, was für unseren fluidischen Körper das Beste ist. Unsere Erscheinung ist natürlich eher weiblich als männlich, wodurch unsere Gesichter und Brüste betroffen sind. Stimmst du, Michel, mir nicht zu, dass in der Regel eine Frau ein hübscheres Gesicht hat als ein Mann? Gut, deshalb ziehen wir es vor Gesichter zu haben, die eher hübsch sind als unattraktiv. Was denkst du von Homosexualität? Der Homosexuelle, weiblich ebenso wie männlich, ist ein Neurotiker, wenn es keine Angelegenheit der Hormone ist, und Neurotiker können nicht verurteilt werden, aber wie alle Neurotiker sollten sie Behandlung suchen. Gesamt betrachtet, Michel, ist zu beachten, was die Natur verordnet hat, und die Antworten auf deine Fragen liegen vor dir. Die Natur gab jedem Lebewesen die Möglichkeit der Reproduktion, sodass jedes Spezies sich fortpflanzen konnte. Entsprechendem dem Willen des Schöpfers wurde männlich als auch weiblich in jeder Spezies geschaffen. Den Menschen allerdings, und die Gründe haben wir bereits erklärt, fügte er Merkmale hinzu, die anderen Spezies nicht gegeben wurden. Zum Beispiel kann eine Frau in sexueller Erfüllung blühen, und eine Reihe von sexuellen Empfindungen erzielen, die den Palantius freigeben, und beträchtliche Verbesserungen in ihrem physischen Körper über den fluidischen Körper herbeiführen. Das kann im Verlauf zahlreicher Tage des Monats geschehen, ohne dass sie schwanger wird. Eine Kuh zum Beispiel wird andererseits nur während einer bestimmten Zeit des Monats den Bullen akzeptieren, und dann ist dies motiviert, um zu zeugen. Hat sie ein Kalb empfangen, ist sie für einen Stier nicht mehr empfänglich. Hier hast du einen Vergleich zwischen zwei Schöpfungen der Natur. Die erste ist wirklich ein besonderes Sein, neun Körper besitzend, während die zweite nur drei Körper besitzt. Zweifelsohne hat der Schöpfer besondere Sorgfalt an den Tag gelegt, innerhalb von uns viel mehr als nur einen physischen Körper einzuordnen. Manchmal wird auf deinem Planeten diese spezielle Sache als «der göttliche Funken» bezeichnet, und es ist ein passender Vergleich. Was denkst du in Bezug auf die Abtreibung? Ist es ein natürlicher Akt? Nein, natürlich nicht. Warum fragst du dann, du kennst schon die Antwort. Tao blieb für eine ziemlich lange Zeit in Gedanken, mich betrachtend, ohne zu sprechen? Dann nahm sie das Gespräch wieder auf. Seit ungefähr 140 Jahren hat der Mensch auf deinem Planeten die Zerstörung der Natur und die Umweltverschmutzung beschleunigt. Dies geschah seit der Entdeckung der Dampfkraft und der Verbrennungsmotoren. Du hast nur noch einige Jahre, in denen die Verschmutzung in die Umkehrung kommen kann, ehe sie unumkehrbar wird. Einer der Hauptschadstoffe auf der Erde sind die von Benzin angetriebenen Motoren, und diese könnten sofort mit einem Wasserstoffmotor, der keine Verunreinigung verursachen würde, ersetzt werden. Auf bestimmten Planeten wird dies der «saubere Motor» genannt. Prototypen für solch einen Motor sind von verschiedenen Ingenieuren auf deinem Planeten entworfen worden, aber sie müssen industriell hergestellt werden, um die Benzinmotore zu ersetzen. Diese Maßnahme würde nicht nur die gegenwärtige Verschmutzungsebene um 70 Prozent verringern, sondern es wäre auch für den Verbraucher sparsamer. Die großen Treibstofffirmen waren von dieser Vorstellung eines Motors erschrocken, denn er würde den Verlust von Öl verkäufen und, daraus folgend, den finanziellen Ruin bedeuten. Auch die Regierungen, die diesem Öl enorme Steuern auferlegten, würden darunter leiden. Du siehst Michel, wir kommen immer wieder auf das Geld zurück. Seinetwegen besteht ein Wirtschafts- und Finanzzusammenhang, der sich dem Fortschritt radikaler Änderungen im Interesse allen menschlichen Lebens auf der Erde entgegenstellt. Die Menschen auf der Erde erlauben herumgestoßen, drangsaliert, ausgebeutet und zu den Schlachthöfen von politischen und finanziellen Kartellen geführt zu werden, die sich manchmal sogar mit weithin bekannten Sekten und Religionen verbinden. Wenn diese Kartelle die Menschen nicht mit klugen Werbekampagnen gewinnen können, um bei ihnen eine Gehirnwäsche vorzunehmen, versuchen sie über politische Kanäle und als nächstes durch die Religionen oder durch eine geschickte Mischung erfolgreich zu sein. Bedeutende Männer, die etwas für die Menschheit machen wollten, sind einfach beseitigt worden. Martin Luther King ist so ein Beispiel, kann die ein anderes. Aber die Menschen der Erde können sich nicht mehr erlauben wie Narren behandelt zu werden, und sich zu den Schlachthöfen, wie Hirten von Schafen, von den Führern geführt zu werden, die sie demokratisch gewählt hatten. Die Menschen bilden die überwiegende Mehrheit. In einer Nation von 100 Millionen Einwohnern ist es absurd, dass eine Gruppe finanziell von vielleicht 1000 Individuen, über das Schicksal der anderen entscheiden kann, wie der Metzger es am Schlachthof tut. So eine Gruppe hat das Geschäft mit den Wasserstoffmotoren, sehr gut unterdrückt, sodass er nicht mehr erwähnt wird. Diese Leute interessieren sich weniger dafür, was mit euren Planeten in der Zukunft geschehen könnte. Egoistisch suchen sie ihre Gewinne erwartend, dass sie vorher tot sein werden, was auch immer geschehen wird. Wenn die Erde verschwindet als ein Ergebnis entsetzlicher Verheerungen, nehmen sie an, nicht mehr da zu sein. Damit machen sie einen großen Fehler, da die Quelle der kommenden Katastrophen die Verschmutzung ist, die täglich auf deinem Planeten wächst, und seine Konsequenzen sehr bald gefühlt werden können, viel früher als du dir das vorstellen kannst. Die Menschen der Erde dürfen nicht, wie ein Kind es tut, mit verbotenem Feuer spielen? Das Kind ist ohne Erfahrung und trotz des Verbotes verbrennt es sich. Einmal verbrannt, erkennt es, dass die Erwachsenen recht hatten. Es wird nicht wieder mit Feuer spielen, sondern wird seinen Ungehorsam fühlen, indem es einige Tage danach noch leidet. Leider sind die Konsequenzen in dem Fall, der uns betrifft, viel ernster als die Brandwunde eines Kindes. Es ist die Zerstörung deines ganzen Planeten, der gefährdet ist, ohne die zweite Chance zu berücksichtigen, dein Vertrauen jenen zu geben, die dir helfen möchten. Es interessiert uns zu sehen, dass vor kurzem eine ökologische Bewegung ein Impuls und Kraft gewinnt, und dass die jungen Leute der Erde andere vernünftige Menschen zusammenbringen im Kampf gegen die Verschmutzung. Es gibt nur eine Lösung, wie Aki dir sagte, die Gruppierung der Individuen. Eine Gruppe ist nur so mächtig, wie sie groß ist. Jene, die du die Umweltschützer nennst, werden stärker und stärker werden, und sie werden fortfahren, es zu tun. Aber es ist lebenswichtig, dass die Menschen ihren Hass, Groll und besonders ihre politischen und rassistischen Unterschiede vergessen. Diese Gruppe muss international verbunden werden, und erzähle mir nicht, dass es so schwierig ist, es haben schon auf der Erde gewaltlose und sehr große, internationale Organisationen existiert, wie das Internationale Rote Kreuz, das für eine sehr lange Zeit effektiv gearbeitet hatte. Es ist wesentlich, dass die Gruppe der Umweltschützer in ihren Programmen nicht nur die Erhaltung der Umwelt vor direktem Schaden, sondern auch den indirekten Schaden mit einbezieht wie, Abgase von Fahrzeugen, den Qualm von Fabriken und so weiter. Die Gefahr kommt nicht durch die langsame Klimaveränderung, sondern von der Überhitzung des planetarischen Inneren. Der Erdkern kann explodieren, und dann wird es tatsächlich keine zweite Chance mehr geben. Für Informationen über die letzten Entdeckungen hier in Deutsch zu lesen, die Abwässer der Großstädte und Fabriken, die chemisch behandelt werden, sind auch schädlich und ergießen sich in die Flusssysteme und Ozeane. Qualm aus den USA hat schon dazu geführt, dass mehr als 40 Seen in Kanada durch den sauren Regen unfruchtbar wurden. Das gleiche tritt in Nordeuropa aufgrund der Verschmutzung durch französische Fabriken und dem deutschen Ruhegebiet auf. Jetzt kommen wir zu einer anderen Art von Verunreinigung, die nicht von kleinem Interesse ist, obwohl die Menschen es bereitwillig zurückweisen würden. Wie der große Taora dir erklärte, ist Lärm einer der schädlichsten Verschmutzungsquellen, da er deine Elektronen angreift und deine physischen Bereiche aus dem Gleichgewicht bringt. Ich habe diese Elektronen noch nicht erwähnt und ich sehe, dass du mir nicht sehr gut folgen kannst. Ein normaler menschlicher Astralkörper enthält ungefähr 4 Billionen und eine Trillionen Elektronen 1. 4.0 x 1021 gleich 4.000.000.000.000.000.000.000 Elektronen, die eine Lebensdauer von ungefähr 10 Milliarden, Trillionen deiner Jahre 2. 1022 gleich 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Jahre. Sie wurden geschaffen im Augenblick der Schöpfung. Dein Astralkörper enthält sie und wenn du stirbst, schließen sich 19% der Elektronen wieder dem Universum an, bis die Natur es erforderlich macht, einen neuen Körper, einen neuen Baum oder ein Tier zu schaffen, und die 81% schließen sich wieder einem höheren Selbst an. Ich kann dir wirklich nicht folgen, unterbrach ich sie. Ich weiß, aber ich beabsichtige dir dabei zu helfen, zu verstehen. Ein Astralkörper ist nicht wirklich das, was du einen reinen Geist nennen würdest. Auf der Erde gibt es einen Glauben, dass der Geist aus nichts hergestellt wird. Das ist nicht wahr. Der Astralkörper wird von Milliarden von Elektronen zusammengesetzt und diese verbindet sich mit deiner physischen Form. Jedes dieser Elektronen hat ein Gedächtnis und jedes ist fähig, so viele Informationen zu behalten, wie in den Büchern enthalten sind, die die Regale einer durchschnittlichen Stadtbibliothek füllen. Ich sehe, dass du mich naiv anschaust, aber es ist, wie ich sage. Diese Informationen sind kodiert wie ein Mikrofilm, der alle Pläne einer industriellen Installation enthält, die ein Spion in der Lage wäre, in einem Manschettenknopf zu bringen, obwohl diese viel mehr verkleinert sind. Bestimmte Physiker auf der Erde berücksichtigen jetzt diese Tatsache, aber die Öffentlichkeit, im Großen und Ganzen, ist darüber nicht informiert worden. Dein Astralkörper überträgt und bekommt Botschaften mittels dieser Elektronen durch den Kanal deines Gehirns, und von deinem Höheren Selbst. Informationen werden übertragen, ohne dass du dir, dank eines schwachen Elektrostroms von deinem Gehirn in Harmonie mit deinen Elektronen, dessen bewusst bist. Weil es das höhere Selbst ist, das diesen Astralkörper in deinen physischen Körper schickte, ist es in der natürlichen Ordnung der Dinge, dass dein Höheres Selbst Informationen von deinem Astralkörper bekommen sollte. Wie alle elektronischen Dinge, ist der Astralkörper, das Werkzeug des Höheren Selbstes, wirklich ein empfindliches Werkzeug. Während deiner Wachstunden ist es fähig, Botschaften von extremer Dringlichkeit zum Höheren Selbst zu schicken, aber das Höhere Selbst sucht mehr als das. Mehr zu lesen über die Physik vom Bewusstsein So lässt dein Astralkörper während des Schlafes deinen physischen Körper liegen, um sich mit dem Höheren Selbst auszutauschen, entweder um Informationen zu bringen oder Informationen oder Aufträge zu empfangen. Es gibt einen alten Spruch der heißt, die Nacht ist der beste Berater. Dieses Sprichwort entstand aus der normalen Erfahrung. Über den Verlauf von Jahren bemerkten die Menschen, dass sie, wenn sie am nächsten Morgen aufwachten, die Lösungen für ihre Probleme hatten. Manchmal ist es so und manchmal ist es nicht so. Wenn die Lösung gewinnbringend für das Höhere Selbst sein wird, kannst du sicher sein, dass sie dir präsentiert wird, wenn nicht, wirst du vergebens warten. Jetzt werden jene Menschen, die durch sehr fortgeschrittene und besondere Übungen ihre Astralkörper von ihren physischen Körpern lösen können, einen feinen, silberblauen Faden sehen können, wie du dich sahst, der ihre physischen Körper und Astralkörper verbindet. Ihre Astralkörper sind während der Zeit der Trennung ebenfalls sichtbar. Es sind diese Elektronen, die deinen Astralkörper bilden und die den sichtbaren Effekt des Fadens verursachen. Ich sehe, dass du dem folgst was ich sage, und dass du meine Aussage begriffen hast. Lass mich nun in die Erklärung der Lärmgefahren zu Ende bringen. Lärm greift direkt die Elektronen deines Astralkörpers an, Parasiten schaffend, um es in euren Rundfunk und Fernsehbegriffen auszudrücken. Wenn du einen Fernsehschirm anschaust und einige weiße Flecken bemerkst, ist das ein Anzeichen, dass da ein kleiner Parasit bei der Arbeit ist. Ähnlich, wenn jemand ein elektrisches Werkzeug im Nebenhaus betreibt, das nicht einstört ist, werden solche großen Parasiten auf deinen Schirm produziert, die das Bild dann vollständig verzerren. Das gleiche tritt mit dem Astralkörper auf, aber leider wirst du dir seiner nicht in der gleichen Weise bewusst, dass du mit einem Fernsehschirm vergleichbar bist. Und es ist noch wesentlich schlechter, weil die Geräusche deine Elektronen beschädigen. Und dennoch sagen die Leute, wir gewöhnen uns daran. Dein Gehirn schließt sich an sozusagen, und deine Psyche führt einem Selbstverteidigungsmechanismus ein, aber nicht der Astralkörper. Ein Parasit fällt in seine Elektronen ein, das hat natürlich katastrophale Nachwirkungen für dein höheres Selbst. Die Klänge, die deine Ohren erreichen, sind offenbar sehr wichtig. Ein besonderes Musikstück kann dich in einen Zustand der Euphorie bringen, während ein anderes Stück, obgleich auch sehr hübsch, keinen Effekt auf dich hat, oder dich möglicherweise irritieren kann. Mache ein Experiment. Nimm dir eine Violine, ein Klavier oder eine Flöte, und spiele ein weiches Stück das dir gefällt, und spiele es so laut wie du kannst. Die Trommelfälle werden nicht so leiden, wie die Unbehaglichkeit, die du in dir fühlst. Die meisten deiner Mitmenschen auf der Erde betrachten Lärmbelästigung als nicht besorgniserregend, aber der Lärm des Auspuffrohrs eines Motorrades ist drei bis viermal schädlicher, als der schädliche Rauch, der sich entlädt. Während der Rauch sich auf deinen Hals und deine Lungen auswirkt, wirkt sich der Lärm auf deinen Astralkörper aus. Allerdings war bisher niemand fähig, ein Foto des Astralkörpers machen können, und so beschäftigen sich die Menschen nicht damit. Da deine Mitmenschen Beweise möchten, lass sie dies berücksichtigen, es gibt Menschen auf der Erde, die aufrichtig sind und die behaupten, Geister gesehen zu haben, ich beziehe mich hierbei nicht auf Scharlatane. Was sie gesehen haben, sind eigentlich die 19% der Elektronen, die der Astralkörper nicht enthält. Diese Elektronen lösen sich drei Tage nach seinem Tod vom physischen Körper. Tatsächlich können diese Elektronen als ein Ergebnis gewisser Wirkungen durch Reibungselektrizität gesehen werden, die die gleiche Form wie der physische Körpern haben. Manchmal, bevor sie von der Natur wieder benutzt werden, sind sie frei, aber sie haben auch ein Gedächtnis, welches die Rückkehr zu den Lieblingsorten unterstützt, oder zu den Orten, die sie hassten. Wieso hassten? Wenn wir dieses Thema ausweiten würden, müsstest du zwei Bücher schreiben. Kannst du in meine Zukunft sehen? Sicherlich kannst du das, da du Dinge machen kannst, die viel schwieriger sind. Da hast du recht. Wir haben eine Vorschau über dein ganzes Leben, bis zum Tod deines augenblicklichen physischen Körpers. Wann werde ich sterben? Du weißt sehr gut, dass ich dir das nicht sagen werde, warum also fragst du? Es ist sehr schlecht, die Zukunft zu kennen, und jene die erklärten sie können es, begehen einen doppelten Fehler. Zuerst könnte der Wahrsager ein Scharlatan sein, und zweitens steht es im Gegensatz zur Natur, zu wissen was die Zukunft bereithält, da das Wissen nicht im Fluss des Vergessens gelöscht werden würde. Viele Menschen glauben an den Einfluss der Sterne und folgen den Zeichen des Zodiaks. Wie denkst du darüber? Dazu antwortete Tao nicht sondern lächelte. Die gesamte Rückfahrt war wie die erste Reise gewesen. Wir machten keinen Halt, aber ich konnte wieder die Sonnen, die Kometen, die Planeten und die Farben bewundern. Als ich Tao fragte, ob wir wieder über dem parallelen Universum zurückkehren würden, antwortete sie bejahend. Ich wunderte mich warum und sie erklärte, dass es der beste Weg war, weil das bedeutete, dass sie nicht mit den Reaktionen von Zeugen konfrontiert wären. Ich wurde genau neun Tage nach dem Verlassen meines Gartens, wieder in ihm abgesetzt. Postskriptum. In diesem Buch wurde dem Autor nicht erlaubt, seine eigene Meinung auszudrücken. Er schrieb dieses Postskriptum speziell, um sich auszudrücken. Erklärung des Redakteurs in Absprache mit dem Verfasser Ich füge diese Nachschrift meinem Manuskript hinzu, nachdem ich vor drei Jahren mein Buch abgeschlossen habe. Während jener drei Jahre versuchte ich erfolglos, es veröffentlichen zu lassen, bis ich Arafura traf, der den Mut hatte, solch eine außerordentliche, einzigartige Geschichte zu veröffentlichen. Es war eine schwierige Zeit für mich, da mir Tao im Gegensatz zu meinen Erwartungen keine Zeichen hinterließ. Ich hatte keinen Kontakt, entweder telepathisch oder physisch, außer einer seltsamen Erscheinung an einem Tag in einem Steinhaufen, was mir wohl beweisen sollte, dass ich noch von ihnen überwacht wurde, aber es gab keine Botschaft. Ich wurde mir jetzt klar, dass die Verzögerung mit dem Verlag vorher genau überlegt war. Deshalb wurde durch einen natürlichen Ablauf der Ereignisse nach zwei Monaten die Aufmerksamkeit eines geeigneten Verlegers auf mein Buch gelenkt. Tao und ihre Leute wollten, dass es auf diese Art geschieht, weil die Welt vor drei Jahren noch nicht bereit war, die Botschaft zu bekommen, während sie jetzt soweit ist. Während jener drei Jahre erlaubte ich einigen Freunden und Bekannten, das Manuskript zu lesen und das ließ mich völlig verstehen, warum sie wollten, dass ich dieses Buch schreibe, und warum sie mich physisch zu ihrem Planeten transportierten. Ich bestehe auf das Wort physisch, weil die häufigste Antwort war, dass du geträumt haben musst, du musst eine Reihe von Träumen gehabt haben. Wie auch immer die Reaktion eines jeden, der dieses Manuskript gelesen hatte, war, durch den Inhalt waren sie fasziniert worden. Es gibt drei Arten von Leser. Die ersten, sie bilden die Mehrheit, haben gesagt, dass sie nicht glauben, dass ich zu einem anderen Planeten ging, aber zugaben, dass sie von diesem Buch bewegt wurden. Auf jeden Fall haben sie gesagt, dass es nicht wirklich wichtig war, ob es passierte oder nicht, die entscheidende Sache sind die zugrunder liegenden Mitteilungen. Die zweiten, das sind die ehemaligen Skeptiker, die, nachdem sie das Buch dreimal hintereinander gelesen hatten, überzeugt waren, dass meine Geschichte auf Tatsachen beruhe, und diese Leser hatten Recht. Die dritten, das sind jene, die von Anfang an weiterentwickelt sind und wissen, dass dies eine wahre Geschichte ist. Ich bin jedoch gezwungen dem Leser einen Rat zu geben. Dieses Buch sollte dreimal gelesen werden, mindestens dreimal neu gelesen. Von den 15 Leuten oder so, die es gelesen haben, hat jeder etwas Angemessenes zu sagen gehabt, und sie haben mich ausführlich darüber befragt. Ein Freund von mir ist Psychologie-Professor an einer französischen Universität. Anscheinend hat er es bereits dreimal gelesen und es liegt auf seinem Nachttisch. Ich kann mich darauf beziehen. Trotzdem habe ich eine Reaktion von einem Freund gehabt, glücklicherweise nur die eine, die mich aufregte. Er fragte mich zum Beispiel, ob das Raumfahrzeug mit Bolzen oder Nieden zusammengehalten wurde und ob es Telegrafenmasten auf TIAOBA gab. Ich empfahl ihm dringend, dass er das Manuskript neu las. Eine andere Bemerkung war, dass das Buch noch mehr Kämpfe zwischen Raumfahrzeugen oder Planeten mit Raketen und tödlichen Waffen enthalten sollte. Das ist es, was den Leuten wirklich gefällt, sagte er. Ich musste ihn daran erinnern, dass dies kein wissenschaftlicher Fiktionsroman war. In diesem Fall glaube ich nicht, dass mein Freund wirklich fähig ist, dieses Buch zu verstehen, deshalb wäre er besser beraten, etwas anderes zu lesen. Er ist noch nicht dafür bereit, damit ist er leider nicht alleine. Wenn du, der Leser, erwartest, dass sich von Raumkämpfen, Blut, Sex und Gewalttätigkeit geweckt zu werden, dass Planeten explodieren und Monster in die Luft sprengen, tut es mir leid, dann hast du deine Zeit und dein Geld verschwindet. Stattdessen hättest du einen SF-Roman kaufen sollen. Du wurdest im Vorwort gewarnt. Ich bitte dich jetzt, da du weißt, dass du keine SF-Geschichte ist, das Buch in einer anderen Stimmung, die objektiv und positiv ist, wieder zu lesen? Du wirst deine Zeit nicht verschwendet haben. Im Gegenteil, das Geld, das du ausgegeben hast, bringt die größte Belohnung in dein Leben, eine spirituelle eher als eine materielle Belohnung, ist das nicht das Wichtigste für den Menschen? Von den Menschen, die bereits mein Manuskript gelesen haben, habe ich eine Vielzahl von Feedbacks hinsichtlich der Religion und insbesondere des Christentums gehabt. Ich fühle mich verpflichtet, zu diesem Punkt zu reagieren. Wenn du religiös bist, und besonders von Christus, von den biblischen Korrekturen erschüttert worden bist, besonders von der Passage auf seine wahre Identität, wer als Christus am Kreuz gestorben ist, tut es mir leid. Allerdings muss ich betonen, dass dieses Buch mit der Absicht geschrieben wurde, keine Religion zu kritisieren, und dass dieses nicht meine persönlichen Beobachtungen sind, sondern die Worte des Meisters, des Tauris, mit allen mir von Tau diktierten Details. Sie empfahlen, dass ich jene Dinge, die mir erklärt wurden, genau aufnehme, und dass ich nichts verändere. Ich bin ihren Anweisungen gefolgt. Ich habe viele andere Gespräche mit Tau gehabt, die nicht in diesem Buch erscheinen. Glaubt mir, diese Wesen sind uns in ihrer Entwicklung in jeder Hinsicht überlegen. Ich habe Dinge gelernt, die unglaublicher als jene sind, die in diesem Volumen enthüllt wurden, aber mir wurde nicht erlaubt, darüber zu sprechen, da sie noch weit von jedem Verständnis sind. Ich werde allerdings die Gelegenheit in dieser Botschaft ergreifen, um meine persönliche Meinung zu äußern. Ich muss den Leser auf einige sehr wichtige Punkte aufmerksam machen. Ich habe bereits einige Bemerkungen hinsichtlich dieses Buches gehört, die mich allerdings überhaupt nicht beeindruckt haben. Er glaubt, dass er der neue Christus ist. Er ist ein bedeutender Guru. Wir sollten seinen Doktrin vollgehen oder, du solltest einen Asram gründen, zu dem viele gehen würden oder, du solltest eine neue Religion gründe und so weiter. Ich muss zu ihrer Verteidigung sagen, dass viele dieser Leute nur von meinem Abenteuer gehört haben. Sie haben eigentlich das Buch nicht gelesen. Ich kann nicht genug betonen, dass es einige Male gelesen werden sollte. Warum sind die Menschen so eifrig von etwas so Wichtigem wie Gott und der Schaffung des Universums zu hören, während sie es, weg von der lauten Gemeinschaft, lesen können? Erinnere dich, das gesprochene Wort verschwindet, aber das geschriebene Wort bleibt. Warum möchten sie eine neue Sekte oder eine Religion mit den Inhalten dieses Buches bilden? Die hunderte von Religionen, die wir auf diesem Planeten bereits haben, haben diese viel Gutes gebracht? Die Moslems kämpften während der Kreuzzüge im Namen Gottes und der Religion gegen die Katholiken. Die spanischen Katholiken plünderten und beraubten die Azteken, deren Zivilisation während der Zeit sehr fortgeschritten war, weil die Azteken nicht den Katholizismus ausübten. In Wirklichkeit hatten die Azteken ihre eigene Religion, die nicht besser war, da sie Menschen den Göttern zu Tausenden opferten, wie es von den Bacaratinianern getan wurde, wenn du wieder zurückschaust, während der Loslösung in Nordafrika vor über einer Million Jahren. Diese Religionen waren sorgfältig von den Priestern studiert worden, die die Menschen unter ihrer Kontrolle halten wollten, damit sie ihre Macht und ihren Reichtum beibehalten konnten. Eine Religion ist wie Politik, mit der Arroganz seiner Führer und dem Machtdurst. Christus stieg auf einen Esel, er starb am Kreuz, eine Religion entstand, in der sich ein Esel zu einem Rolls-Royce transformierte. Der Vatikan ist eine der wohlhabendsten Mächten auf diesem Planeten. In der Politik gibt es die falschen Politiker, und dort sind viele von ihnen aufgeblasen voller Stolz. Sie wollen bewundert werden, und sie wollen ihren Reichtum und ihre Macht befriedigen. Und was ist mit den Tausenden oder den Millionen von Menschen, die von ihnen betrogen werden, werden diese zufriedengestellt? Tao erklärte mir, dass dieses Buch nicht nur die Einwohner dieses Planeten aufklären soll, sondern ihnen die Augen öffnen, sie wachrütteln, damit sie erkennen, was um sie herum geschieht. Tao und ihre Leute machen sich viel Sorgen um die Wege, in denen wir erlauben, von einer Handvoll fauler Politiker geführt zu werden, die uns geschickt glauben lassen, dass wir frei und demokratisch sind, während wir im Verhältnis zum universellen Gesetz nicht freier sind als eine Scharscharfe. Wir können ab und zu vom Weg abkommen und glauben, dass wir frei sind, aber das ist eine Illusion, weil wir im Fleischwolf enden, ohne es zu erkennen. Die Politiker verwenden das Wort Demokratie wie einen Rauchfilter. Die Mehrheit der Politiker hat drei Götter, Macht, Ruhm und Geld. Trotzdem haben sie Angst vor den Massen, Wahlgruppen von Menschen, die wirklich einsteigen und, wie Aki Kapitel 10 es erklärte, demonstrieren, wirklich das erreichen können, was sie wollen. Sogar die Kommunistische Partei in Russland wurde gestützt, und die Welt weiß, der KGB war eine der bösartigsten und mächtigsten Organisationen, aber ich muss zugeben, meine, oder eher unsere Freunde, vermieden eine riesige Menge von Blut vergießen, indem wir das grüne Licht gaben. Ich habe dies für eine lange Zeit gewusst, und es könnte die Publikation dieses Buches absichtlich verzögert haben, damit ich dies im PS mit einschließen konnte. Erinnere dich daran, dass die Menschheit mit der Wahlfreiheit geschaffen wurde. Alle totalitären Regime bestreiten dies, und sie werden deshalb eines Tages gestürzt. Ich rate euch auch dazu, eure Aufmerksamkeit nach China zu lenken. Die Führer vieler Länder, die in einem sogenannten demokratischen Modus gewählt worden sind, machen was sie wollen, sobald sie an der Macht sind. Ein typisches Beispiel ist die französische Regierung, die Kernexplosionen im Pazifik ausführt, und so den Ozean, den wir nicht behandelt haben, nicht nur verschmutzt, sondern auch schädliche Strahlung aussetzt. Ich weiß aus einer zuverlässigen Quelle, dass die französischen Wissenschaftler in Mouroa sehr besorgt sind, dass durch die atomare Verstrahlung die Fische, besonders die Papageienfische, einem Riesenwuchs im Bereich Mouroa, unterworfen sind. Diese Fische sind dreimal größer entwickelt, als ihre normale Lebensgröße wäre. Hoffen wir darauf, dass das Gleiche nicht mit den großen weißen Hain passiert, die in unseren Gewässern gefunden werden. Außerdem, wenn ihr sorgfältig den Daten der Unterwasserexplosionen beim Mouroa folgt, werdet ihr beobachten, dass einige Stunden, oder zwei bis vier Tage danach immer ein größeres Erdbeben irgendwo auf dem Planeten erfolgt. Französische Politiker haben damit für einige Jahrzehnte ein Verbrechen auf planetarischer Skala begangen. Ich bin traurig und beschämt, als Franzose geboren worden zu sein. Saddam Hussein beging auch ein Verbrechen gegen den Planeten, indem er Feuer in hunderte von Ölquellen legte. Es sollte auch für die Grolltaten, die er in Kuwait beging, haftbar gemacht werden. Was machen die Vereinten Nationen dagegen? In Brasilien begehen die Regierungen, die systematisch die Regenwälder am Amazonas, und so ihre eigene Umwelt und die der folgenden Generation, zerstören, auch ein Verbrechen auf einer planetarischen Skala. Die Menschen die sagen, dass das System sich ändern muss, tun nichts dafür. Alle schimpfen über das schlechte Strafsystem, das wir haben. Natürlich ist es schlecht, scheinen die Gesetze doch zugunsten der Genoven gemacht zu sein. Macht ihr etwas dagegen? Erinnert euch an das Strafsystem der Baccaratianer? Es war nicht anders als das estekische System, das wegen seiner Gerechtigkeit ausgezeichnet war. Es ist nicht genug zu sagen, das System ist schlecht, sie sollten es verändern. Sie, wen meinen wir mit sie? Die Parlamentarier, die Staatsoberhäupter, alle die gewählten Leute durch euch. Um das System zu verändern, müssen sich die Gesetzte zusammen mit euren Führer ändern. Ihr müsst die Politiker zwingen, die euch repräsentieren, die unwirksamen Gesetzte, das unwirksame System, ein für allemal zu verändern. Die Politiker sind generell zu untätig, die Aufgabe allein zu übernehmen. Jedes Gesetz benötigt viel Arbeit und Verantwortung, und das ist oft zu viel, weil die meisten von ihnen dort wegen des Prestiges und des großen Gehaltes sind. Übrigens, wenn ihr gute Politiker anziehen wollt, beginnt damit, ihre Gehälter auf das eines kleinstädtischen Bankdirektors zu kürzen, und ihr werdet merken, dass es wenige Bewerber geben wird, aber jene die übrig bleiben, werden aufrichtige Menschen sein, die wirklich etwas für die Menschen machen wollen. Ihr seid die Menschen, die für diese Politiker gestimmt haben, und die meisten von euch haben genug davon, sie haben nichts von dem gemacht, weil ihr erwartet habt, dass sie es für das Land tun. Es wird der Tag kommen, wenn die Bürger sie zwingen müssen, ihre Arbeit zu machen, um die Versprechen, die sie vor der Wahl den Wählern gaben, zu erfüllen. Wenn es keine andere Lösung gibt, können normale Bürger die Politiker zwingen, ihre Pflicht zu tun, sie müssen. Vorsichtig, wir sprechen hier nicht über Anarchie, sondern Disziplin. Ein Land benötigt die Disziplin, nicht ein totalitäres Regimes, aber eine Demokratie, in der Versprechen gehalten werden. Wenn Versprechen gebrochen werden, ist es an dir zu handeln, weil es verabscheuungswürdig ist, dass Politiker Millionen von Menschen enttäuschen, wenn sie an der Macht sind, und die Menschen bis zur nächsten Wahl hereinlegen. Diese Politiker könnten besser ihre Arbeit machen, wenn sie nicht 80% ihrer Zeit durch interne Streitereien in der Parteipolitik durch Diskussionen verschwenden würden. Menschen sagen zu dir, was können wir tun? Es gibt nichts, was wir tun können, und das ist genau das, worin sie falsch liegen. Die normalen Menschen können und müssen die Regierung, die durch sie und ein Referendum gewählt wurden zwingen, ihre Aufgaben durchzuführen, für die sie gewählt wurden. Normale Menschen besitzen eine enorme Macht. Wie Archi sagte in Kapitel 10, eine der größten Waffen die der Mensch besitzt, dank seiner Intelligenz, ist die Macht des Beharrungsvermögens. Es ist eine gewaltlose Kraft und das ist am besten, während Gewalt mehr Gewalt erzeugt. Wie Christus sagte, wer lebt vom Schwert, der wird durch das Schwert umkommen. In Beijing, Peking, in China, gelang es einem Mann, einfach durch seine Gegenwart, einen Tankwagen anzuhalten. Wie erreichte er das? Weil die Soldaten im Wagen nicht wagten ihn zu überfahren, da diese Aktion eines unbewaffneten Mannes sie fesselte. Millionen von Menschen bezeugten das im Fernsehen. Candy gelang es alleine schreckliches Blutvergießen zu verhindern. Lord Mountbatten selbst wurde klar, dass sie, wenn er 50.000 Truppen geschickt hätte, niedergemetzelt worden wären, und dennoch wandte Candy, ein einzelner Mann, ein Gemetzel durch Gewaltlosigkeit ab. Auf Archi's Planeten wurden die Fahrbahnen blockiert mit sogenannten ausgefallenen Fahrzeugen. Es gab 10.000 von ihnen. Das Polizeikontingent wusste, dass es absichtlich gemacht wurde, aber sie konnten nichts dagegen machen. Musste ein Löschzug oder ein Krankenwagen durch, war vereinbart worden, dass sie durchgelassen wurden, indem sie ihr Fahrzeug aus dem Weg schafften. Anschließend kamen sie wieder auf ihren Platz. Das ist die Energie der Beharrlichkeit. Sie bewegten sich nicht vom Fleck, sie aßen nicht, schrien nicht. Sie waren ruhig, mit den Kräften von Gesetz und Ordnung konfrontiert. Sie wären glücklich gewesen, die Fahrbahnen zu räumen, aber wie konnten sie es ohne Mechaniker? Das Land war gelähmt. Sie hatten keine Fahnen, keine Slogans, es gab kein Schreien oder Kreischen, nur ruhiger Trotz. Sie warteten, dass sie von ihrem Widersacher hörten, der tiefer und tiefer in seine Lügen und seiner Falschheit versank. Ein Brief war schon an die Regierung geschickt worden, der von ihren bewussten Forderungen, und warum sie dort waren, sprach. Der Name der Person, die den Brief sendete, war Citizen. Wie Arki sagte, wenn ein der tausend Menschen sich ruhig auf den Asphalt legen, eine Bahnlinie oder die Straße blockieren und einer zur Polizei sagt. Ich bleibe nicht, ich bin krank, bitte bringt mich zu mir nach Haus. Was könnte die Polizei machen? Vielleicht Tränen und Gas gegen die Masse anwenden, könnten sie das? Mit der Macht der Beharrlichkeit brachten die Menschen die ganze Nation zum Stillstand, ohne Gewalt. Die Folgen waren schnell erkennbar. Die dicken Finanziers, die die finanzielle Kontrolle in den Unternehmungen der Welt trugen, der Börsenkrach, der Anstieg der Silber- und Goldpreise, und die unter einer Decke mit den bestechlichen Politikern steckten, begannen in Panik zu geraten, weil sie im Begriff waren, Millionen von Dollars auf dem Markt zu verlieren. Dadurch, dass die Menschen nicht arbeiteten, verloren sie Hunderttausende. Im Namen ihres heiligen Geldes mussten sie etwas tun, und die Leute gewannen. Nach und nach wurden sie konditioniert. Das ist es, weswegen unsere außerirdischen Freunde besorgt sind. Du bist ein Mensch, kein Roboter. Wach jetzt auf. Hast du dich jemals gefragt, was geschehen würde, wenn zum Beispiel die Elektrizität in einem Supermarkt mit den neuen Registrierkassen ausfällt und das neue Barcode-System, das die Preise aufzeichnet? Die Prüfungsassistenten würden nicht in der Lage sein, die Waren zu addieren, die Codes auf den meisten Artikeln würden es zu einer unmöglichen Aufgabe machen. Ist dir je in den Sinn gekommen, dass die Verschlüsselung, die diese enthalten, den Verbraucher davon abhält, den Preis zum Beispiel einer Dose gebackene Bohnen zu erkennen, außer du würdest eine Liste durchforsten? Das jedoch ist eine mühsame Aufgabe. So bist du dir immer weniger dessen bewusst, was du ausgibst, und unmerklich übernehmen die Finanziers die Kontrolle deines eigenen Geldes. Ich kannte einen reizenden Ladenbesitzer, der ein Problem mit seiner Registrierkasse hatte. Ich kam an, während sie repariert wurde. Er verkaufte mir zwei Artikel von 1,38 Dollar. Es dauerte ungefähr drei Minuten, um die Gesamtsumme auf einem Blatt Papier zu ermitteln, und er gab mir 2,34 Dollar Cent auf 5 Dollar zurück, weil er einfach den Bezug zur Errechnung einer einfachen Summe verloren hatte. Er vertraute der Maschine, wie es tausende andere machen. Die Menschen setzen ihr Vertrauen in Kreditkarten und Computer, das ist falsch, weil sie unmöglich nicht mehr für sich selbst denken, sie lassen die Finanziers für sie handeln. Unmöglich haben sie nicht mehr selbst die Kontroll. Lass uns ein kleines Experiment zusammen machen und du wirst sehen, über was ich spreche. Bist du bereit? Oben berichtete, ich dass ich für 2,76 Dollar eingekauft hatte, und dass der Ladeninhaber mir 2,34 Dollar zurückgab. Glücklicherweise warst du nicht der Ladenbesitzer, der 10 Cent verloren hätte. Ich machte das absichtlich, um dich zu ertappen. Wenn du allerdings unter jenen bist, der stutzte, als er die Summen las und das überprüfte, zeigt das an, dass du nicht leicht irregeführt werden kannst. Wenn du in die zweite Kategorie jener fällst, die nicht überprüften, solltest du jetzt besser deine Einstellung verändern. Du bist ein Mensch und hast einen göttlichen Funken in dir, sei stolz darauf und hör auf, dich wie ein Schaf zu benehmen. Du hast dieses Buch schon bis zum Ende gelesen, das an sich schon wunderbar ist. Wunderbar? Ja, weil das zeigt, dass du dich für mehr als dein Steak und Chips, Hamburger, Sauerkraut oder ein Glas Bier interessierst. So, dorthin gehst du. Was ich als nächstes sagen muss, wird direkt auf die Millionen junger Leute auf der Welt zielen. Alles was mich taubar zu schreiben, und natürlich alles, was ich gerade hinzugefügt habe, bezieht sich ebenso auf junge Menschen, aber ich möchte eine Botschaft besonders für sie hinzufügen. Meine Freunde, eine große Anzahl von euch, die ihr die Hoffnung verloren habt, arbeitslos seid, gelangweilt, oder in Städte gepackt seid, warum verändert ihr euren Lebensstil nicht radikal? Anstatt in der ungesunden Umwelt zu stagnieren, könnt ihr euch auf einen vollkommen anderen Weg begeben. Hier rede ich über Australien im Besonderen, da ich nicht genau weiß, welcher Art die Schwierigkeiten in anderen Ländern sind, aber die Grundlage könnte zweifellos für alle Länder gelten. Kommt zusammen, organisiert euch und bittet die Regierungen darum, euch ein baufähiges Land für 99 Jahre zu verpachten, es gibt solches Land. Auf diese Weise könnt ihr gemeinschaftliche Bauernhöfen schaffen und selbstständig werden. Ihr werdet die Befriedigung und den Stolz fühlen, all jenen gegenüber, die euch bisher als Faulenzer bezeichnet haben, indem ihr sogar etwas Besseres macht als eine Nation. Ihr könntet sogar einen Bezirk mit euren eigenen Regeln und internen Disziplinen gründen, während ihr das Land respektiert, auf dem ihr lebt. Ich bin überzeugt, dass eine gute Regierung euch gerne einen Stoß in die richtige Richtung geben würde. Sie verschwendet jedenfalls so viel Geld, dass es ausnahmsweise einmal Geld für eine große Sache geben würde. Natürlich wirst du verantwortungsbewusst handeln müssen, weil alle bereit sein werden, sich auf euch zu stürzen und zu verunglimpfen, weil sie davon überzeugt sind, dass ihr Nieten seid. Persönlich habe ich den festen Glauben an euch, glauben, dass ihr, die junge Generation, eine bessere Welt, sauberer und spiritueller bauen werdet. Ist die Botschaft des Taoris nicht an dich gerichtet? Daher musst du verantwortlich sein und deine eigenen Richtlinien schaffen. Keine Drogen, weil Drogen, wie du weißt, deinen Astralkörper schaden, der dein wirkliches Selbst ist, und weil du sie überhaupt nicht brauchst. Jene von euch, deren Freunde in jene Falle gefallen sind, werden einen Ausweg mit deiner Hilfe finden, wenn sie wollen. Du hast einen riesigen Job vor dir, nicht nur um deinesgleichen zu helfen, sondern auch dein Leben entlang eines neuen Weges zu reorganisieren. Du wirst dadurch unsagbare Freuden entdecken. Aus einer materiellen Perspektive wirst du eine Rückkehr zur Natur erleben und du wirst der Erste sein, der damit ernst macht. Was benötigst du für dein Überleben? Luft, Wasser, Brot, Gemüse vielleicht noch Fleisch. Du kannst all jene Dinge alleine erreichen ohne chemische Produkte zu benutzen. Die Kippbutze der Israeli zum Beispiel funktionieren tadellos. Du kannst noch besser funktionieren, weil du in Australien multikulturell bist. Es ist keine Frage, andere zu übertreffen, es ist eine Frage, gut und mit Selbstachtung zu leben. Dann wirst du auf der spirituellen und Unterhaltungsebene deine eigenen Diskurs haben. Eine Diskothek in der offenen Landschaft, bringt genauso viel Freude, wie in einer Stadt, weißt du das? Deine eigenen Bibliotheken, deine eigenen Theater, in denen du fähig sein wirst, deine eigenen Spiele zu schaffen und aufzuführen. Es gibt Schach, Tischtennis, Tennis, Billardspiele, Fußball, Kordball, Bogenschießen, Fechten, Segeln, Reiten, Surfen, Angeln, die Liste geht unendlich weiter. Einige ziehen vielleicht klassische Tänze vor, andere bevorzugen militärische Künste. Du wirst Gewaltspiele vermeiden, die zu viel Feindseligkeit erzeugen. Du wirst erkennen, dass es zahllose Dinge gibt, die du in der Natur machen kannst, viel mehr, als an den Straßenecken in einer Stadt. Dein physisches und spirituelles Wohlbefinden wird sehr von Yoga profitieren. Ich möchte auf diese Disziplin, und besonders auf die Atmung durch die Kackren bestehen. 30 Minuten Yoga jeden Morgen und jede Nacht wären perfekt. Du bist die neue Generation und die meisten von euch haben verstanden, dass du MIT der Natur und der Umgebung, und nicht dagegen gehen müsst. Die meisten Dummköpfe, die der Natur zuwiderhandeln, werden dich kritisieren, wenn du für die Bewahrung der Bäume demonstrierst. Sie nennen dich abwertend ein Öko-Fritzen oder einen Hippie. Beweist der ganzen Welt und hauptsächlich euch, dass ihr macht was ihr predigt, weil, wenn sie beginnen auf eurem gemeinschaftlichen Bauernhof zu arbeiten, sie in der Lage sind sogar mehr zu tun, um die Umwelt zu bewahren? Ihr werdet sogar Wälder schaffen können. Wählt aus eurer Gruppe einige verantwortliche Leute, keine Chefs oder Meister, aber verantwortliche Leute, Berater, die demokratisch gewählt werden. Ich bin davon überzeugt, dass du der ganzen Welt zeigen können wirst, dass du einen besseren Job machen kannst, als die von zweifelhaften Politikern geführten Nationen, und ich danke dir im Namen des Universums. Tao erklärt dir, Kapitel 9, dass Religion und Politik zwei der schlimmsten Flüche der Gesellschaft sind. Deshalb, wenn du beabsichtigst, meinen Verlag mit Briefen zu überhäufen, und du willst, dass ich antworte, oder dass du mit dem Vorschlag kommst, dass ich dein Guru werde oder eine Religion schaffe, denk nach. Das ist nicht mein Wille, ebenso wie es nicht der Wille vom Tauri und Tao ist. Du würdest nirgends eine Antwort bekommen. Tao erklärt dir, dass der größte Tempel des Menschen innerhalb von ihm ist. Er ist dort, damit er zu einer Zeit mit dem Schöpfer, seinem Schöpfer in Meditation und Zentrierung durch den Mittelsmann, seinem Höheren Selbst, kommunizieren kann. Spreche mit mir nicht über Tempel, Kirchen, Dome Asrams oder sonst etwas. Schau in dich und du wirst bemerken, dass du alles besitzt, um mit ihm kommunizieren zu können, einfach weil er ist. Er, der es dort einsetzte. Schließlich möchte ich zum Ende noch dieses sagen. Als der bescheidene Diener von Tao und der Tauri, der verlangte, dass ich diese Arbeit schreibe, möchte ich letztmalig daran erinnern, gleich welche Religion es gibt, ob du an dies oder das glaubst, sich nichts ändert, was durch den großen Geist geschaffen worden ist, Gott der Schöpfer, du kannst ihn anrufen und sagen, was du möchtest. Keine Religion, kein Glaube und kein Buch, noch nicht einmal dieses, beeinflussen die Wahrheit und den Auftrag, und die von ihm im Universum festgesetzte Ordnung. Flüsse fließen immer von ihrer Quelle in Richtung des Ozeans, selbst wenn eine Religion, eine Sekte oder Milliarden von Leuten das Gegenteil glauben wollen. Die einzige wahre, unveränderliche Sache ist das Gesetz des Schöpfers, das er am Anfang wünschte, das universelle Gesetz, sein Gesetz, und absolut niemand wird jemals fähig sein, das zu ändern. MJP des Marquette Kerns, Australien, April 1993 zuerst 1993 Entführung zum neunten Planeten veröffentlicht. Taschenbuch ISBN 0, 646, 159, 96, 8 nachgedruckt 1993, 994, 1999, Australien, 1995, USA, Thea-Opa-Prophezeiung Taschenbuch ISBN 0, 646, 313, 95, 9, nachgedruckt 1997, Australien, häufig gestellte Fragen zu den Thea-Opa-Prophezeiung und ihre Antworten www.thia-opa.com-faq.htm, Dank Martin Gado ist es mir möglich, so schnell die dazugehörigen Fragen und Antworten zu setzen. Danke verfasst bei Dr. Tom J. Chalco, Australien, der mehr als 50 öffentliche Vorträge für Michel des Marquette organisierte und auch eine Website für das Buch zusammenstellte. Zudem wurde er von Michel gebeten, alle seine E-Mails, die an ihn seit 1995 adressiert wurden, zu beantworten. Die Fragen wurden Michels Vorträgen und der Korrespondenz mit ihm entnommen. Alle Antworten sind mit Michel besprochen und von ihm autorisiert worden. Frage 1. Wie sprechen Sie Thea-Opa aus? Frage 2. Haben Sie irgendeinen materiellen Beweis? Frage 3. Was ist die Botschaft dieses Buches? Frage 4. Gibt es eine Chance, nach Thea-Opa zu gehen? Frage 5. Und was für Toiletten hatten Sie auf Thea-Opa? Frage 6. Die Leute von Thea-Opa bringen die Botschaft der Liebe. Wieso töteten Sie die Leute im parallelen Universum? Frage 7. Was geschah mit den Dinosauriern? Frage 8. Was wissen Sie über die Nadeln, die die Menschen von Thea-Opa zweimal von der Umlaufbahn der Erde entfernten? Frage 9. Das Buch ist großartig. Aber die materialistische Wirklichkeit ist so überwältigend, ich fühle mich so hilflos. Frage 10. Im Kapitel 7 sagte Tau, dass der Mond mit der Erde in ungefähr 195.000 Jahren zusammenstoßen wird. Messungen unserer Wissenschaftler zeigen an, dass sich der Mond über 1 cm pro Jahr von der Erde entfernt. Ist das nicht ein Gegenbeweis Ihres Buches? Frage 11. Sie sollten tun, was Sie predigen. Warum verlangen Sie Geld für das Buch? Frage 12. Die Botschaft von diesem Buch klingt sehr ähnlich wie einige Religionen. Was ist der Unterschied? Frage 13. Es gibt Tonnen von Informationen über die Grauen, Reptilianer, Pleiader, Tauchetis, Kaisiopeaner, Arcturianer, Andromedaner und so weiter an fast jeder Webseite die ich besuche, aber nichts über Thea-Opaner? Frage 14. Einige UFO-Bücher sprechen über Kämpfe zwischen hochentwickelten Außerirdischen. Was ist die Wahrheit? Frage 15. Das Buch enthält eine Menge Tatsachen, die auf Erden von verschiedenen Quellen bekannt sind, einige davon werden geheim gehalten, warum? Frage 16. Andere UFO-Entführte erzählen eine Menge sensationeller Geschichten, die durchaus erschreckend sind. Was denken Sie? Frage 17. Und was ist mit den Grauen und anderen Außerirdischen, die auf Erden gesehen werden? Frage 18. Erwarten Sie wirklich, dass jemand glaubt, was in diesem Buch geschrieben ist? Es ist so unwirklich. Frage 19. Es ist unmöglich, zur anderen Seite der Galaxie zu tun, dass es nicht möglich ist. Zu reisen, dort zu leben und in zehn Tagen wieder zurückzukommen, sogar mit Lichtgeschwindigkeit. Wie erklären Sie das? Frage 20. Was war die Nahrung auf Thea-Opa? Was hatten Sie zum Abendessen? Frage 21. Ich bin zwischen zwei Welten verfangen. Der materiellen und der spirituellen. Was würde die richtige Einstellung sein? Frage 22. Wo ist Thea-Opa? Frage 23. Gibt es irgendeine Weise, sich mit Menschen auf Thea-Opa zu verständigen? Frage 24. Was sagen Ihre Freunde von Thea-Opa über Spiritualität und Religionen auf Erden? Frage 25. Was sagen Wissenschaftler über das Buch? Frage 26. Und was sagen skeptische Wissenschaftler? Frage 27. Haben Sie Geld auf Thea-Opa? Was sagen Sie über Geld? Frage 28. Haben Sie Schulen, Bibliotheken und so weiter auf Thea-Opa? Frage 29. Wie lange leben Sie auf Thea-Opa? Frage 30. Haben Sie eine Telekommunikation wie ein Telefon auf Thea-Opa? Frage 31. Leute auf Thea-Opa scheinen sehr ernst zu sein. Was tun Sie für Spaß? Frage 32. Auf Thea-Opa essen Sie ja so wenig? Der ganze Spaß an der Nahrung ist doch, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Frage 33. Wie hat das Raumschiff von Thea-Opa ausgesehen? Frage 34. Wie sind die Leute von Thea-Opa? Haben Sie Angst gehabt? Frage 35. Hatte irgendjemand bemerkt, dass sie über neun Tage verschwanden? Frage 36. Einige Leute sagen, dass sich außerirdische Wesen auf eine Invasität auf der Erde vorbereiten. Was ist die Wahrheit? Frage 37. Was tragen Sie für eine Kleidung auf Thea-Opa? Frage 38. Was sagen die Menschen von Thea-Opa über die körperliche Liebe? Frage 1. Wie sprechen Sie Thea-Opa aus? Antwort 1. Thea-Opa ist die englische Darstellung des Wortes, in dem T leise ist und B ist ein Ton zwischen B und V. Hebräer sprechen Thea-Opa-Hiova aus. Es ist sehr interessant, dass dieses das regelmäßigste angetroffene Wort in der Bibel ist, weil es der Name war, den Moses verwendet, um sich auf Gott zu beziehen, als er die ersten fünf Kapitel der Bibel in hebräischer Sprache vor ungefähr 3250 Jahren schrieb. Frage 2. Haben Sie irgendeinen materiellen Beweis? Antwort 2. Meinen Sie Technologie? Nein. Dieses ist genau das, was unsere Freunde nicht wünschen, dass wir mehr davon wissen. Wir benötigen nicht noch mehr materielle Technologie auf Erden. Uns noch mehr Technologie zu geben, ist genauso wie Kinder im Kindergarten ein Maschinengewehr und einen Kasten voll Handgranaten zum Spielen zu geben. Wir begreifen nicht mal, was wir unserem Bewusstsein und der Natur um uns antun. Wir können nicht mit unserer gegenwärtigen Technologie fertig werden. Wir verwenden sie, um uns und den Planeten zu zerstören. Wie auch immer, die Leute von Tia Opa beschrieben viele faszinierende Beispiele der wahren Technologie, die wir auf der Erde vor vielen tausenden Jahren verloren haben wie Antigravitation, Raumfahrt, Telepathie, kosmische Kommunikation, Bioenergie und die Wissenschaft des Bewusstseins, um nur einige zu erwähnen. Es scheint, dass unsere Wissenschaft Dekaden braucht, nur um einige dieser Möglichkeiten zuzugeben. Sie gaben mir ebenso eine komplette Erklärung über die meisten Geheimnisse auf Erden, um es in meinem Buch mit einzuschließen, von dem einiges aber erst in der Zukunft gelöst wird. Frage drittens Was ist die Botschaft dieses Buches? Antwort drittens Die Botschaft von Tia Opa ist, dass materielle Technologie ohne geistiges Wissen uns zur unvermeidlichen globalen Katastrophe auf der Erde führt. Technologie sollte geistige Entwicklung unterstützen und nicht verwendet werden, wie sie jetzt verwendet wird, um Menschen innerhalb eines Währungssystems und einer materialistischen Welt zu versklaven, wo beides sowieso nur vorübergehend ist. Oberflächlich ist ein ausgezeichnetes Wort, das sie verwenden können, um das Währungssystem und die materialistische Welt zu beschreiben. Im Moment richten wir alle Aufmerksamkeit auf unsere physischen Körper, aber dieses ist ein ernster Fehler. Der Körper, wie alles, das materiell ist, ist wirklich nur temporär, während die Psyche, ein Teil des Astralkörpers, das ist was nie stimmt. Wir sollten uns auf die Entwicklung des Geistes konzentrieren. Die Leute von Tia Opa betonen auch den Wert unseres individuellen freien Willens. Wir alle haben einen freien Willen, und es ist uns überlassen, uns selber zu disziplinieren, um uns spirituell zu verbessern. Irgendjemand seinen eigenen freien Willen aufzuerlegen in einer Weise, die die Einzelperson der Möglichkeit beraubt, den eigenen freien Willen auszuüben, ist eines der größten Verbrechen, die der Mensch begehen kann. Angesichts solch einer Aussage basiert unsere gesamte Gesellschaft auf Erden auf falschen Grundregeln. Die meisten Menschen werden gezwungen, der Masse zu folgen. Das Buch beschreibt nicht nur eine volle Diagnose der gegenwärtigen Lage, sondern enthält auch ausführliche Anweisungen, was zu tun ist und wie. Spezifisch wird beschrieben, wie die gleichen Probleme auf anderen Planeten überwunden worden sind, die unseren ähnlich sind. Das Wichtigste ist der Kontext dieser Informationen. Der Zweck unseres Bestehens, demonstriert von sehr fortgeschrittenen Menschen, die selbst unser gegenwärtiges Stadium der Entwicklung vor langer, langer Zeit überschritten haben. Frage 4. Gibt es eine Chance, nach Tiaoba zu gehen? Antwort 4. Die Leute von Tiaoba nehmen einen von uns ungefähr alle 100 Jahre oder so nach Tiaoba. Es ist nicht zu empfehlen, dorthin zu gehen. Michel ist häufig sehr traurig, wenn er über Tiaoba spricht. Können Sie sich vorstellen, man zeigt ihnen ein Paradies, um dann erklärt zu bekommen, dass es nicht für sie ist. Er möchte dort sein, aber er kann nicht. Und als er zurückkam, waren die meisten Leute auf der Erde gegen ihn, einschließlich seiner Familie, die Wissenschaft, die alltäglichen Gewohnheiten, die Religionen, die Lebensart. Sogar alle UFO-Forscher. Es ist manchmal sehr schwer, wenn man die Wahrheit kennt. Frage 5. Und was für Toiletten hatten Sie auf Tiaoba? Antwort 5. Auf Tiaoba verwenden Sie eine Art Vorrichtung, die unserer Toilette ähnlich ist, aber dann auch wieder nicht. Sie löst den Abfall einfach total auf, während er herauskommt. Ich nehme ein Elementarteilchen. Kein Wasser, kein Papier, kein Geruch, nichts. Michael war etwas besorgt, dass diese Maschine seine privaten Teile auflösen könnte. Frage 6. Die Leute von Tiaoba bringen die Botschaft der Liebe. Wieso töteten sie die Leute im parallelen Universum? Antwort 6. Einige Menschen bleiben im parallelen Universum über tausende von Jahren hängen. Sie dort zu töten, ist eine Art der Bevorzugung, weil dadurch ihre Astralkörper befreit werden und auf dem Weg der Reinkarnation weiterkommen können. Wenn sie nicht getötet werden und nicht das Wissen haben zu entkommen, bleiben sie dort, solange der Planet besteht, und das kann durchaus eine lange Zeit sein. Es ist auch nichts verkehrt damit, wir haben nämlich viel Zeit im Universum, ungefähr 1 e 22 Jahre, uns zu entwickeln und die Quelle des Bewusstseins zu erreichen. Ich schätze, dass diese Tötung ein Teil von Michels Lektion war. Frage 7. Was geschah mit den Dinosauriern? Antwort 7. Sie starben vor 5 Millionen Jahren, als einer der zwei kleinen Monde mit der Erde zusammenstieß, und das verursachte eine globale Katastrophe, Überschwemmungen und so weiter. Die Erde hatte zwei kleinere Monde, vor dem Mond den wir jetzt haben. Aber warum fragen sie nach Dinosauriern? Sind es nicht die Menschen, die auf Erden bald aussterben werden? Frage 8. Was wissen sie über die Nadeln, die die Menschen von Tiaoba zweimal von der Umlaufbahn der Erde entfernten? Antwort achtend der amerikanische Wissenschaftlicher, August 1998 voll. 279, Nummer 2, Artikel durch N. L. Johnson, Seite 43, 63 in der US-Ausgabe, erklärt. 80 Bündel von Nadeln wurden im Mai 1963 entlassen als Teil eines Telekommunikationsexperiments des US-Verteidigungsministeriums. Der radioaktive Druck, der durch Sonnenlicht ausgelöst wurde, sollte die kleinen Nadeln alle 400 Millionen von ihnen aus der Umlaufbahn hinausgedrückt haben. Beobachtungen bestätigen, dass sie sich zusammengeballt haben, und dann in eine höhere Umlaufbahn transferiert wurden, also ganz woanders als dort, wo sie zuerst ausgesetzt wurden. Magnetische Anziehung muss von dieser Überlegung ausgeschlossen werden, da die Nadeln aus Kupfer gemacht sind. Zeigen Sie mir irgendetwas anderes im Universum, das vom radioaktiven Druck des Sonnenlichtes aus der Umlaufbahn herausgedrückt wurde. Warum benutzen wir dann Raketen? Selbst wenn eine Nadel nur 0.01 Gramm hat, 400 Millionen von ihnen sind vier Tonnen. Ich fordere jeden Wissenschaftler auf Erden heraus, zu erklären, wie der Druck des Sonnenlichtes vier Tonnen Metall in eine höhere Umlaufbahn verschieben kann. Die Entfernung der Nadeln war eine intelligente Intervention und zeigte die unübertroffenen technologischen Möglichkeiten der Menschen von TIAOBA. Was tun sie, wenn ihre Kinder mit Streichhölzern in ihrem Zimmer spielen? Frage 9 Das Buch ist großartig. Aber die materialistische Wirklichkeit ist so überwältigend, ich fühle mich so hilflos. Antwort 9 Michel und ich teilen ihre Frustration. Aber alles wird schließlich von einzelnen Personen getan. Die Änderung muss von Leuten wie Ihnen und mir eingeleitet werden, die nicht der Masse folgen. Wir scheinen die geistigen Querschnittgelähmten der Galaxie zu sein. Jeder, einschließlich aller Tiere auf Erden verwenden telepathische Kommunikation ausgenommen wir Menschen. Wenn jedoch eine genügende Anzahl von Menschen die kritische Masse die rechte Einstellung hat, klinken sich viele andere, telepathisch ein. Frage 10 Im Kapitel 7 sagte Tau, dass der Mond mit der Erde in ungefähr 195.000 Jahren zusammenstoßen wird. Messungen unserer Wissenschaftler zeigen an, dass sich der Mond über ein Zentimeter pro Jahr von der Erde entfernt. Ist das nicht ein Gegenbeweis ihres Buches? Antwort 10 Klammer auf von Tom Chalko, ph. d. Wissenschaftliche Zusammenfassungen sind nur so gut wie die Annahmen, mit denen man sie erreicht hat. Folglich müssen Sie die Methode und Annahmen mit der gleichen Skepsis überprüfen, denen unsere Wissenschaftler folgten, mit der sie dieses Buch überprüfen. Die Methode, um den Abstand zwischen der Erde und dem Mond zu messen, basiert auf das Zurückspringen des Lichtes, Laserimpulse, von den Reflektoren, die an der Oberfläche des Mondes lokalisiert wurden. Und auch die Messung der Zeit, die das Licht brauchte, um die Sensoren zurück auf der Erde zu erreichen. Bei der Entfernung zwischen der Erde und dem Mond ist der Abstand zwischen ihren Schwerpunkten gemeint. Einige der offensichtlichen Annahmen, die unsere Wissenschaftler machen sind. Ersten die Schwerpunkte von der Erde und vom Mond sind örtlich festgelegt, sie bewegen sich. Nicht, in Bezug auf die entsprechenden planetarische Mondoberflächen. Die Geschwindigkeit des Lichtes, ist konstant, sie ändert sich nicht mit der Zeit. Der Lichtstrahl zwischen Erde und Mond reißt durch Mittel, die sich nicht mit der Zeit ändern. Jede, dieser Annahme-Notwendigkeit braucht Nachforschung. Zweiter Weder ist die Erde noch der Mond ein steifer Körper. Ihr Inneres ist teils flüssig und halbfest. Folglich können die Beobachtungen unserer Wissenschaftler durch geringfügige Änderungen in der Massenverlegung innerhalb der Erde oder des Mondinneren erklärt werden. Übrigens, einige bekannte und unerklärte Störungen in den Satellitenpositionen können auf diese Weise auch erklärt werden. Dritter Vor kurzem bemerkten unsere Wissenschaftler, dass sich die Lichtgeschwindigkeit etwas zu verringern scheint. Wenn Licht langsamer wird, braucht es mehr Zeit, um den Mond zu erreichen und zurückzukommen. Wer annimmt, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, wird feststellen, dass der Abstand zwischen der Erde und dem Mond zunehmend ist. Vierter Der Mond scheint eine Atmosphäre zu entwickeln. Wenn Sie einen neuen Mond betrachten, sind Sie in der Lage, seinen gesamten Umriss zu sehen. In der Vergangenheit war dieses nicht möglich. Den gesamten Mondumriss zu beobachten ist nur möglich, wenn der Mond eine Atmosphäre hat. Wie Sie wissen, reißt das Licht durch die Atmosphäre langsamer, als durch ein Vakuum. Folglich würde eine Verdichtung der Mondatmosphäre zu einer dieser Folgerungen leiten, die angibt, dass der Mond von der Erde wegtreibt. Nicht das Aussehen, sondern was dahinter ist, ist das Wichtigste. Frage 11 Sie sollten tun, was Sie predigen. Warum verlangen Sie Geld für das Buch? Antwort 11 Wir haben versucht, Drucker, Verleger und Versandfirmen zu bitten, ihre Arbeit umsonst zu erledigen. Aber es war nicht möglich. Wir haben versucht, das Buch kostenlos herzugeben, nur, um es später in einem Abfalleimer zu finden. Was tun Sie selbst, wenn jemand versucht, Ihnen ein freies Buch in einem Einkaufszentrum zu geben? Wir fanden, dass die Leute zu viel Gewicht auf den Geldwert legen und dass sie nichts bewerten, was freikommt, wie frische Luft zum Beispiel. Zurzeit geben wir die Bücher nur denen frei, die es spezifisch verlangen und sich es nicht leisten können. Das E-Book ist online auch frei. Indem wir das Buch denen verkaufen, die einen Nutzen davon haben und es sich leisten können, unterstützen wir unsere Tätigkeit damit, diese Bücher frei wegzugeben. Frage 12 Die Botschaft von diesem Buch klingt sehr ähnlich wie einige Religionen. Was ist der Unterschied? Antwort 12 Die meisten Religionen predigen Liebe, und doch ist ihr Zweck, Menschen aus zwei Gründen zu verwirren und falsch zu informieren. Und das ist Geld und Macht, um die Menschen damit zu manipulieren. Ihr Werkzeug ist häufig Furcht, die sie verwenden, um Kontrolle zu bekommen. Zum Beispiel entfernte die katholische Kirche Reinkarnation aus der Bibel und fügte dafür den Satan hinzu, damit sie die Menschen ermorden und foltern konnten, im Namen Gottes und der Liebe, und mit dem Vorwand, gegen den Satan zu kämpfen. Die meisten Kriege sind eine direkte Konsequenz aus religiöser Gehirnwäsche. Wenn sie wahre Liebe suchen, gehen sie wohl nicht zu einer Prostituierten. Wenn sie wirklich nach Gott suchen, gehen sie nicht zu einer Anstalt, die ein Geschäft daraus macht, indem sie behaupten, sie repräsentieren Gott. Denken sie wirklich, dass Gott eine Vertretung braucht? Haben sie die »Die Freiheit der Wahl« gelesen? Die Hauptbotschaft des Buches ist, dass der schönste Tempel des Menschen in seinem Inneren ist, und das war schon immer so. Um dies zu erreichen, sollten sie erst meditieren und sich dann konzentrieren, was aber unterschiedlich ist, obgleich diese zwei Dinge von den Lehrern auf Erden oft verwechselt werden. Wir sollten reifer werden und lächerliche Rituale fallen lassen und aufhören, der Masse hinterherzulaufen, die von denen angeführt wird, die uns ausnutzen. Frage 13 Es gibt Tonnen von Informationen über die Grauen, Reptilianer, Pleiader, Tauchetis, Kaisiopeaner, Arcturianer, Andromedaner und so weiter an fast jeder Webseite die ich besuche, aber nichts über Theopaner? Antwort 13 Es gibt viele Wege, die Wahrheit zu verzerren. Menschen auf Erden sind darum bemüht, sich mit Theorien, Märchen oder furchtsamen Geschichten zu unterhalten – sie sind noch nicht bereit für die Wirklichkeit. Übrigens ist Theaoba das am häufigsten verwendete Wort in der Bibel. Übersetzer vertreten es vom Hebräisch als Jehova. Sie müssen zugeben, dass dieses Wort auf Erden über tausende von Jahren bekannt war. Insbesondere verlangte der Engel Gottes im ersten Kontakt mit Moses, Theaoba Jehova genannt zu werden für Generationen, die folgten. Diese Äußerung ist noch in der hebräischen Version des Alten Testaments Tora notiert. Priester verzerrten dieses bald, und jetzt ist es den hebräischen Menschen so gar nicht mehr erlaubt, diesen Namen auszusprechen. Gott ist Gott und Ö, ist Theaoba der Name des Planeten, auf dem jeder mindestens so entwickelt ist wie Moses, Buddha oder Jesus? Frage 14. Einige UFO-Bücher sprechen über Kämpfe zwischen hochentwickelten Außerirdischen. Was ist die Wahrheit? Antwort 14. Es gibt keine Kämpfe für die Erde oder für irgendetwas anderes, unter wirklich. Entwickelten Menschen Es kann gar nicht sein. Wirklich geistig entwickelte Menschen können alles Materielle, was sie sich wünschen, schon allein durch ihre Gedanken herstellen. Unsere Vorfahren auf Erden nannten sie nicht ohne Grund Götter. Zudem sind alle materiellen Dinge, einschließlich Sonnen, Planeten, Galaxien und so weiter nur vorübergehend. Jedes Atom ist nur eine Vibration und wird sich schließlich in nichts auflösen. Wirkliches, ewiges Material ist das Bewusstsein und die Intelligenz, der Humor und so weiter sie müssen zugeben. Darum zu kämpfen ist unmöglich. Jeder im Universum muss alle Lektionen selbst erlernen. Frage 15. Das Buch enthält eine Menge Tatsachen, die auf Erden von verschiedenen Quellen bekannt sind, einige davon werden geheim gehalten, warum? Antwort 15. Michels Aufgabe ist es, alle durcheinander gemischten Tatsachen wieder richtig zu stellen und sie in die richtigen Perspektiven und in die richtige Reihenfolge zu bringen. Frage 16. Andere UFO-Entführte erzählen eine Menge sensationeller Geschichten, die durchaus erschreckend sind. Was denken sie? Antwort 16. Michael weiß, welche von den Entführten ihre Erfahrungen einfach fälschten, aber es ist ihm nicht erlaubt worden, darüber zu sprechen. Es ist den Menschen selber überlassen worden, herauszufinden, wer Recht hat. Dies ist unsere Hausaufgabe. Die Wahrheit für uns selbst zu finden. Merken sie sich. Die Menschen von Tiroba machen die Hausaufgaben für keinen. Sie stellen nur sicher, dass jeder genügend Hinweise hat, um es zu tun. Denken sie daran. Furcht ist das einfachste Mittel, Emotionen zu wecken, und sie lähmt auch ihre Logik. Über Jahrhunderte haben Priester und Regierungen Furchttechniken verwendet, um die Massen zu steuern. Derjenige, der Furcht fördert, ist sich des Universalgesetzes nicht bewusst. Frage 17. Und was ist mit den Grauen und anderen Außerirdischen, die auf Erden gesehen werden? Antwort 17. Es gibt einige Rassen von Menschen, die auf einem ähnlichen Niveau der Mentalität sind wie wir, und die uns auf Erden besuchen. Michel wurde von Tiroba in 1995 telepathisch Erlaubnis gegeben, über die Grauen vor den Fernsehkameras in den USA zu sprechen. Sie sind auch von einem Planeten der Betrübnis, und auf ihrem eigenen Planeten haben sie ihr Immunsystem als Folge ihrer zivilisierten Tätigkeiten vollständig verloren. Einfach ausgedrückt, sind sie im Begriff, sehr bald auszusterben. Sie haben die Technologie, zur Erde zu kommen? Sie kamen, um die Reaktionen unseres Immunsystems zu beobachten, weil wir gerade anfingen, es seit 1948 zu verlieren. Sie hoffen, sich selbst helfen zu können, indem sie unsere Reaktionen beobachten. Sie haben ungefähr 150 Menschen weltweit mit eingepflanzten Monitorapparaten versehen, nicht 5 Millionen, wie einige behaupten. Die Menschen von Tiroba überwachen diese Tätigkeit auch und sagen, dass es offenbar keine Gefahr darin gibt. Frage 18. Erwarten Sie wirklich, dass jemand glaubt, was in diesem Buch geschrieben ist? Es ist so unwirklich. Antwort 18. Sie brauchen es nicht zu glauben. Sie müssen es wissen. Ernste Wissenschaftlern haben bereits genug von diesem Buch überprüft, um jeden Satz sehr ernst zu nehmen. Haben Sie schon diesen Artikel gelesen? Hier ist ein Gehirnwäschetest. Einige Industrien machen sehr große Profite, wenn sie krank sind. Aber wenn sie gesund sind, machen sie kein Geschäft damit. Würden Sie wirklich den Gesundheitsrat von solchen Industrien befolgen? Beachten Sie, dass die meisten Leute es aber tun. Ein anderer Test. Nehmen Sie an, dass jeder einen Arbeitsplatz und ein Darlehen hat. Was glauben Sie, wer am meisten von so einem System profitiert? Folgen Sie damit nicht der Masse, wie jeder andere? Die besten Physiker auf Erden stimmen darin überein, dass alles Materielle nur Schwingungen sind, und es besteht nur vorübergehend. Das wirklich Wichtige ist unser Bewusstsein. Die Menschen haben große Mühe, die Wirklichkeit des Universums zu begreifen. Der Beweis ist überwältigend. Wir haben Augen aber sehen wir was? Frage 19. Es ist unmöglich, zur anderen Seite der Galaxie zu reisen, dort zu leben und in zehn Tagen wieder zurückzukommen, sogar mit Lichtgeschwindigkeit. Wie erklären Sie das? Antwort 19. Michel ist viele Male schneller als die Lichtgeschwindigkeit geflogen mit einer Technik, die Transsubstantiation genannt wird. Es kann nicht innerhalb eines Solarsystem angewendet werden, man muss dafür zuerst im tiefen Weltraum sein, andernfalls ist eine Explosion unvermeidlich. Michels Verständnis ist, dass das Raumschiff einige Stunden reiste, um unser Solarsystem zu verlassen, und einige Stunden außerhalb dem Ihren, um das von Tiaoba zu erreichen. Innerhalb des Raumschiffes konnte Michel nicht bemerken, wann die Transsubstantiation begann. Die Abbildungen auf dem Bildschirm veränderten sich. Frage 20. Was war die Nahrung auf Tiaoba? Was hatten sie zum Abendessen? Antwort 20. Nächstens die Menschen auf Tiaoba trinken alle zwei Tage ein halbes Glas von etwas, das sie Hydromel nennen. Michel mochte es nicht, aber er musste zugeben, dass es extrem nahrhaft war. Zu viel zu essen scheint die Entwicklung des Bewusstseins zu stören. Die Menschen auf Tiaoba vergeuden überhaupt keine Zeit, um Nahrung vorzubereiten. Frage 21. Ich bin zwischen zwei Welten verfangen. Der materiellen und der spirituellen. Was würde die richtige Einstellung sein? Antwort 21. Materielle Technologie sollte unsere geistige Entwicklung unterstützen. Wenn sie aber dazu benutzt wird, unseren Verstand mit Schund, falschen Informationen, Grausamkeiten und Gewalttätigkeiten zu füllen, Fernsehapparat, VCR, oder den Planeten zu zerstören, dann wird sie falsch angewendet. Es gibt kein Problem mit der Dualität. Wir sind wirklich ewig lebende Astralwesen, die Lektionen in den Körpern durchmachen. Der alleinige Zweck unseres physischen Bestehens ist die geistige Entwicklung. Alles, was um uns geschieht, ist ein Teil der Lektion. Unser Lernwerkzeug ist unser freier Wille. Wir sollten es verwenden, um eine kontinuierliche Reihe von Entscheidungen in unserem Leben zu treffen und dann deren Konsequenzen studieren. Das Ziel ist, die Auswirkungen unserer Entscheidungen zu verstehen. Wenn wir die Lektion vermasseln, nicht lernen, dann werden wir die Lektion in unserem nächsten Leben wiederholen müssen. Wenn wir absolut störrisch sind und nichts erlernen möchten, werden wir schließlich zerstört und wiederverwertet wie alles andere in der Natur. Frage 22. Wo ist hier erober? Antwort 22. Tier-Ober liegt höchstwahrscheinlich im Pleiadensystem. Es waren keine Schilder auf dem Weg. Unsere Sonne ist von dort kaum sichtbar. Die Pleiaden sind durchaus eine einzigartige Gruppe von Sternen, wo alle Sterne sehr nahe aneinander sind, anders als in den meisten anderen Konstellationen. Es gibt sehr wenige solcher Sterngruppen in unserer Galaxis. Frage 23. Gibt es irgendeine Weise, sich mit Menschen auf Tier-Ober zu verständigen? Antwort 23. Die einzige Weise, sich mit ihnen zu verständigen, war direkte Telepathie mithilfe der großen Pyramide, die übrigens nicht nur über alle Beschreibung hinaus missbraucht wird, sondern auch etwas aus ihrer ursprünglichen kosmischen Position verstellt ist, und wir haben nicht die Technologie oder das Wissen, um das zu beheben. Auf Tier-Ober haben sie selbstverständlich das Wissen, uns telepathische Nachrichten zu schicken, und das jederzeit, wenn sie es wünschen. Aber die meisten Menschen auf Erden wissen nicht einmal, wie man zuhört. Die Menschen von Tier-Ober besuchen und überwachen uns häufig auf Erden. Bei diesen Gelegenheiten ist es möglich, einen direkten telepathischen Hin- und Herkontakt mit ihnen zu haben, wenn sie es wünschen. Frage 24. Was sagen ihre Freunde von Tier-Ober über Spiritualität und Religionen auf Erden? Antwort 24. Alle Religionen, Kulte, Sekten und so weiter sind wirklich gefährlich. Sie sind erstellt worden, nachdem große Männer wie Christus, Buddha und so weiter gestorben sind, durch Leute, die nur zwei Dinge im Sinn haben. Geld und Macht. Religionen sind ein richtiger Fluch auf Erden, weil sie eine Quelle von Fehlinformationen sind. Sie verstopfen Menschen mit Furcht, Propaganda und Ritualen so arg, dass die Menschen aufhören zu denken und der Masse folgen. Wenn sie wahre Liebe suchen, gehen sie nicht zu einer Prostituierten. Wenn sie wirklich Gott suchen gehen sie nicht zu einer Anstalt, die ein Geschäft daraus macht, zu behaupten, dass sie Gott repräsentiert. Das Königreich Gottes ist in dir selbst, heißt es in der Bibel, die einmal sehr gute Informationen enthielt. Leider wurden viele wesentliche Dinge von den Priestern entfernt, die fürchteten, die Menschen könnten erleuchtet und damit völlig unabhängig werden und es damit unmöglich machen, sie einer Gehirnwäsche zu unterziehen und zu kontrollieren. Stellen Sie sich vor, was geschehen würde, wenn die Menschen entdeckten, dass Gott keine Vertretung benötigt. Frage 25 Was sagen Wissenschaftler über das Buch? Antwort 25 Michel hatte ein Liebe-Radio-Interview mit einer Gruppe von Physikern in Melbourne, die sein Buch gründlich studierten und seine Glaubwürdigkeit ziemlich brutal in Angriff nahmen. Michel fragte sie. Haben Sie mein Buch gelesen? Ja, mehrmals, antworteten sie. Michel fragte sie dann. Sie sind doch Wissenschaftler und Physiker, dann zeigen Sie mir bitte nur einen Satz in meinem Buch, den Sie mit Ihren Instrumenten und Wissen dahingehend überprüfen können, eine Lüge zu sein. Was geschah? Sie konnten nicht einen einzigen Satz finden. Das Ganze wurde über Radio übertragen. Das war in 1994 und Sie suchen heute noch. Haben Sie www.thiaober.com-electron1.html gesehen? Frage 26 Und was sagen skeptische Wissenschaftler? Antwort 26 Im Allgemeinen sagen sie, dass das Buch Erfindung oder sogar Schmutz ist, bis sie es wirklich lesen und studieren. Ein Akademiker widerstand für eine lange Zeit, es zu lesen und sagte, dass er nicht Paranoia und Schmutz liest. Schließlich war er damit einverstanden, das Buch als Zukunftsroman zu lesen. Als er nach seiner Meinung über das Buch gefragt wurde, antwortete er. Meiner Meinung nach gibt es drei Möglichkeiten. Erster Es ist eine Lüge. In diesem Fall muss ich zugeben, dass es die beste Lüge ist, die ich jemals gelesen habe und vielleicht die beste Lüge des Jahrhunderts? Es klingt so gut mit unserer Geschichte und der Gegenwart, dass es einfach unglaublich ist. Zweiter Dieser Kerl, Michel, ist ein literarisches Genie. Es ist wie ein Stein plus 100 Stern J. Wern, meine Anmerkung. Michel ist ein Landwirt ohne Ausbildung und hat noch niemals vorher etwas geschrieben, außer Briefe zu seiner Mutter. Dritter Es ist wirklich wahr. Sie müssen das Buch selber lesen, um ihre eigene Entscheidung zu treffen. Frage 27 Haben sie Geld auf Tiaoba? Was sagen sie über Geld? Antwort 27 Nein, sie haben überhaupt keine Form des Geldes auf Tiaoba. Sie sagen, dass das Währungssystem ein richtiger Fluch auf Erden ist. Die meisten Menschen auf Erden sind total durch das Währungssystem versklavt worden? Zum Beispiel. Wenn sie eine Arbeitsstelle und ein Darlehen haben, sind sie versklavt damit. Diese zahlen ihr ganzes Leben lang Zinsen, ca. 0.5 Millionen Dollar pro Person über ihre Lebenszeit und es kommt ihnen nie in den Sinn, dass, indem sie es tun, sie dem System helfen sich zu verstärken, um selbst nur noch weiter versklavt zu werden. Eine Handvoll Menschen, zwölf Familien oder so, steuern das gesamte Währungssystem auf Erden. Die meisten Menschen wissen nicht einmal, wer sie sind. Sie verstecken sich hinter Banken, die sie besitzen. Sie haben die meisten Menschen auf Erden erfolgreich davon überzeugt, das Geld zu machen das entscheidende Ziel im Leben ist. Sie locken mit verschiedenen Geldern, die zu haben sind, und Menschen konkurrieren und kämpfen für sie, sind bereit zu töten und fangen sogar einen Krieg an. Sie verleihen auch Gelder an Regierungen, und bald ist jeder eine Marionette, die durch einen Dollar gesteuert wird. Und wer hat den größten Vorteil dabei? Frage 28. Haben sie Schulen, Bibliotheken und so weiter auf Tiaoba? Antwort 28. Nein. Sie benutzen auch keine Feder und Papier. Ihr Lernen geschieht durch direkte Telepathie. Es ist eine Schnellkommunikation von einem Geist zum anderen. Sie erhalten ihre Informationen durch einen telepathischen Anschluss mit der Quelle und sie erinnern sich an alles. Können sie sich einen Planeten vorstellen, auf dem jeder so fortgeschritten ist wie Jesus oder Moses? Frage 29. Wie lange leben sie auf Tiaoba? Antwort 29. So lange, wie sie wollen. Millionen Jahre, wenn sie es wünschen. Und ihre physischen Körper sind für immer jung, weil sie jede Zelle in ihren Körpern mit ihrem Willen erneuern können. Frage 30. Haben sie eine Telekommunikation wie ein Telefon auf Tiaoba? Antwort 30. Nein. Sie verwenden Telepathie. Für Information, Visionen oder Bilder, Gedanken, Gefühle, Unterricht, Lernmaterial, überhaupt alles. Frage 31. Leute auf Tiaoba scheinen sehr ernst zu sein. Was tun sie für Spaß? Antwort 31. Sie vergnügen sich die meiste Zeit. Sie schauen alle aus, als hätten sie vor wenigen Sekunden gute Nachrichten erhalten. Auch leben sie so lange, wie sie es wünschen und schauen immer gleich altricht 20 Jahre jung aus. Stellen sie sich vor, was sie alles erlernen können und wie viel Spaß sie am Leben haben können über eine Million Jahre oder so. Sie haben viel Zeit, sich zu entspannen, zu meditieren, im Ozean zu schwimmen, zum Sonnenbaden und so weiter. Ich nehme an, dass ihr Lieblingshobby die Verbindung mit der Quelle des Bewusstseins ist, das totale Verlassen des Körpers. Frage 32. Auf Tiaoba essen sie ja so wenig? Der ganze Spaß an der Nahrung ist doch, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Antwort 32. Nahrung ist Spaß nur für einige von uns und es ist wirklich ein niedriger Spaß. Wir überessen uns und fühlen uns dann krank. Wir werden sogar süchtig auf einige Nahrungsmittel, ohne es überhaupt zu merken. Ihr Spaß hat mehr zu tun, mit dem Verstand oder Geist und einer unaufhörlichen Zufriedenheit anderen zu helfen und den Entwurf und das Gesetz des Universums zu lernen. Überschüssige Nahrung scheint ein ernstes Hindernis in der Entwicklung des Verstandes zu sein. Versuchen sie zum Beispiel, sich nach einer Mahlzeit auf fünf Kurse zu konzentrieren. Sie fühlen sich müde, ohne Energie und Aufmerksamkeit. Frage 33. Wie hat das Raumschiff von Tiaoba ausgesehen? Antwort 33. Das für Fernstrecken gebaute Raumschiff war, circa 80 Meter im Durchmesser, hatte überhaupt keine Türen, Fenster oder irgendwelche Löcher. Es war tadellos kugelförmig, glänzte metallisch und schwebte, wenn es nicht im Flug war. Um an Bord zu gehen, schwebten wir mit einem speziellen Instrument durch einen Art Kolben, der sich öffnete, als wir uns näherten. Wenn Sie innerhalb des Raumschiffes sind, können Sie nach draußen sehen durch enorme 3D-holographische Schaufenster mit unglaublicher Klarheit, Farben, Zoom und so weiter. Frage 34. Wie sind die Leute von Tiaoba? Haben Sie Angst gehabt? Antwort 34. Die Menschen auf Tiaoba sind so nett, freundlich, liebend und verständlich. Aber Michel fühlte sich, geistig gesehen, wie ein Kindergartenkind unter ihnen. Tau Michels Mentor dort war ständig amüsiert über seine Reaktionen auf unterschiedliche Dinge, die er dort sah und lernte. Sie sind so klug und kenntnisreich. Es ist einfach unglaublich. Wenn Michel an sie denkt, kann er nicht anders als Tränen in den Augen zu haben. Frage 35. Hatte irgendjemand bemerkt, dass sie über neun Tage verschwanden? Antwort 35. Michels gesamte Familie war sehr besorgt, als er plötzlich mitten in der Nacht verschwand. Da er einen Zettel für sie hinterlassen hatte, wie von seinen neuen Freunden. Telepathisch angewiesen, haben sie nicht die Polizei informiert, sie waren nur alle sehr besorgt um ihn, selbst nachdem Michel zurückkam. Frage 36. Einige Leute sagen, dass sich außerirdische Wesen auf eine Invasion auf der Erde vorbereiten. Was ist die Wahrheit? Antwort 36. Eine gefälschte Warnung. Es gibt keine Invasion. Es kann sie nicht geben. Die Erde ist extrem nah an einer globalen Katastrophe und ist folglich ein sehr unwahrscheinliches Ziel für jeden, der intelligent ist. Furchttaktiken werden nur verwendet, um die Menschen zu beherrschen, weil Furcht jede logische Argumentation vollständig blockiert. Frage 37. Was tragen sie für eine Kleidung auf Tiaoba? Antwort 37. Alle Leute auf Tiaoba tragen lebhaft farbige Kleider, die ihre Auras komplementieren. Auf Erden haben wir nur gerade damit begonnen, sogenannte Bioresonanzkleider zu entwickeln und Experimente mit fast einfarbigen Farbmustern zu machen. Frage 38. Was sagen die Menschen von Tiaoba über die körperliche Liebe? Antwort 38. Sie sagen, wir können den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Es scheint wir gehen am Ziel vorbei. Ende der Übersetzung des Buches Copyright Tom J. Chalko 1996 Tiaoba Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück. Quelle www.torindigalaxien.de Schrägstrich Bücher Schrägstrich Tiaoba 1.html Hörbuch von www.youtube.com Schrägstrich User Schrägstrich Consciousness 2 Brain Schrägstrich